Mittlerweile bin ich 14. Und zwar im Jahr 2005. Das ist 17 Jahre her und das beleuchten wir heute. Wer hätte es gedacht, nach dem Jahr 2004, in dem Half-Life 2 das beste Spiel wurde. Und auch heute finden wir wieder das beste Spiel des Jahres 2005 heraus. Damit ein herzliches Hallo an euch da draußen und natürlich an meine drei Gesellen hier. Der gute Wirt, Steffen und Colin haben sich hier zu mir auf die Couches gesellt, um ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen und in die Vergangenheit zu schauen. Um mal zu gucken, ob, um eure Gedächtnisleistung zu überprüfen, könnt ihr euch überhaupt noch daran erinnern, was im Jahr 2005 so ging. Aber gar kein Problem. Ich helfe euch natürlich auf die Sprünge, denn diese Spiele haben wir vorher redaktionsintern ausgewählt, durchgevotet. Und ihr da draußen, wenn ihr gerade zum ersten Mal einschaltet, dann erfahrt ihr natürlich auch, worum es hier überhaupt geht. Denn wir seit dem Jahr 2000 raten wir quasi alle Spielejahre einmal durch. Das ist jetzt hier die sechste Sendung mit 2005 und wir haben schon viele coole Ergebnisse erzielt. Aber wir wollen das natürlich immer weiter durchexerzieren, um irgendwann sagen zu können, was war denn eigentlich nach den 2000ern das aller allerbeste Spielejahr überhaupt. Und das funktioniert folgendermaßen. Wie eben schon erwähnt, haben wir vorher eine Vorauswahl getroffen aus 25 Titeln. Man muss sich ein bisschen beschränken. Klar kommen mehr als 25 raus. Für die verschiedensten Plattformen mit jedem Jahr werden die auch immer mehr. Aber da haben wir natürlich uns Mühe gegeben, die Bedeutendsten, die irgendwelche Meilensteine gesetzt haben, dort reinzubringen. Dann hat in der Redaktion jeder diese Liste bekommen und man hat dort bewertet, was man gespielt hat. Das hat jetzt schon so eine interne Redaktionswertung ergeben. Und ihr werdet jetzt bei jedem Spiel im Chat noch die Möglichkeit haben, eure Wertung abzugeben. Und da muss ich meinen Zeigefinger erheben, denn votet natürlich wie immer bitte nur, wenn ihr das Spiel auch gespielt habt und nicht nur, weil ihr irgendwie gehört habt, das war ein bisschen blöd oder das war ein bisschen gut. Das bringt uns dann nämlich zu einer sehr objektiven Wertung. Und wie Steffen und ich schon in der Pre-Show festgestellt haben, war das beste Spieljahr bisher, Spieljahr 2004 mit Half-Life 2 und damit auch das beste Spiel. Und das kann ich objektiv sowie subjektiv bestätigen. Ja, klar war das das beste Spiel. Ja, Leute, habt ihr Bock? Fühlt ihr euch ready? Absolut. Darf ich kurz fragen, wie alt wir jeweils zu dem Zeitpunkt waren? Also du hast ja jetzt eben gerade gesagt, du warst 14. Ich war schon begeistert, dass du so schnell diese Mathematik überhaupt hinbekommen hast. Ich sitze hier die ganze Zeit und denke mir so, oh nein. Nee, das bin ich vorher zu Hause ausgerechnet. Ach so, okay. Das hat extrem lange gedauert. 2004 war ich 15. 2005. Dann bist du 16. 2005 war ich 16, ja. Ja gut, bei mir ist es doch eigentlich ganz einfach. Wir haben das gleiche Jahr eigentlich. Das ist immer nur die Zahl und dann plus 1. Ja, eigentlich schon. Das ist sehr dumm, ja. Und Colin bei dir? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe gerade meinen Führerschein gemacht mit 18. Nee, das ist das Krasse. Das habe ich eben auch gedacht bei dem Intro. Ich bin natürlich wieder der Elefant in der Runde. Der Älteste. Ich habe 2005, habe ich nach fünf Jahren hauptberuflichem Videospielejournalismus, das hat Akta gelegt, um zu studieren. Und ich war da dann, bin 29 in dem Jahr geworden. Ach Gott. Auch einer, der studiert. Es kommt so weh mit. Aber Moment, was hast du an Akta gelegt? Das Studieren oder den Job? Nach fünf Jahren hauptberuflich Printjournalismus machen, habe ich in dem Jahr gesagt, reicht mir, habe keinen Bock mehr. Ach schau, das wüsste ich noch gar nicht. Wüsste ich auch nicht. Hattest du mehr Zeit zum Spielen oder weniger? Das war eine gute Frage. Gute Frage. Ich hatte mehr Zeit, aber ich habe eine Zeit lang echt, ich habe da nebenberuflich noch geschrieben, also weil das natürlich irgendwie so ein Studium will sich finanzieren und habe da eben entsprechend als freier Autor geschrieben für diverse Magazine. Aber gespielt habe ich wirklich das, was ich musste, weil ich bin mit einem Abturn raus, weil es einfach nach fünf Jahren Knochen-Tour, 40 Stunden die Woche plus Zocken-Schreiben, 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 immer das Gleiche, was am Anfang aufregend war, ist dann irgendwann so anstrengend geworden, dass wie gesagt, ich habe gespürt, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr zu zocken, weil es einfach nur noch ein Job war und das Gefühl, jeden Satz schon tausendmal geschrieben. Also ich war da echt einfach ausgebrannt und habe dann aber irgendwann, dadurch, dass die Schlagzahl dann weniger wurde und dann irgendwann Giga kam und ich dann wieder deutlich mehr Zeit hatte, weil das Spielen plötzlich wieder so mal vor der Kamera was zocken, eher so Buschen wie hier war, da habe ich wieder Bock bekommen und gemerkt, ja doch, du hast es mal geliebt und du liebst es wieder. Ich habe da natürlich schon einige Sachen in dem Jahr mitgemacht, auch noch ein paar getestet, aber ja, das war mein Bremsjahr und das ist einfach krass, wenn du 14 warst und ihr entsprechend gerade geranget, dann fühle ich mich einfach so richtig alt. Aber das sind doch die prägsamen Jahre, oder? So zwischen 14 und 17, weil für mich ist halt so, 2005, als ich die Spiele gesehen habe, ich habe die sehr präsent im Kopf, ich weiß halt noch, ich habe da auch schon sehr viel Computerzeitschriften gelesen, die es dort gab und habe die meisten Spiele tatsächlich auch gespielt, die auf PC erschienen sind und muss man sagen, ja, irgendwie blieb alles sehr gut in Erinnerung, aber alles andere so, ist weg. Ja, das stimmt. Bei mir war es 2004, glaube ich, das Spielejahr, wo ich dachte, als wir die Wertung gemacht haben, boah, da ist ja so viel geiler Kram rausgekommen. Und bei 2005 fand ich das Gefühl jetzt auch wieder, dass ich dachte, boah, das ist ja das beste Spielejahr aller Zeiten. Das wird es natürlich wahrscheinlich am Ende nicht werden, weil ich einen sehr speziellen Geschmack habe, aber ich glaube, das wird sich noch ein bisschen durchziehen. Jetzt kommen so unsere Jahre, glaube ich. Für dich natürlich auch, Walle. Unsere Jahre, wie das klingt. Ja, vorhin war es zu früh und jetzt ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich persönlich, also das macht ja schon einen Unterschied zwischen zwei, drei Jahren zu dem Zeitpunkt, Mega, ja. Wo ich dann wirklich sehr, die Sachen viel präsenter im Kopf habe. Also ich durfte Half-Life 2 da ja noch nicht mal spielen. Ich habe meine Eltern betrogen. Also ich bin in Saturn gegangen und habe so getan, als würde ich ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom kaufen. Und das hatte ich dann aber nicht übergeben, weil ich habe mir von einem Jugendlichen, der wohl gerade 18 war, Half-Life 2 kaufen lassen. Und dann wurde ich halt gefragt, dann kam ich ins Reisebruder, wollten die gerade irgendwas buchen. Und dann, ja, was hast du denn da in der Tüte? Und ich war überhaupt nicht vorbereitet. Und habe gesagt, Mama, es war ein Geburtstagsgeschenk, davon dürft ihr noch nichts wissen. Und das gab es dann nur nicht. Es ist ein bisschen unangenehm. Ich hätte dann noch ein cooles besorgen müssen, weil das, was ich da erlogen hatte, hatte ich da nie. Fun Fact am Rande. Darf ich auch noch eine kleine lustige Geschichte? Und zwar in dem Jahr, als Command & Conquer Generals erschienen ist, habe ich zum Launch-Tag genug Geld gespart, um es zu kaufen. Bin zu Karstadt gegangen und habe gezittert an der Kasse, weil ich glaube, eine Woche später wurde das USK-Logo verändert, wo es dann ganz groß wurde. Und ich habe es dann gerade noch so gekauft an der Typ an der Kasse so, ey, Junge. Ich so, was ist denn, ich zahle da gerade. Pack dein Geld nicht hier dort, wo die Münzen sind. Pack es dort hin, da ist es, da gehört die Scheide. Ich so, oh Gott. Es war nur das. Ja, und zwei Wochen später wurde das Spiel ja indiziert, weil der Irak-Krieg begonnen hat. Ach du meine Güte. Bei mir war es, glaube ich, Diablo 2, was ich mir viel zu früh gekauft habe. Und da habe ich tatsächlich dann den Sticker, der manchmal drauf war, den USK-Sticker, manches Spielen war der USK-Sticker drauf. Da habe ich den USK-Sticker zwölf abgenibbelt und auf Diablo 2 draufgeklebt. Du Kaminer. Da war echt smart, aber auch verdammt gefährlich. Als ich das einmal gemacht habe, hat mich auch der Kaufhausdetektiv erwischt. Ich wollte es ja nicht klauen. Oh, what? So, aber war nicht so wild. Hat mich einfach weggeschickt. Meinte so, nee, mach das nicht wieder. Und dann, ja, gleich lustig. Irgendwelche Teenager, die viel zu lange mit irgendwelchen Spielen hantieren, ohne sich zu entscheiden. Das ist wirklich auch als Kaufhausdetektiv so vorbeikommen. Und heute kannst du aber bei Steam, kannst du einfach auf einen Klick machen und hast gekauft. Das wird nicht mehr so krass überprüft wie damals. Mann, hätten wir damals schon den Colin gekannt, der hätte uns bestimmt... Colin hätte uns alles gekannt. Hey, Jungs, komm mal ran hier. Kaufen wir mal hier, geben wir Schachtel kippen und dann kicke hier. Aber ich lass das auch mal machen, für Kids. Da kamen die zu mir und so, ey, könnten sie für mich kaufen nicht so. Hast du den Ding gekauft? Der sieht, oh, das war irgendein Playstation-3-Spiel war es zu dem Zeitpunkt. Und ich meine so, ach komm, ich hab das früher auch gemacht, jetzt revanchier ich mich halt für die nächste Generation. Ja, obwohl du eigentlich sagst, nein, du kriegst es nicht. Nicht, weil es ab 18 ist und du erst 12. Das Spiel ist scheiße. Das ist so scheiße, du bist enttäuscht, dann. Ich kann das nicht. Du machst das ordentlich. Auf die lieber GTA 3 hier. Ja, Colin ist, wenn wir in unserem Alter von damals bleiben, der Einzige, der schon Bier trinken durfte. Wir dürfen noch keinen Alkohol trinken. Deswegen machen wir uns jetzt ein Bitburger 0,0 auf, zusammen mit euch. Schaut mal kurz rein. Es wird ein langer, aber ein schöner Abend und ich freue mich drauf, aber wollen wir gar keine Zeit verlieren, denn wir starten direkt mit einem richtigen Banger heute Abend. Und zwar haben wir dieses Jahr erst, erst vor wenigen Wochen im Prinzip, das sehr, sehr gute Remake gesehen. Und ja, die findigen Leute im Chat oder hier in der Runde werden es jetzt natürlich schon gessen. Na klar, es geht um Resident Evil 4. Das Spiel, wo wir die Tochter des US-Präsidenten retten müssen. Und ja, wie das nochmal genau aussah und weil wir haben bestimmt gerade alle nur das Remake vor Augen, das soll man nochmal in die Version von damals reinschauen. Kurz vor der Abfahrt Richtung relativer Bedeutungslosigkeit riss Resident Evil 4 das Ruder des zuvor dezent lahm gewordenen Zombie-Kutters nochmal rum. Mit voller Power bretterte Leon S. Kennedy Richtung Action-Olymp und definierte zwischen spanischer Pampa und amerikanischer Präsidententochter mal eben die Action-Adventure-Spielregeln der nächsten Jahre. Endlich war es vorbei mit der Panzersteuerung. Und ins Inventar passte nun auch ordentlich was rein. Und wie gut das Spiel aussah. Lahme Schlurf-Zombies, die nicht mal eine Tür öffnen konnten, waren in Resident Evil 4 passé. Hier gab es wilde Typen mit Kettensägen, ein mächtiges Seemonster, einen fiesen Bürgermeister und einen Weirdo mit 37 Waffen in der Jackentasche. Dass dieses Spiel zunächst exklusiv für Nintendos Gamecube veröffentlicht wurde, war eine faustdicke Überraschung. Mittlerweile hat Capcom es aber auf gefühlt 117 andere Plattformen portiert und 2023 gab es dann das nicht minder fette Remake. Ja, hier raunte gerade ein lautes Oh, weil wir selber überrascht waren, dass wir als Redaktion uns so sehr einig waren. Wir hatten es eben noch in der Pre-Show, Steffen. Ja, wir haben alle eine Zehn gegeben, die die abgestimmt haben. Und das sind tatsächlich in diesem Fall nur ganze drei Leute. Und zwei davon sitzen hier in der Runde. Und zwar Colin und Wirt, ihr habt auch die Zehn vergeben. Und wahrscheinlich Gregor, das habe ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Wir kommen gleich zu den Begründungen, aber vorher ganz kurz. Das kam ja eben zuerst auf dem Gamecube raus, 2005 damals. Und dann, wie Micha auch so schön in der Mats sagte, Jahre später wurde es gefühlt auf jede Plattform portiert. Das also auch mit immer mal Jahren Abstand, aber dann selbst auf der PS4 gab es nochmal eine neue HD-Edition. Wurde zwar nicht viel daran geändert, aber natürlich aufpoliertes Material, haben wir teilweise auch gerade gesehen. Und erst jetzt, kürzlich, kam es zum Remake. Und da finde ich den Vergleich ganz interessant. Damals hatte das Spiel eine Metacritic von 96 und die Neuauflage jetzt von vor ein paar Monaten hatte nur eine 92. Und da vielleicht direkt die Frage an dich, Wirt oder an dich, Colin, was glaubt ihr, was diese vier Punkte ausmacht? War das, was war vielleicht jetzt nicht so gut umgesetzt wie damals oder kann man das gar nicht so sagen? Wollt ihr vielleicht auch erstmal Lobeshymnen darauf loslassen, warum das damals schon so eingeschlagen ist? Ich würde einfach sagen, der Sprung von drei und vier war halt vergleichsweise zum Remake jetzt eine Revolution. Weil das hier ist ein Remake, das ist das, was wir kannten, aber jetzt noch nahezu perfekt gemacht. Und das andere war halt einfach so, was hatten wir noch nie gesehen. Ich habe jetzt zum Beispiel Resident Evil 4 Remake gespielt und darauf habe ich Resident Evil 4 gespielt. Und habe jetzt auch den Kontext und schätze dementsprechend auch den Vierer mehr. Weil einfach zu dem Zeitpunkt, Jahr 2005, was die da alles neu hinzugefügt haben, die haben die Perspektive verändert. Die haben das Setting komplett verändert. Es ist größer geworden. Die haben dann so viele verschiedene Elemente aus alten Resident Evil Teilen mit eingebaut und neue Sachen noch hinzugefügt. Und das Spiel ist mega lang. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so lang ist. Und ich glaube, für die Leute zu dem Zeitpunkt war das halt einfach das Bahnbrechen gewesen. Deswegen kann ich verstehen, dass es dann eine 96 war. Und heutzutage ist es halt einfach, ey, das haben wir schon gesehen. Ihr habt das gleiche Spiel jetzt noch mal gemacht, nur ein bisschen weniger. Aber es ist trotzdem verdammt gut. Deswegen finde ich eine 92 dann dementsprechend auch verständlich. Ja, also die historische Bedeutung, ich meine, jeder, der mich ein bisschen hier auf dem Sender verfolgt, weiß, dass ich Resident Evil 4 immer wieder nenne, wenn es so um absolute Lieblingsspiele Meilensteine, einschneidende Erlebnisse gibt, die will ich jetzt gar nicht alle wiederholen. Aber ja, die Bedeutung damals von Resident Evil 4 für Capcom, aber auch insgesamt für die Third-Person-Action-Genre, die ist halt einfach immens gewesen. Weil all das, was heute eben selbstverständlich scheint oder auch abgenudelt erscheint oder auch rückblickend kritisiert wird an dem Teil, war damals halt bahnbrechend. Also wenn das auf der E3 oder so damals vor Publikum revealed worden wäre, diese Szene mit dem Dorf, da springt der plötzlich durch das Fenster, anstatt irgendwie durch die Tür zu gehen. Die Leute, wir hätten Szeneapplaus gegeben, hätten gesagt, was ist das denn? Also diese Flexibilität allein schon, die war für Resident Evil super ungewöhnlich und ist damals halt sensationell gewesen für ein Spiel dieser Art. Ja, es gab schon so Schultershooter, ein, zwei Operation Windbag zum Beispiel, war einer, der kurz davor mal kam, die eine ähnliche Mechanik hatte. Aber das war natürlich alles so unfassbar ausgefeilt. Und auch damals dieses, dass du plötzlich so eine unglaubliche Themenvarianz und da innerhalb dieser Level nochmal hin und her und backtracken, das kannte man zwar in diesen geschlossenen Gebieten vorher auch, aber für Resident Evil eben war das damals einfach schlichtweg sensationell. Und die Kritik, die dann im Nachgang immer so mal kommt, die, ja, du kannst ja nur schießen oder laufen, geht nicht beides gleichzeitig. Es ist immer so absolut müßig, über so etwas sich rückblickend zu beklagen, weil es ist halt Quatsch, wenn du die Brille zehn Jahre später aufsetzt, ist fast alles eben beschissener geworden. Und man muss eben sagen, das war damals perfekt darauf abgestimmt, das Gegnerverhalten, wie schnell die sind etc. Und dass der heutige Teil, und da bin ich selber überrascht gewesen, weil ich liebe bis auf den dritten Teil, wo das Original aber eben auch schon eher gurkig war und das Remake einfach nur gut. Ich mag Capcoms Qualitätsoffensive hier, wie gut sie mit dem zweiten Teil und auch mit anderen es immer wieder geschafft haben, auch das Resi 1-Remake damals, also diese Sachen wirklich gut zu machen. Und entsprechend war für mich dann die Rechnung Teil 4, gefühlt damals für mich mit der beste Teil, oder eben diesen neuen Resis, denke ich, relativ klar der beste. Remake und Capcoms Blick darauf, das wird ein absoluter No-Brainer. Und ich würde dem heute, glaube ich, keine 90 mehr geben. Damals war ich voll bei der 96, einfach weil das eben für mich so ein bisschen auch die Schwäche des Spiels heute ist, dass es in Bereichen, in denen es damals innovativ war, Open-Schlauch-Geschichten etc., dann doch sich super bemüht, das zu erneuern, aber sich da teilweise so ein bisschen altbacken anfühlt. Da sind sozusagen diese geschlossenen Schauplätze, wie diese Polizeistationen, mit da Schlüssel holen, da unten was machen, in der Remake-Kultur. Die sind dann viel besser gealtert, sag ich mal, und haben sie viel besser polieren können. Das fühlt sich jetzt einfach an, wie ein unglaublich gutes Action-Inferno so durchkomponiert. Aber dieses Außergewöhnliche, was damals mega erfrischend war, wirkt witzigerweise heute so ein bisschen für mich teilweise eben altbacken. Es macht mega viel Spaß, nicht falsch verstehen. Aber da sind sozusagen die geschlossenen Dinge, von denen man sich damals entfernt hat, weil sie ausgelutscht waren, im Remake-Ding irgendwie besser, fresher oder uniker, weil es das seltener gibt und Capcom sehr gut war. Also, tolles Spiel, aber ich glaub, ich wär eher vielleicht so bei einer 87 heute und war da selber überrascht. Aber es macht riesen Spaß, gar keine Frage. Ja. Ich musste grad sehr lachen, weil ich hab natürlich mir direkt, weil ich nichts zu diesem Spiel sagen kann, die Play von 11.2005 rausgesucht mit einem Beitrag zu Resident Evil 4, wo unter anderem ein Kettensägen-Controller angemerkt würde. Um Teil 4 steel-echt zocken zu können, braucht man diesen stylischen Controller. Zuletzt sich zu den DualShock-2-Eigenschaften, wie etwa der Rumble-Funktion, wird die feuerrote Kettensäge auch noch echten Motoren-Sound bieten, erhältlich ab November 2005. Denkt ihr, ihr braucht das für Resident Evil? Mama, ich möchte dieses superbrutale Spiel, aber ich brauch noch diese Kettensägen-Controller mit einem sehr winzigen, man kann's jetzt nicht sehen, aber sehr winzigen Kettensägen-Blatt. Was irgendwie aussieht wie ein Spielzeug. Da war doch so eine Vitrine drin, so ich gesehen hatte, oder? So eine kleine Holzvitrine, war das nicht so? Echt? Also eine kleine Hand-Kettensäge, oder was? Also nicht so eine... Nee, nee, das ist nicht so groß wie ein GameCube-Controller. Ach so, in der Größe, cool. Okay, googelt das gerne mal zu Hause, falls ihr auch ein Bild davon haben wollt. Findet man bestimmt noch. Ja, ihr da draußen habt eine 8,4 gemeinschaftlich vergeben. Ist das Blasphemie, oder sind wir hierzu ein krasser, sektischer Kult um das Spiel? Findest du, dass gerechtfertigt wird? Ich glaube, die 8,4 liegt daran, weil es ist das erste Spiel der Sendung. Und wir wissen ja halt immer, Community ist am Anfang immer vorsichtig mit den Bewertungen, wenn es das erste Spiel ist. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber ich würd sagen, dafür, dass es das erste Spiel ist, ist es vergleichsweise zu den anderen Spielejahren schon sehr, sehr hoch. Weil ich weiß halt, normalerweise bei den ersten Spielen ist es immer so ein Siebener oder ein Achter. Und das 8,4 ist schon ziemlich hoch. Das ist für Community gut, ja. Ich glaube, viele versuchen, das noch in den Kontext zu setzen, wie es heutzutage wäre. Weil, das hat Colin ja auch schon gesagt, heutzutage ist es wirklich zu altbacken. Aber ich kann mir vorstellen, oder ich hab's jetzt im Kontext gesetzt mit dem neuen Teil, es ist schon ein großer Sprung gewesen. Da ist schon sehr viel Veränderung. Und zu dem Zeit die Blaupause für alle anderen Resident-Evil-Teile. Weil Teil 5 baut ja darauf auf, aber nur schlechter. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist eine gute Einordnung. Und wir wollen das natürlich auch auf unserer Tabelle hier mal einordnen. Und das ist jetzt natürlich noch relativ witzlos, weil das ist das erste Spiel. Aber ich glaube, man kann, ja, setzt sich nicht komplett in die Nesseln, wenn man behauptet. Wahrscheinlich wird das relativ hoch bleiben mit einer Gesamtwertung von einer 9,2. Das ist schon ziemlich, ziemlich hoch und wird sich auf jeden Fall auf der linken Seite bewegen und wahrscheinlich auch jetzt schon ein Anwärter sein. Aber wir haben natürlich noch 24 Spiele vor uns und es ist immer noch möglich, dass da natürlich Perlen dabei sind, die man jetzt vielleicht gar nicht direkt auf dem Schirm hat, die auch noch dieses Spiel vom Platz 1 stoßen können. Habt ihr noch irgendwas in eurer Schwärmerei vergessen, was man zu einem der besten Spiele 2005 noch unbedingt loswerden will? Zu RISI jetzt? Ja, zu RISI, genau. Die QTEs haben wir ganz vergessen. Oh ja, sprecht doch darüber noch mal ganz kurz. Die Quicktime-Events, die Shenmue ja wirklich so massenmarktauflich gemacht hat, haben die hier leider inflationär eingesetzt, wenn ich das sage. Also, da sind viel zu viele Quicktime-Events gewesen für Leute, die wissen, was es ist, weil das mittlerweile ja auch schon antiquitiert ist. Zum Glück. Also alt ist. Zwischensequenzen kann man nicht nur so genießen, sondern man muss im richtigen Moment dann Knöpfe drücken, ansonsten stirbt der Hauptcharakter. Und das passiert hier ziemlich oft. Also, absurd wird es dann, ich sag nur, Laser-Barriere. Ja, ich glaube, da ist halt eben so ein bisschen diese Inszenierung, das war ja auf allen Levels topnotch. Und damals war das einfach so, man glänzt und super. Und dann gibt's sogar noch diese Events. So wie God of War hat sich ja auch davon irgendwie nicht so richtig verabschieden können über Jahre. Aber ja, klar, ist eben auch so ein Feature, wo die meisten eigentlich sagen, brauchst du heute nicht mehr. Vollkommen richtig. Und das Remake hat's ja, glaub ich, fast komplett. Minimal. Also, ab und zu hast du dann immer noch ein Zeichen gehabt, wo du dann dein Messer einsetzen kannst, aber sehr zurückgezogen. Und das find ich auch vollkommen in Ordnung, weil das ist schon, das brauchst du nicht mehr. Ich glaub, diese Diskussion werden wir heute Abend noch öfter führen. Ja, weil wir noch mehr Spiele davon haben. Das war das Jahr der Quicktime-Events vielleicht. Ja, aber ich mein, so ein paar kann man auch heute noch drin lassen, weil das ist ja dann mal eine Abwechslung, nur wenn, du sagst, inflationär, wenn's halt zu viel ist, dann wird's halt repetitiv. Hey, Final Fantasy 16 hat auch noch Quicktime-Events. Oh, hab ich's gesehen, sogar ziemlich viele tatsächlich. Das find ich auch ziemlich krass. Aber das besprechen wir hier sicherlich in einem anderen Format. Ich würde sagen ... Ja, ähm, dauert möglicherweise noch. Ich spiele ja 20. Genau, also nein, in diesem Format dauert's noch, aber natürlich auf Rocket Beans an anderer Stelle wird das in den nächsten Wochen viel diskutiert werden. Ähm, was jetzt diskutiert wird, ist erst mal ganz kurz, dass ich vergessen habe, euch noch mal drauf hinzuweisen. Natürlich, wenn diese Mats losgeht, habt ihr auch schon die Möglichkeit zu voten. Ich glaub, es war Ausrufezeichen. Da steht's noch mal SPJ und dann eine Zahl zwischen 1 und 10. Und das startet jetzt auch wieder. Denn wir kommen nun zum zweiten Titel dieser Sendung. Ja, wir haben gerade die Präsidententochter gerettet. Und nun müssen wir den Sohn eines Ex-Diktator, von Nordkorea aufhalten. Ja, was hat's damit denn auf sich? Auch sogenannte Hardcore-Gamer sind manchmal müde von zu viel schwerer Spielekost und sehnen sich nach Leichtigkeit. Einfach mal hirnlos herumfahren und Dinge in die Luft jagen. Und genau für diesen Zweck kam 2005 das Actionspiel Mercenaries raus. Das mit ganz viel Rums, Bums und Peng, aber auch viel spielerischer Freiheit überzeugte. Nach einem Putsch in Nordkorea werdet ihr als Söldner über der demilitarisierten Zone abgeworfen, um für Ordnung zu sorgen. Wie man das macht und was man genau unter Ordnung versteht, das war einem selbst überlassen. Das Missionsrezept war Standard-Action-Kantine. Dinge von A nach B karren, Dinge aus feindlichen Basen stehlen oder Dinge ausschalten. Dafür standen aber nicht nur haufenweise Sprengmittel und Fahrzeuge zur Verfügung, sondern auch eine gelungene Stealth-Mechanik. Durch die konnte man zum Beispiel Fahrzeuge stehlen und unbeherrlicht in die gegnerische Basis brettern. Stumpf, aber spaßig. Und weil man fast alles auf der Karte in Schutt und Asche ballern kann, ist Mercenaries bis heute ein kleiner Geheimtipp unter Zerstörungsphysik-Liebhabern. Ja, kam nie für den PC raus. Das hat dich auch frustriert. Und deswegen hast du es auch nicht gespielt. Genauso wenig wie ich. Aber das mit der Zerstörungsphysik, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Und sowas freut mich immer, weil das ist eher weniger als mehr geworden. Da wurde sich in der Phase noch mehr herangetastet. Also es wird langsam wieder mehr, aber ganz anderes Thema. Spannendes Setting auf jeden Fall. Nordkorea ist man jetzt ja auch nicht so häufig in den Spielen. Und überhaupt der ganze Ansatz vom Spiel, dass man als Söldner da unterwegs war. Man hat so Generäle getötet, aber weiß ich nicht, man hatte trotzdem recht viel Freiheiten auch für damalige Verhältnisse, recht große Levelareale. Aber auch so ein komisches Kartendecksystem. Erinnert ihr euch daran noch? Ich weiß, Steffen und Colin, ihr beide habt abgestimmt, auch gar nicht so gute Wertung vergeben. Steffen, du eine 6, du eine 7, Colin. Also ist jetzt nicht das Prachtgame. Aber vielleicht könnt ihr noch mal, falls ihr euch noch erinnert, kurz einordnen, was hat es noch mal mit diesem Kartending auf sich? Weil das war, glaube ich, ein prägnantes Spielelement, oder? Ich hatte es selbst nicht. Ich habe es bei einem Freund gespielt und ich kann mich noch daran erinnern, dass dieses Kartendecksystem so ein bisschen ähnlich war, wie diese Systeme, die wir heutzutage haben, wo man quasi sich durch eine Reihe von Henchmen durchmorden muss, um dann den Oberbösewicht sozusagen töten zu können. Wie zum Beispiel bei Schatten über Mittelerde oder so, wie das heutzutage eingesetzt wird. Und so ein ähnliches System war das auch. Und wie wir es gerade in der MAZ auch gehört haben, was halt das Spiel so besonders gemacht hat, ist, dass man, glaube ich, fast alle, wenn nicht sogar komplett alle, inklusive dem eigenen Hauptquartier, Gebäude zerstören konnte in der gesamten Spielwelt. Was auf jeden Fall für damalige Verhältnisse schon was Besonderes war. Und natürlich auch etwas, wo man sich natürlich als 14-, 15-Jähriger am meisten irgendwie rumgeschlagen hat. Aber durch die Gegend fahren und irgendwie ein bisschen was kaputt machen. Und eben diese Stealth-Mechanik, dass man eben in die verschiedenen Fraktionsfahrzeuge reingehen konnte, um dann einfach in die gegnerische Basis zu fahren, war schon interessant. Aber letzten Endes war es, glaube ich, sehr, sehr repräsentativ, wenn ich mich nicht richtig daran erinnere. Und die Story war halt komplett Bullshit. Das Spiel hat sich zwar auch nicht ganz so ernst genommen, aber dann auch immer noch zu ernst, als dass es lustig gewesen ist. Und man musste dann irgendwie sich zwischen der CIA, der russischen Mafia entscheiden und hatte dann verschiedene Missionen, die man machen würde, die aber immer nach dem gleichen Prinzip abgelaufen sind. Also, ich glaube, insgesamt ist eine 6,5 schon berechtigt, muss ich sagen. Ja, ich habe das damals getestet, deswegen Schande auf mein Haupt. Ich glaube, das ist irgendwie so mit einem niedrigen 80er damals bei mir vom Hof geritten. Und das, was jetzt so, wenn man es so beschreibt, so spektakulär klingt, ist, im Prinzip ist das die Zeit gewesen, in der extrem viele Hersteller versucht haben, langsam aber sicher diesen Open-World-Erfolgszug von GTA irgendwie mitzunehmen und auch in was zu machen. Weil am Ende des Tages, wie du es gesagt hast, vieles davon klingt spannend und toll und es hat eben so mit Stealth und solchen Schwerpunkten vielleicht das auch noch ein bisschen anders gesetzt und mit der Zerstörung. Am Ende des Tages war es aber eben, ja, so ein Open-World-Spiel, was sehr repetitiv in den Missionen war und was eben aber eben nicht diesen Value hatte im Ganzen drumherum, im World-Building, in den Charakteren und Co. Und deswegen war das schon eben einer der besseren Versuche damals, aber nicht wahnsinnig überragend. Und ich glaube, wenn man es heute spielen würde, wäre es einfach nicht gut gealtert. Also so ähnlich wahrscheinlich, wenn man GTA 3 heute in der Urfassung zählt, würde man auch sagen. Und man muss auch einfach so sagen, 2004 sind GTA Vice City, nee, wir hatten GTA Vice City schon auf jeden Fall in dem vorigen Jahr und GTA San Andreas im Jahr 2004. Die haben einfach das definiert, das Genre und dieses Open-World-Genre und was man alles in so einer Open-World alles machen kann, ne? Da kann so ein Mercenaries einfach nicht mithalten. Genau. Und da gab's dann eben so Sachen, die wir gar nicht mal auffüllen, so True Crime oder so, diese ganzen Sachen, komplett L.A. Und in der Möglichkeit waren das einfach nur leere Hülsen, weil du einfach merkst, wenn du vielleicht einfach nicht die Ressourcen dafür hast, so eine Welt mit Leben zu füllen, dann ist das halt ganz, ist der Lack schnell ab und dann macht das Gebäude abballern irgendwann auch keinen Spaß mehr. Deswegen, das war schon ein nettes Spiel, aber eben keins davon hat's ja irgendwie geschafft, wirklich Rockstar da gefährlich zu werden. Naja, das merkt man ja bis heute. Also Ubisoft wird ja dafür regelmäßig kritisiert, dass sie genau dieses Problem haben, ihre Welten so zu füllen, dass es sich eben nicht repetitiv anfühlt. Und deswegen, das ist ja wirklich der heilige Gral der Open-World-Sandbox. Und da haben die sich natürlich viel vorgenommen. Ich find's löblich, überhaupt in so eine Richtung zu gehen. Weiß ich nicht. Also ich werd's mir mal anschauen, weil es wär ja cool, ich suche immer nach so Spielen für die Skill Arena oder so. Vielleicht findet man da noch genug Sandbox-Elemente mit Zerstörung und so, dass es da reinpasst. Aber ansonsten sagt ihr schon, nicht perfekt gealtert. Und das, gut, ist hier nicht die Fragestellung, weil wir bewerten ja quasi, wie war's damals. Und ihr habt hoffentlich auch aus der Richtung es mit einer 5,8 bewertet. Also nah an uns dran. Ähm, und das ist tatsächlich auch gar nicht so gut. Das heißt, dieses Spiel wird wahrscheinlich eher weiter unten heute Abend in unserer Liste landen. Schauen wir uns doch mal an, was das Ganze dann zusammengerechnet ergibt. Weil das ist mindestens eine komplizierte Rechnung. Das ist mal richtig schön, nicht im Kopf. Das schauen wir uns hier digitalisiert auf unserem wunderschönen, von Nicola gebauten, digitalen Brett an. Und damit ist jetzt natürlich Mercedes-Benz auf der 2, ganz klar. Aber mit einer 6,15 ist bestanden. Das ist bestanden, stimmt. Das ist bestanden über den Durchschnitt. Immerhin bestanden, gerade so. Du meintest ja, du suchst ja irgendwas für die Skill-Arena. Ich würd sagen, so der geistige Nachfolger von Mercenaries ist eher so ein Just Cause. Ja, stimmt. Das geht eher mehr in diese Richtung. Und ich glaube, da auch dieses Fahrzeuge kapern und so weiter und halt auch diese stylischen Sachen, die du da machen kannst, diese Spielereien, das macht das Spiel dann auch besser. Aber gut, es kam auch ein bisschen später und hat sich jetzt auch recht gut weiterentwickelt, auch bis zum dritten Teil jetzt. Ja, absolut. Die Entwickler Pandemic Studios haben übrigens Star Wars Battlefront 1 und 2 gemacht. Haben wir auch schon in den letzten Jahren drüber gesprochen. Und die waren ja eben auch gut, also sie sind ja beliebter eigentlich als die modernen Battlefronts, weil sie es ganz gut hinbekommen haben. Viele nutzbare Fahrzeuge, also eben eigentlich die Battlefield-Formel, die auch damals schon aktiv und gut funktioniert hat, ins Star Wars-Universum zu bringen. Also eigentlich hatten die Erfahrung, die haben wir es jetzt kurz vorher rausgebracht, ist die Frage, was da schiefgelaufen ist. Vielleicht war die Vorlage eben wichtig und die war dann in dem Fall nicht da. Wer weiß das schon. Später, fand ich auch interessant, sind die jetzt noch für Destroy All Humans bekannt gewesen, was jetzt ja auch vor ein paar Jahren geremaked wurde. Ähm, aber das passt dann irgendwie wieder nicht so ins Bild. Ja, noch die Lukas-Arts-Zeit gepublished von denen damals. Ähm, habt ihr noch Punkte, die wir vergessen haben? Oder können wir dieses medium-mäßige Spiel vom Tableau wischen und vielleicht zu etwas, äh, Besserem weiter? Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, komm, komm. Ja, jetzt hatten wir schon, äh, ne, Tochter, äh, irgendwie Sohn. Und jetzt haben wir zwei Brüder, die sich wohl nicht so leiden können und ordentlich aufs Fressbrett gegeben haben. Und zwar bei Devil May Cry. 2001 startete Capcom bekanntlich seine ikonische Action-Adventure-Reihe Devil May Cry. Und der dritte Teil, der 2005 unter dem Titel Devil May Cry, Dantes Erwachen erschien, war für viele wieder ein Highlight. Zugleich war es ein Prequel und zeigte, wie Dante zu dem Badass-Dämonenjäger geworden ist, den wir alle kennen und lieben. Das Gameplay war gewohnt, schnell und intensiv. Man konnte wieder mit einer breiten Palette von Dämonen zerstörenden Waffen und Fähigkeiten um sich prügeln. Und gerade die wilde Kombination aus Schwertkampf, Schusswaffen und übernatürlichen Fähigkeiten war episch wie eh und je. Besonders für die knackigen Bossfights mussten die Kombos sitzen. Und immer wenn man die gerade verinnerlicht hatte, gab es wieder neue Skills und Movesets zu erlernen. Umgebungen und Charaktermodelle waren zeitgemäß und hoch detailliert. Und dazu kamen gewohnt treibende Musiken und Soundeffekte, die die Kämpfer auch akustisch zum Spektakel machten. Die vielen einzelnen Gameplay-Elemente harmonierten fast so gut miteinander wie Dante mit seinen beiden Pistolen Ebony und Ivory. Wie gut Teil 3 im historischen Serienvergleich abschneidet, das müssen aber andere entscheiden. Ja, 9,0 von der Redaktion. Auch eine stabile Wertung, muss man an der Stelle sagen. Ja, dieses Spiel habe ich persönlich nur bei einem Kumpel gesehen, denn ich durfte nie zocken. Das war noch so die Zeit, wenn es den Leuten, bei denen man zu Gast war, richtig Spaß gemacht hat, dann war das ein ganz eigener Kampf, ob man auch mal das Pad bekommen hat. Das heißt, ich kenn's nur vom Sehen, sollen einen recht hohen Schwierigkeitsgrad gehabt haben. Könnt ihr das bestätigen? Gibt's hier Freunde und Fans in dieser Runde gerade? Also, ich war jetzt nie ein wahnsinniger Devil May Cry-Fan. Das hat mich nie so richtig gehuckt. Weil es mir immer ein bisschen zu sehr auf diese schnelle Schnetzel-Kombo hochtreiben. Das hat mich immer eher so gestresst als total motiviert. Das aber eben liegt eher, glaub ich, in meinem Spieler naturell. Aber der Dritte war schon, der war schon richtig gut. Der hat eine vernünftige Pahlumsetzung bekommen. Wir sehen's ja jetzt auch im Hintergrund. Allein dieses Intro-Ding hat natürlich hier diesen, hat eben Dante als die coolste Socke aller Zeiten und völlig over the top inszeniert. Und trotzdem hat's irgendwie so ein Höllenthema mega gut irgendwie noch mal auf die Spitze getrieben. Das war ja wirklich, das hat Capcoms mega Qualität zu diesen Jahren auch zu inszenieren, Renderfilme rauszubringen, etc. pp. Also, das war schon nach dem zweiten Drögen-Teil, der ja wirklich mies war im Verhältnis, weil das, glaub ich, schon gilt bei vielen Fans zu Recht, glaub ich, als eine der Highlight-Teile. Weil eben alles zusammenkommt und der Schwierigkeitsgrad, das stimmt, da war echt nicht ohne. Da erinnere ich mich auch noch dran, dass das schon mich teilweise ganz schön gefordert hat. Aber es ist halt einfach so ein super krass, schnelles Hack-and-Slash, was es ja auch heute eben noch ist. Ja. Ja, von den drei Leuten, die abgestimmt haben wird, hast du eine 9 vergeben. Und damit, ja, sagst du, das Spiel ist ziemlich gut. Das Spiel ist, glaub ich, das beste Devil May Cry. Weil alles, was danach kam, war nett, aber kam nicht ansatzweise daran. Für mich ist es halt, ich hab's ja gesagt, war zu dem Zeitpunkt 16. Und das war halt eine prägsame Zeit. Für mich war halt einfach der coolste Typ überhaupt. Da kämpft er so mit den ganzen Dämonen da im Hintergrund, ohne Shirt, hat eine Pizza im Mund und fängt dann plötzlich an zu jodeln oder was weiß ich, surft dann auf einer Rakete rum, kommt zu Cerberus und sagt, komm her, Fifi und so weiter. Das waren so alles ... Zu der Zeit fand ich das megacool. Und das Gameplay war für mich einfach was ganz Neues, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nie ein Devil May Cry gespielt habe. Das war mein allererstes. Ich dachte so, oh, what the hell, was geht denn hier ab? Und ich weiß noch, dass für die europäische Version, ich glaub, die PC-Fassung, haben sie da noch einen anderen Schwierigkeitsgrad rausgebracht, weil der Standardschwierigkeitsgrad für den europäischen westlichen Markt zu schwierig war. Und die Special Edition hatte da noch weitere Features gehabt, wie zum Beispiel, dass man den Bruder von Dante spielen konnte, Virgil. Ja. Und da kamen noch einige andere Sachen dazu. Also, ich mag dieses Gameplay, ich mag die Geschichte. Das ist ja das Prequel, da wird erklärt, warum seine Detektei Devil May Cry heißt. Und ach, das ist halt so eine komplette, so eine Legacy, die grad damit beginnt und erzählt wird, die dann jetzt bis zum fünften Teil übernommen wird, weil Dante ist mittlerweile ein bisschen älter. Jetzt ist er halt einfach sozusagen der coole, betrunkene Onkel auf jeder Party. Und da sieht man, wie er früher war, als er noch jung ist. Und das hat mir vorne bis hinten sehr gut gefallen, auch die Inszenierung. Und ja, ich, großer Devil May Cry Fan. Okay, das klingt geil. Ähm, aber du sagst, man konnte Virgil auch spielen. Ja. Aber haben die nicht eigentlich irgendwie gegeneinander gekämpft? Genau. So, hab ich das verstanden? Ja. Wie hat das Sinn gemacht? Es war eine DLC-Episode. Also, ähm, storytechnisch will ich da jetzt nicht drauf eingehen, aber auch sein Gameplay ist halt ein bisschen anders. Es ist alles die Stylish-Action-Gameplay. Und zu dem Zeitpunkt hatten sie, ich hab danach die Vorgänger gespielt, da hatten sie das dann auch eingeführt, dass er dann verschiedene Stile hat. Also, er zum Beispiel, ähm, Rory Guard als Fähigkeit gab, zum Beispiel, dass er mehr dodgen konnte und dann parieren. Oder er hat dann einen Swordmaster und so, macht er mehr Moves mit dem Schwert. Der hat dann halt den Pistolero, womit er dann mehr Movesets mit seinen Pistolen macht und so weiter. Diese vier musste man damals bei den Speicherpunkten auswählen. Und später war's halt so, da konnte man die einfach wechseln mit dem Digikreuz. Und da hatten sie schon halt das Moveset von Dante etabliert. Weil sonst, in den ersten Teil war's halt so, da war's einfach nur so mit dem Schwert zuschlagen, dann gehen die Gegner hoch, dann schießt man mit den Pistolen. Also, da war's ein bisschen monotoner vergleichsweise. Und mit Devil May Cry 3 haben sie, glaub ich, so wie bei Resident Evil 4, so, okay, das ist jetzt das Devil May Cry, was wir die nächsten 10 bis 15 Jahre ziehen werden. Okay, okay. Aber dann heißt's, wir reden ja grad über Dante's Awakening, dass man Virgil spielen konnte, war wahrscheinlich in der Special Edition. Genau. Da kam ja kurz danach dann noch eben das Ding raus. Die haben nämlich auch, hab ich gesehen, Unterschied hier mit Metacritics und so. Ich hab das so ein bisschen als sehr umfangreichen DLC dann noch wahrgenommen, der da hinten dran war. Weil mich so bei der Recherche jetzt eben gewundert hat, dass dann doch eben auch noch sehr viel anderes über die Special Edition berichtet wurde. Es ist Capcom. Wir sehen's doch bei Street Fighter. Nein, okay. Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter, wenn you Challengers und so weiter machen die auch mit Resident Evil, Resident Evil 4, Resident Evil 4, was weiß ich, für die Wii, Resident Evil Mercenaries, Devil May Cry nicht anders. Also, das ist halt Capcom-Politik. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also hier, 9,0 aus der Redaktion. Metacritic steht's grade bei 84. Und ihr habt ne 7, schauen wir mal, gegeben. Denn ich glaube, wir treffen uns quasi dann ungefähr bei der Metacritic-Wertung, wenn mein Hirn da jetzt richtig überschlagen hat. Und damit kann ich schon mal sagen, ist es grade höchstwahrscheinlich Platz 2 auf unserer feinen Liste hier. Du bist heute auf jeden Fall matthemäßig guter Wahl. Ja, es waren auch alles Wild Guests. Das hätte super falsch sein können. Es wird natürlich komplizierter, so mehr Shit da jetzt gleich steht. Aber 8,2 ist auf jeden Fall gar keine schlechte Wertung. Und damit, ja, sind die Leute, sind wir uns wieder als Gesamtkonglomerat hier der Bewertenden von euch da draußen und wir hier recht einig, muss man sagen, dass ich find das mal schön, wenn man sich eigentlich so in der Mitte trifft, dann ist ja an allem was dran. Und wenn's dann sogar noch mit dem, was die gesamte Welt, die gesamte Internet- und Presselandschaft sagt, auch noch ungefähr übereinstimmt, dann machen wir hier, glaub ich, mit unserem System einiges richtig. Das hast du ja schon gesagt. Ich bin eigentlich sehr schön für uns selbst. Ja, also, wenn wir mal auf die Schulterkopf gehen, weil natürlich, das kann man jetzt schon mal an die VOD-Zuschauer dann später sagen, haut natürlich wie immer gern in die Kommentare, welche Spiele wir hier, ja, vergessen haben. Natürlich nicht, wir müssen uns ja 25 entscheiden. Aber welche ihr unbedingt gern gesehen hättet, weil ihr sagt, das war aber damals mein subjektives Superspiel und warum war das eigentlich nicht in der Liste? Dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen, denn es ist klar, das wir nicht alle reinnehmen können. Ja, aber das waren jetzt die ersten drei Spiele, Leute. Und wir verschnaufen an der Stelle schon mal kurz. Aber es folgen noch einige. Macht euch bereit, holt euch auch noch ein schönes Kaltgetränk bei diesen warmen Temperaturen. Wir sind gleich hier nach einer kurzen Werbung wieder für euch da. Und da sind wir auch schon wieder zurück, hier beim Spielejahr 2005. Ja, äh, weiter im Text. Ich glaube, jetzt kommt etwas, wo ganz, ganz viele von euch da draußen mir zustimmen würden, aber bestimmt hier auch in der Runde. Und zwar, dass Ubisoft doch endlich mal sich da wieder dran setzt, das Franchise wiederbelebt und endlich mal einen weiteren Teil raushaut. Ihr könnt jetzt gleich während der Mats schon mal voten. Und jetzt gucken wir uns mal an, was einer der besten Splinter Cell-Teile war und wie er aussahm. In den 2000ern war das Schleichtgenre mit Marken wie Thief, Deus Ex, Metal Gear und Co. noch gut im Saft. Und eine weitere Marke war 2005 für ihre kompromisslose Stealth-Action bekannt. Tom Clancy's Splinter Cell. Auch wenn Sam Fisher selbstständig darüber scherzt, dass er eigentlich alt geworden ist, so merkte man dies dem dritten Teil der Serie nicht an. Die Mischung aus Schleichen und Ballern, dem Einsatz verschiedenster Spionage-Gadgets und der typischen Tom Clancy-Story funktionierte hier besser denn je. Weshalb Chaos Theory bei einigen Fans sogar als bester Teil der Serie gilt. Man konnte sich außerdem nicht nur durch eine Singleplayer-Kampagne wühlen, sondern erstmals auch im Koop mit Freunden von Schatten zu Schatten tänzeln. Obendrein wurde der Versus-Modus aus dem zweiten Teil Pandora Tomorrow aufgewertet. Wer also nicht darauf warten möchte, dass Ubisoft irgendwann mal die Serie wiederbelebt, findet mit Chaos Theory auch heute noch eine gut gealterte Stealth-Perle. Jemand sehr streng. Ja. Aber ob's eine gut gealterte Stealth-Perle ist, das wissen wir nicht, weil wir haben's jetzt auch natürlich länger nicht gespielt. Und das wollen wir in diesem Format eigentlich gar nicht erörtern, sondern war es damals gut. Und damals war das wirklich, wirklich eine Stealth-Perle. Das kann man sagen. Und wie geil, bitte. Ich hab das damals auch so viel mit Freunden im Splitscreen gespielt. War das doch für Zeiten, wo man nicht über irgendwelche Leitungen verbunden war, sondern einfach nur zusammen auf irgendeinem heimischen Bett bei jemandem im Splitscreen sich da durchgeschlichen hat. Ich hab's im Laden gespielt, weil ich's nur auf dem PC hatte. Ja, genau, ich auch. Ja, auch da. Aber auch allein, dass Splitscreen möglich war bei so einem Spiel, das war einfach mindblowing. Ja gut, wir sehen natürlich auch die Bildrate. Ja, klar, zu einem Preis. Aber den hat man gern gezahlt, weil das war einfach cool, dass du mit einem Device zusammen was zocken konntest, was eigentlich ein Singleplayer-Ding war. Ja, was habt ihr sonst noch für Erinnerungen an dieses famose Spiel? Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass mir damals die Kinnlein runtergefallen ist, als ich's gespielt habe. Weil natürlich ist es hauptsächlich dunkel. Das heißt, man sieht hauptsächlich entweder durch Grün, durch einen Grünfilter oder durch diesen Thermalfilter. Das heißt, von der Grafik hat man jetzt nicht immer so viel. Aber trotzdem, ich glaube, vielleicht ist es jetzt auch sehr peinlich für mich, wenn ja, schreibt's in die Comments. Die erste Szene oder das erste Level beginnt an so einem Strand mit so einem Leuchtturm. Und das war absolut krass. Es hat geregnet und alles hat geglänzt. Genau, alles hat geglänzt, die Lichteffekte. Alter, das war der absolute Wahnsinn. Und Stan Fischer hatte ja auch immer diesen schwarzen Neoprenanzug an und der hat geglänzt und sein Nachtsiegel hat geleuchtet. Und das war einfach, oh, es sah so gut aus. Und es ist, was die Schleichmechaniken angeht, eine der besten Spielserien, die es einfach gibt auf dem Markt. Damals war es schon gut. Ich würde behaupten, heutzutage ist es immer noch extrem gut. Er kann auch so was wie Assassin's Creed nicht 100 Prozent mitreiten, wie ich finde. Weil es einfach so einen Detailgrad aufgewiesen hat mit der Beleuchtung, mit den verschiedenen Gadgets, die du einsetzen konntest, um Licht zu manipulieren, um Gegner zu manipulieren und so weiter. Das war einfach großartig. Der Multiplayer-Modus war auch super. Den hab ich bei Don't Tomorrow sehr viel gespielt, hier dann nicht mehr so viel. Aber der hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das hat einfach so ein gutes Gesamtkonstrukt ergeben, dass ich auch heutzutage immer noch, wenn mir jemand sagen würde, hey, mit welchem Splinter Cell-Teil würde ich denn an solchen anfangen, dem würde ich immer noch Chaos Theory geben. Weil ich glaube, die älteren Teile sind nicht mehr ganz so gut gealtert. Aber Chaos Theory kann man heute immer noch supergut spielen. Ja, seh ich genauso. Also Case Theory ist, glaub ich, von den ersten Dreien, würd ich sagen, halt der beste Teil. Weil der erste war halt erst mal so, oh, das ist was ganz Neues, wir kennen das nicht. Wir kannten vorhin Metal Gear und jetzt kommt jemand anderes und versucht ein Stealth-Game zu machen. Der zweite Teil war vergleichsweise enttäuschend, weil da hatten die einfach nur wenige Moves hinzugefügt. Sam Fisher kann jetzt pfeifen, Sam Fisher kann den Swat-Move und dreht sich. Und die größte USP beim zweiten Teil war tatsächlich der Multiplayer. Und hier war's halt einfach so, hier haben sie so viele neue Sachen hinzugefügt. Also die Unreal 2-Engine, glaub ich, die sie damals benutzt haben, ist mittlerweile 2.5 gewesen. Man sieht halt diese ganzen neuen Glanzeffekte. Sam hat leider immer so ein Duckface gehabt, also wirklich so ein bisschen Botox. Also ist auch so ein bisschen Schuld der Zeit, weil, gucken wir uns mal die Far Cry-Spiele an, die sahen ja auch alle wie Action-Man-Figuren aus. Und ganz wichtig auch noch, damals gab's ja diesen Lichtsensor, auf den man achten musste. Im dritten Teil haben sie noch einen Geräuschsensor hinzugefügt, dass man auch darauf achten muss, dass man nicht zu laut ist. Und er hat noch ein taktisches Messer dazu bekommen, wo man auch entscheiden konnte, okay, verhöre ich den Gegner und bringe ich den um? Oder verhöre ich den Gegner? Oder hau ich den einfach nur K.O.? Und das ist ja die Geschichte mit ganz ... Warum es Chaos-Fury ist. Alles, was du machst, hat Konsequenzen über das gesamte Level. Eine Wache findet irgendwie eine Leiche oder einen bewusstlosen Gegner. Mission ist nicht vorbei. Die haben sich sogar darüber lustig gemacht im Spiel. Und am Ende so, nee, die ziehen jetzt einfach dickere Kleidung an. Das heißt, die werden dann immer dicker und dicker bewacht. Und die Mission wird dann halt einfach immer schwieriger. Also, und noch ganz, ganz wichtig, das ist auch so eine Sache, die mir dann aufgefallen ist. Die hatten damals einen Teaser für die TV-Serie angekündigt, der nie erschienen ist. Der war auf der Disc. Ich hab mir den angeschaut und dachte so, okay, kommt jetzt demnächst, Splinter Cell, die Serie. Nie erschienen. Und auch noch ganz problematisch auf dem PC, der Kopierschutz. Da ist ein ganz beschissenen Ubisoft-Kopierschutz reingeschrieben. Oh, stimmt. Wo du nur eine begrenzte Anzahl von Splinter Cell installieren konntest. Das war so ein fieser Trend, der sich da mal, der da sich losgetrennt hat. Ja, genau, der hat angefangen. So wie so ein Installations-Disc. Und dann hast du die andere Disc, die du nur eingefügt hast, nur zum Spielen. Und irgendwie musstest du noch eine Internetverbindung herstellen. Ah, grap. War das schon, ist das Star Wars? Es gab irgendwann mal eine Zeit, wo dieser richtig harte Kopierschutz rauskam, wo alle Leute sich super beschwert haben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es das war. Ich weiß nicht, den hab ich wahrscheinlich verdrängt. Ja, der Chat wird mich korrigieren. Wahrscheinlich ist es nicht Star Wars. Ja, apropos der Chat. Sekurom. Sekurom. Ja, vielen Dank an den Chat für diese Information. Und natürlich auch für eure Votings. Denn ihr habt uns zum ersten Mal überboten quasi. Wir als Redaktion sind hier bei einer 8. Und da sieht man schon, ihr bei einer 8,2. Ist aber noch, kann man sagen, sind wir uns einig. Sehr, sehr nah beieinander. Wirkt sehr akkurat. Und das kann jetzt ja wohl jeder ausrechnen. Glaube ich. Ich werfe einfach mal eine 8,1. 8,7? Ach so. 9 irgendwas? Ja, ich muss doch hier als Mathe-Genie heute. Ja, ja, aber du glänzt ein weiteres Mal. Ja, ja, definitiv. Wahnsinn, oder? Colin, hast du es auch damals gespielt? Nee, ich hab's damals, ich glaube, angezockt, so aus kurzem Interesse. Aber ich hab's nicht wirklich gespielt. Aber alles, was ich hier höre von euch, geht in mein Erinnerungsarchiv. Von wegen, was so Kollegen, Freunde damals dazu sagten, dass es das war. Und die Koop-Varianten, späterer Teile, die hab ich dann eben auch sehr genossen. Und fand gerade dabei eben cool, will ja jetzt gar nicht so stark drauf eingehen, aber auch gerade das mit Headset und eben an getrennten Orten zu spielen, das hat diesen Feeling, du musst mir ein bisschen beschreiben, was du gerade machst. Hilf mir mal eben, Kamera ist aus, jetzt gehst du da hin. Weil die waren ja echt knifflig, in meiner Erinnerung zumindest, und waren sehr ausgefeilt. Und das war dann irgendwie nochmal doppelt geil. Und das ist sehr, sehr schade, dass die daraus irgendwie, ja, nicht mehr machen konnten. Ja, ja, ja. Man konnte sich ja gegenseitig boosten erst mal, okay, ganz easy, oder rüberwerfen. Ja, richtig, Alter. Und was ich sehr, sehr cool fand zu dem Zeitpunkt, weil ich hab zu dem Zeitpunkt irgendwann, ja, Mission Impossible kam ich schon ein paar Jahre vorher raus. Du konntest deinen Kameran dann runter abseilen, damit er dann PC hackt und so weiter. Und das waren halt so Mission Impossible, was du nachspielen konntest. Und ich dachte, oh Gott, ist das Spiel gut. Also Ubisoft. Ich versteh das auch nicht, warum man da, man hat das so in der Schublade liegen. Man müsste es nur rausholen und ein ordentliches Team dransetzen. Klar. Kommerzielle Erwartungen. Naja, das ist halt das Schwierige. Aber Ubisoft und Remakes, wir wissen ja, wie's aussieht. Prince of Persia ist jetzt irgendwo in der Entwicklungshölle. Ja. Wobei hat man da nicht grad was von gesehen? Ach nee, das war Neues. Nee, Sands of Time. Das meinst du, ja. Völlig richtig, stimmt. Das ist ja irgendwo in Indien in Entwicklung gewesen. Ja. Ja. Ja, ja. Mal gucken. Du, das ist leider schade. Und ich glaube, wir warten jeder E3 drauf, dass dann, ich erinnere mich, das muss ich auch ganz kurz sagen, so oft haben wir hier gemeinsam irgendwas geguckt. Und dann war immer irgendwie Sam Fischer kam rein und alle, wow, Splinter Cell. Und dann war das nur irgendwie, er ist jetzt auch, er ist jetzt auch, er ist jetzt wieder bei Rainbow Six Siege. Ja, genau, er ist jetzt ein Operator, er ist jetzt ein Pokémon dort. Also überall ballern sie den rein. Nein, aber geben ihm kein eigenes Spiel mehr. Lass den Mann doch wieder schleichen, du bist auch, bitte. Und holt Michael Ironside dazu. Ja. Also er lebt ja noch, deswegen, er hat so gute Arbeit gemacht als Synchronsprecher von Sam Fischer. Den sechsten Teil hat's ja nicht mehr gemacht. Ja guck, er kann's sogar wieder machen, theoretisch, wenn er noch lebt. Das wär ja dann ganz wünschenswert für die Fans gemacht. Die haben ihn ja nicht gefragt für den sechsten Teil. Das ist ja eine Frechheit. Wer weiß, was da wieder hinter den Kronisten abgelaufen ist. Naja, das war auf jeden Fall die große Zeit damals von den Splitter Cell Games, auch die Jahre drumherum und ebenso von den Star Wars Spielen, die haben wir jetzt in den vergangenen Spielejahren schon häufiger gesehen. Das war eben noch die große LucasArts Zeit, wo auch ordentlich qualitative Spiele rausgeballert wurden und damals gar nicht so durch die Decke gegangen, aber ich würde sagen aus heutiger Sicht ein ziemlicher Geheimtipp für auch Freunde der ganzen Klonkriege und der begleitenden Serie Star Wars Clone Wars, Star Wars Republic Commando. Noch bevor im Mai 2005 Star Wars Episode 3 über die Kinoleinwände flimmerte, wurden wir von LucasArts mit einem waschechten Singleplayer-Shooter beglückt. Star Wars Republic Commando. Dabei schlüpfte man in die Rolle von Delta 38, einem Klon der Truppen der Galaktischen Republik. Doch das war natürlich nicht irgendein Klon, sondern der Anführer des Delta-Teams. Einer Spezialeinheit für besonders gefährliche Einsätze. Zudem hatte man die Kontrolle über drei weitere, erstaunlich interessante Klonkameraden, die einen auf dem Weg quer durch die Galaxis begleiteten. Und natürlich wurden dabei altbekannte Orte des Star Wars Universums abgeklappert. Von den Wüsten Geonosis, über einen geisterhaften Sternenkreuzer bis hin zur Wookie-Heimatwelt Kashyyyk. Man ballerte sich durch Droidenarmeen, hackte Türen und lauschte den Gesprächen der Klone. Durch die ordentliche Präsentation und die Funksprüche hatte man dabei ein schönes Mittendrin-Gefühl. Insgesamt war Republic Commando aber nur ein gut gemachter Shooter mit sehr linearen Leveln und kaum taktischem Anspruch. Auch das offene Ende wird wohl niemals mit einem zweiten Teil abgeschlossen. Denn nach dem Kauf der Star Wars Lizenz durch Disney wurde Republic Commando aus dem offiziellen Star Wars Kanon gekickt. Ja, wie so vieles Gute leider aus dem Kanon verschwunden. Aber ey, ich als großer Star Wars Fan mach mir da meinen ganz eigenen Kanon. Ist mir egal, was Disney da rauskickt. Ich will die guten Sachen für mich immer noch in diesem Universum und in meinem Kopf behalten können. Ich hab Republic Commando tatsächlich vor einem Jahr oder so nochmal gereplayt. Nicht ganz durch, aber kann deswegen sogar ein bisschen bewerten, wie es gealtert ist. Aber das eher zum Schluss, wie war es denn damals? Und da war die Mittagkritik auch gar nicht so hoch mit 78. Also jetzt nicht schlecht, aber auch jetzt keine 92 oder so, wie gerade zum Beispiel Splinter Cell. Ich glaube, das lag damals schon daran, dass das nicht unbedingt das Interessanteste für die Leute war, was man im Star Wars Universum sehen wollte. Zumindest aus Sicht des Mainstreams, behaupte ich jetzt. Weil es waren halt nur die Trooper, die im Prinzip ja geklont tausendmal da waren. Aber was so interessant an dem Spiel war, war eben dieses Teamgefühl und wie man seine Leute kommandieren konnte. Was ich noch reingeben kann, was ich sowohl damals als auch heute die größte Schwäche eigentlich fand, war, dass man, wie Micha Zweinermatz sagte, bekannte coole Schauplätze besuchen konnte. Aber die, das Level-Design war nicht ultra klug und auch recht repetitiv. Also gerade auf Geonosis hast du eine, es ist immer die gleiche doofe Steintextur und die gefühlt läufst du im Kreis, obwohl du nicht im Kreis läufst. Also du kriegst kein gutes Gefühl für die Orientierung dort und so. Und du willst ja auch, ja gerade bei so einem Franchise, was man liebt, will man ja auch was Neues entdecken, was die Filme vielleicht noch nicht genau gezeigt haben. Und das sah irgendwie alles gleich aus. Und das war der enttäuschendste Part. Aber wenn einem das nicht wichtig ist, spielerisch ein sehr guter Shooter, der auch taktisch einen herausgefordert hat. Ihr beide habt es, glaube ich, auch bewertet. Wie ist eure Meinung dazu? Eines der besten Star Wars-Spiele überhaupt. Also ich find's einfach, das wurde zum Beispiel gar nicht erwähnt, ihr spielt zwar Kommandos, aber die Waffe, die war ja modular. Du konntest jetzt aus dieser einen Waffe eine Shotgun machen, einen Granatwerfer machen. Nee, nicht Shotgun, einen Granatwerfer und ein Snipergewehr draus machen. Also der hat dieses Ding immer super schnell umgesteckt und hat dann dementsprechend immer die Waffe zu der Situation angepasst. Du hattest diese Hologramme gehabt, wodurch du dann halt deine Brüder oder die anderen Kommandos hingeschickt hast, was dadurch ein bisschen an Taktik verloren hat, weil du hattest immer nur vorgegebene Plätze gehabt, wo dann deine Charaktere hinlaufen konnten. Und was ich auch ganz besonders zu dem Zeitpunkt fand, war der Visor. Das heißt, die Ölspritzer oder die Blutspritzer, die rauskamen, die wurden dann mit so einem Fenster, so einem Wisch-Effekt dann einfach weggemacht und das sah einfach gut aus. Auch die Geburt der Klone. Oh ja, das war gut. Also Prolog fand ich Hammer. Und dann diese Musik, dieser Männerchor, der dann so die Geburt der Klone zelebriert und so weiter. Das ist halt so, ich guck mir das manchmal nochmal an oder hör die Musik und hab einfach Gänsehaut, weil ich auch diese Bilder direkt vor den Augen habe und denk mir halt einfach so, Alter, macht eine Serie zu den Republic-Kommandos, aber das Einzige, was wir bekommen, ist einfach, oh, ab und zu sehen wir ein Republic-Kommando hier in Mandalorian zum Beispiel als Gastauftritt irgendwie und dann heißt es, oh, okay, die Kommandos sind doch irgendwie Kanon, irgendwie ist davon noch einer am Leben und so weiter. Das war auch das Besondere, dass dann die Synergie zwischen denen war. Das war so ein bisschen wie die Teenage-Mythen Ninja Turtles. Du hattest den Anführer, du hattest den Typen, der ein bisschen Witze reißt, du hast den Serious-Dude und du hast den Techniker. Den Hot-Head, so, genau, ja. Und die haben zwar, das wurde auch irgendwie erzählt in der Lore, dass, ja, das sind die Kommandos, die sind im Gegensatz zu den üblichen Troopern, haben sie irgendwie, ähm, eigenen, eigene Persönlichkeit, eigenen Charakter, weil das dadurch dann viel besser ist. Sie können damit dann besser taktieren und so weiter. Ich hab das alles aufgesogen und akzeptiert und sehr viel Spaß damit gehabt. Multiplayer war einfach nur mau, also der war einfach irrelevant. Ja, total. Hättest du da einen Koop-Multiplayer gegeben, das wäre wirklich das beste Spiel aller Zeiten gewesen. Oh, ja. Den gab's da ja nicht. Ähm, ich kann allem komplett zustimmen, was wir gerade gesagt haben. Vielleicht noch zu deinen Punkten, die du gesagt hast, Valentin. Ich glaube, das große Problem war tatsächlich Geonosis, der erste Planet und die erste, das erste Drittel des Spiels war tatsächlich sehr, sehr repetitiv. Und wenn man das aber überstanden hat, wenn man Geonosis durchgestanden hatte, dann hat sich das Spiel richtig gut geöffnet. Aber dann kam man auf diesen, ähm, auf diesen Sternenzerstörer, der erst mal so komplett leer im Weltall hing. Und man ist einfach nur durch leere Gänge gegangen und hat die ganze Zeit irgendwelche Funksprüche gehört. Und irgendwie Leute, die gerade von irgendwas abgeknallt wurden, du wusstest nicht warum. Also es war so zeitweise, das war mega atmosphärisch. Wurde so ein bisschen zu so einem Horrorgame teilweise. Und dann auf Kashyyyk, wo halt dann wirklich der, das Ganze so eine Art Kriegsfilm geworden ist, wo die Leute so ein bisschen versprengt waren. Und, äh, wir haben's auch kurz gesagt in der Mads, das Ende, ähm, nachdem einem die, die, diese ganzen Klonkameraden so sehr ans Herz gewachsen sind, weil die eben, wie du schon gesagt hast, so einen eigenen Charakter hatten, dann diese Herz zerreißen, das Ende, wo man Leute zurücklassen musste, man ist dann so weggeflogen und dann ging's los mit hier, äh, Order, äh, 66. Mhm, 66, ja. Ja, ja. Doch, 66, ja, genau. Dann ging's los mit Order 66 und man hat schon gemerkt, dass die Klone eigentlich gar keinen Bock darauf haben und sich eigentlich so ein bisschen dadurch, dass sie halt so individualistisch sind, so gegen diese Order wehren wollen und dann zack, Ende. Ja. Ist auch so cool, da kommt ja irgendwie dieser Moment so, ey, ich nehm mit dem Befehl nicht an, ich mach das, ich nehm's nur an, wenn's von Yoda kommt. Ja. Und du kommst erstmal nach Yoda als Hologramme und sagst dann, ja, ja, nee, ihr müsst diese Mission jetzt noch zu Ende machen. Und es war ja auch, zu dem Zeitpunkt kam ja Episode 3 raus und das war ja, ich glaub, kurz bevor Episode 3 erschienen ist, deswegen war es so ein ganz guter, so ein Teast für Episode 3, deswegen auch, was erwartet uns, oh, es kann sein, dass sie auf Kashyyyk sind, die haben ja nichts davon gesagt oder gezeigt oder gespoilt oder so, sondern die haben einfach Schauplätze nochmal besucht, die dann halt in den alten Teil da waren, das mit diesem Verlassen im Raumschiff, das war halt, ja, zwischendurch so, ja. Zwischendurch und dann Kashyyyk. Ja. Stimmt, also das wusste man damals dann natürlich noch nicht, aber guter Teaser, weil das sehen wir ja dann in Episode 3 das erste Mal in Planeten und deswegen auch cool, sich da mal ein bisschen bewegen zu können, weil auch die Szenen waren ja im dritten dann doch recht spärlich, davon hat man jetzt ja auch nicht super viel gesehen. Aber ja, vielleicht war es eine kleine Soldatenbewährungsprobe, dass man erstmal durch den Krieg auf Geonosis sich durchkämpfen musste, um dann die cooleren Missionen zu bekommen, so, Soldaten, das ist ja kein Zuckerschleck, hab ich gehört. Ich hab heute immer das Geräusch im Kopf, wenn man mit seinem Messer so einen Druiden haut und dann so, macht und so umkippt. Stimmt, es kommt immer dieser gleiche Sau, heute gäbe es da so eine dynamische Varianz, damals war es wirklich, du hattest das auswendig im Kopf. Das Messer war die mächtigste Waffe aller Zeiten, großartig. Stimmt, der hat immer nur so einen Spieß gehabt, ne? Ein bisschen OP fast schon, ja, ja. Geil. Ja, nicht ganz so krass wie der Nahkampf bei Halo Infinite, aber ich frem schon so ein bisschen daran. 7,8 sagt ihr da draußen für das Spiel. Wir mit unserem 8,5 waren da ein bisschen weiter weg diesmal, aber das gibt doch irgendwas im 8-Komma-Anfangsbereich. Okay, ja. Kurz noch Korrektur, es war Bad Batch, wo dann Kommandos vorkamen. Oh ja, genau, richtig. Aber da hat man Scorch, glaub ich, nochmal gesehen. Ja, genau, und das ist auch am ehesten die Serie, die das Gefühl von so einer Truppe und du bist da drin und kennst alle Charaktere so verkörpert. Aber ich will nicht die Bad Batch haben, ich hätte ja einfach die Republic-Commandos gern gehabt als Serie. Aber das ist doch für die Neuen, die jetzt erst einsteigen, die kennen doch das nicht mehr. Du bist der alte Hase, das verstehe ich. Ja, und auch bei Bad Batch, die Dynamik von denen ist identisch. Ja, das glaube ich. Die nehmen immer die Ninja-Turtles und packen sie einfach irgendwo anders rein. Ja, weil es funktioniert. Bad Star Wars, ja. Ja, weil es funktioniert. Also, bei mir hat es ja auch funktioniert, ich mochte Bad Batch. Ähm, aber genau deswegen, weil Republic-Commandos das schon gut gemacht hat und wo reiht es sich denn hier ein? Zack, genau in die Mitte, aktuell. Chaos Theory. Okay, das ist krass. Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Das überrascht mich auch ein bisschen, weil ich wusste nicht, wie viel tatsächlich dran ist aus dieser Sicht, auch dass die Leute, ich hab nämlich echt das Gefühl, der Ruf ist gewachsen, also dass heute mehr Leute sagen, nee, nee, aber erinnert ihr euch noch? Nee, hast du nicht gezockt? War ein super Spiel, hol das nach und so. Glaube ich auch. Das höre ich echt immer häufiger und der Chat scheint das hier selbstbewusst zu bestätigen. Coole Sache. Man muss auf jeden Fall auch sagen, Star Wars Public Commando ist auch heute noch einzigartig, weil es sowas eigentlich nicht so richtig gibt. Ja. So einen Story-basierten Taktik-Shooter im Star Wars-Universum gibt es sonst nicht. Das stimmt. Und deswegen können sich, glaube ich, viele Leute noch sehr positiv dran erinnern. Und das ist vor allem auch gut funktioniert mit dem, also die Mechanik, das probieren viele Spiele und das funktioniert nie, also häufig nicht so toll, wie man es gerne hätte, dieses Kommandieren und dann macht die KI auch wirklich das und so. Also ich finde, das hat da gerade für die Zeit ganz famos funktioniert. Ja, von einem Schlachtfeld zum anderen, Brothers in Arms, da erinnere ich mich noch, dass ein Kumpel, wir waren ja noch nicht 18, wie wir eben festgestellt haben, der wollte dieses Spiel unbedingt haben. Und wir haben eine Messe besucht, ich glaube, es war die CeBIT oder so, wo Games gar nicht so typisch waren, aber da haben wir recherchiert, da kann man schon Brothers in Arms spielen. Ich habe mich null dafür interessiert, deswegen habe ich dem Kollegen nur über die Schulter geschaut, aber er hat sich sehr darauf gefreut und war später ein bisschen enttäuscht. Wie das aussah, wer sich nicht daran erinnert, wir schauen mal rein. Mit dem Erfolg von Call of Duty brach bekanntlich eine Welle der Weltkriegs-Shooter los. Doch das von Gearbox entwickelte Brothers in Arms Road to Hill 30 war angenehm anders. Auch wenn man hier wieder den D-Day nachspielte, so war das Spielgefühl spürbar langsamer und die Erzählweise ernster. Die Hauptrolle spielte Sergeant Matt Baker, der einen kleinen Truppsoldaten durch die besetzte Normandie führt. Man rannte aber nicht Hals über Kopf auf die Gegner zu oder Schmiss mit Granaten um sich, sondern traf stattdessen auf feindliche Trupps, die gezielt Deckung suchten. Nur mit einer Kombination aus Deckungsfeuer und Flankieren konnte man sie effektiv ausschalten. Und zudem hatte man die Kontrolle über weitere Soldaten, die auf Befehl Deckung suchten oder Sperrfeuer gaben. Brothers in Arms Road to Hill 30 fühlte sich eher an wie ein spielbares Band of Brothers. In Zwischensequenzen wurde die Härte des Krieges gezeigt und die Teammitglieder wuchsen einem mit der Zeit ans Herz. Kritik gab's allerdings an dem repetitiven Gameplay-Loop. Ein Strategiewechsel innerhalb der Gefechte war selten nötig. Mit über 1,7 Millionen verkauften Exemplaren war das Spiel aber immerhin so erfolgreich, dass es insgesamt neun Fortsetzungen bekam. Zumindest wenn man die Mobile-Ableger dazu zählt. Ja, so sah Brothers in Arms aus. Und ihr denkt jetzt vielleicht so, ja, packen die jetzt alle Soldaten-Shooter mit so Taktik und Teamkommandier-Kram hintereinander. Nee, wir gehen ja hier in dieser Sendung chronologisch nach Releases. Das ist absoluter Zufall, dass das einfach direkt danach folgte. Das ist ein gutes Dia, muss ich sagen. Colin sitzt hier bisher so, ja, Resident Evil, mh, alles andere. Naja, weil ihr meint, mein persönlicher König ist oben und bisher noch unangetastet. Schlappt doch vielleicht recht. Ja, das ist doch bisher für dich schon mal ganz gut gelaufen. Bisher, das ist alles gute Titel, auch wenn ich sie nicht alle gespielt habe. Also auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne an diesem Format, man erweitert ja auch immer ein bisschen seinen Horizont, lernt vielleicht ein paar kennen, die damals ein bisschen, zumindest spielerisch an einem, vorbeigegangen sind. Man kann ja auch noch Dinge nachholen. Ihr beide habt's damals gezockt und auch bei uns hier bewertet, so, dass wir auf eine 7,7 mit der gesamten Redaktion gekommen sind. Was habt ihr für Erinnerungen an dieses schöne Spiel? Ähm, die Grundidee hinter dem Spiel war großartig. Für alle Leute, die Call of Duty mochten, aber irgendwie ein bisschen mehr Anspruch wollten, war Band of Brothers eigentlich immer die Marke, zu der man dann gegriffen hat, nachdem Road to Hill 30 rauskam. Weil's eben ein bisschen anspruchvolleres Gameplay hatte, jetzt nicht so super anspruchsvoll, wir haben's grad in der Matz gehört, das war schon durchaus repetitiv. Dadurch, dass man nur diese zwei Squads hatte, die man links und rechts hinschicken konnte, und es war immer gleich ... Genau, es war immer Pressure und dann mit Tankieren. Und dann linksrum, alles klar, tot. So, und das war auf jeden Fall repetitiv. Ähm, die Story war tatsächlich großartig und, ähm, war tatsächlich ein spielbares Band of Brothers. Ich hab mich gar nicht dran erinnert, dass Band of Brothers vor dem Spiel rauskam, aber kam's tatsächlich. Anfang 2000 kam's raus. Ich dachte nicht mehr, das ist so alt, das ist so alt, das Band of Brothers. Kurz nach Saving Private Ryan kam dann Band of Brothers. Genau, und, äh, dementsprechend fand ich, ähm, das Spiel großartig, weil ich einfach ein Fan von Taktik-Shootern bin. Ähm, mir haben aber spätere Serienteile auf jeden Fall deutlich besser gefallen. Man merkt auch hier in der Matz, die Optik war schon nicht mehr so geil, wenn man vorher, ähm, das auch so ein bisschen vergleicht mit Republic Commando, sah Republic Commando schon so ein bisschen schärfer aus. Und deswegen find ich's auch fein, dass es hier erst mal von uns so eine 7,7 bekommen hat. Mhm, mhm, mhm. Aber du sagtest, die spätere Teile wären besser, welcher von den neun? Ah, hinterm Blatt kam danach, hast du den Kameraden gespielt, der hieß Red, und dann gab's noch einen in Unreal 3 Engine, das ist alles Unreal 2, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, wie hieß der denn? Wo sie in den Niederlanden gespielt haben. Der war sehr gut. Der war sehr gut, weil da gab's, wie soll ich sagen, mehr Skriptsequenzen, die dann sinnvoll waren. Zum Beispiel haben dann Zivilisten dann gesagt, hey, da hinten auf dem Feld, ne, einfach nur hingedeutet, da sind die Deutschen versteckt. Und dann konnte man auch hinschießen, und dann sieht man die Leute dann herumrennen. Oh, okay, das ist cool. Der war wirklich sehr, sehr gut. Der war echt gut, aber hatte sehr steife Gesichtsmimiken gehabt, dafür, dass es Unreal 3 war. An den kann ich mich recht gut erinnern, weil ... Heads Highway. Heads Highway, ja. Danke, Chad. Weil ich zu dem Zeitpunkt, ich glaub, ein oder zwei Jahre vorher Full Spectrum Warrior gespielt habe. Oh ja. Und das war dann so die Mischung aus Full Spectrum Warrior. Full Spectrum Warrior war damals auch so ein Militärtaktikspiel in einem fiktiven, ähm, osmanischen Staat, wo man mit amerikanischen Soldaten so auch flankiert hat, angegriffen. War das nicht Irakkrieg? Die haben es Zekistan genannt. Ah, okay, gut. Das sah eindeutig nach Irakkrieg aus. Irak oder Afghanistan, eins von beiden sollte es sein. Und das war ja, glaub ich, auch so eine Art Trainingssimulation gewesen für die Marines. Mhm. Und die haben das dann als Videospiel umgesetzt. Aber da war's halt auch immer nur so flankieren und hinlaufen, schießen. Aber nicht selbst schießen, sondern da haben sie von alleine geschossen. Und hier bei Brothers in Arms war's halt anders. Da konntest du selbst noch zum Gewehr greifen und schießen. Aber hast ja kaum was getroffen. Weil es geht ja nicht darum, dass du selbst als Ein-Mann-Armee da alle zerstörst, sondern es geht eher mehr um die Taktik. Und dass du vielleicht, wenn die Gegner wirklich sehr nah dran sind, im letzten Moment dann eher noch abdrücken kannst. Und das hat's dann schon ein bisschen besonders gemacht. Okay, cool. Stimmt, da erinnere ich mich auch noch. Bei Call of Duty hast du ja dieses direkte Treffer-Feedback. Du zielst auf etwas, schießt und die Person fällt um. Hier war's so, das Gewehr hat's irgendwie die ganze Zeit so ... Wirklich so richtig hart rumgeswayt. Und es war wirklich sehr, sehr schwer, da wirklich was zu treffen, wenn du mehrere Schüsse in der Hand gegeben hast. Was natürlich den Realismusgrad ein bisschen simuliert hat. War jetzt nicht, trotzdem nicht super realistisch. Aber stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Das war anstrengend. Und auch historische Figuren haben die auch mit eingebaut. Also es gibt ja diesen ausgebrannten Panzer, der in dieser Mission da war. Und dann hab ich irgendwie gelesen, dass es ja wirklich so ein echter Panzer gewesen ist, der dann ausgebrannt ist. Aber die den Leichnam von der Person, der da oben drauf war, einfach nicht entfernen konnten. Weil der Panzer zu heiß war zu dem Zeitpunkt. Und das haben sie auch thematisiert. Wir sehen den Panzer hier, grad den Sherman-Panzer, der dann getroffen wurde. Und dann sehr viele Bataillone dran vorbeigegangen sind. Und diesen Panzer dann auch gesehen haben. Mit der Person oben drauf. Und das ist dann auch Teil in diesem Spiel gewesen. Ja. Das ist ja für den ganzen Realismusgrad und die Immersion halt auf jeden Fall förderlich. Gerade wenn man sich vielleicht eben mit der Thematik aus Interesse historisch auseinandergesetzt hat. Ist natürlich schön, wenn man sowas da wiederfindet. Und ja, aber wir haben als Redaktion entschieden, gemeinschaftlich, 7,7. Ist jetzt nicht die allerhöchste Wertung. Aber der Chat schließt sich da im Prinzip wieder an und sagt, das war nicht ganz eine 7,7. Es war eine 7,2. Und damit ist das so im mittleren 7er-Bereich. Und zumindest zum aktuellen Stand wahrscheinlich, ja, wir sehen es jetzt schon, vorletzter Platz gerade. Aber es bleibt zu vermuten, dass das sich irgendwo im Mittelfeld, wenn hier erstmal unsere Tabelle irgendwann voll ist, ansiedeln wird. Aber schauen wir mal, wo ist es denn wirklich? Schleck. Ja, wir haben hier so eine Schnitzmarsie. Wir haben hier so einen Kinect-Sensor. Dafür kann man es doch gebrauchen. Ja, da haben wir unsere aktuelle Tabelle mit den ersten 6 Titeln. Aber kein Spiel braucht sich da verstecken. Trotzdem alles Spiele, wo man auch aus heutiger Sicht zumindest für die Videospielbildung noch mal reinschauen sollte. Und in die oberen Teile vielleicht gar nicht nur aus Bildungsgründen. Einfach, weil es immer noch Bock machen könnte. Sehr schusslastig. Ja, stimmt. Oh ja. Ja, das ... Krieg, 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 Dämonenkrieg. Zombie-Krieg. 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 Ja, ein Krieg ohne Schusswarten, der aber auch anders geführt werden kann. Und zwar gegen Götter mit großen Peitschen und riesigen Äxten und so. Ja, wir sind auch ein bisschen ... Es ist ganz witzig. In der letzten Zeit wurde sehr, sehr viel auch geremakt, was in der Zeit groß geworden ist. Dann aber auch, nicht so wie bei Resident Evil, mit quasi dem gleichen Ansatz, sondern da hat man jetzt ja gesagt, wir spinnen es weiter, wir remaken es nicht. Wir entscheiden uns mal für einen neuen Weg für die Serie. Und na klar, jetzt wisst ihr es spätestens, ich rede über God of War. 2005 legte Santa Monica Studios den Grundstein für eine der erfolgreichsten Spielserien der Neuzeit. God of War. 18 Jahre später erfreuen wir uns noch immer an den großartigen Abenteuern von Kratos, zuletzt mit God of War Ragnarök. Dabei war der Ursprung der Reihe dramaturgisch jedoch noch etwas, sagen wir mal, schlichter. Man schlüpfte in die Rolle von Kratos, ehemals Hauptmann der Spartaner, der sich im antiken Griechenland mit allerhand Göttern und mystischen Kreaturen herumschlagen musste und zum Kriegsgott aufsteigt. Die Götter hatten Kratos fies verarscht, sodass er sich kurzerhand entschloss, nach und nach alle über den Sticks zu schicken. Um das zu erledigen, stellte man sich den Widersachern in fordernden, perfekt spielbaren Kämpfen, in denen das Blut in Strömen floss. Der in Asche getauchte Kriegsgott zerlegte die Gegner mit seinen Chaosklingen dermaßen wutentbrannt, dass sich Spieler und Spielerinnen tatsächlich wie der Kriegsgott selbst vorkamen. Epochal, kolossal, grandios, das waren auch die Umschreibungen der begeisterten Presse. Gepaart mit einer damals fantastischen Grafik und einer Story, die trotz der vielen Klischees mitreißen konnte, wurde God of War zum Verkaufsschlager. Schon kurz nach Release gab es sogar Gerüchte zu einem Live-Action-Film. Angesichts der anderen Spielverfilmungen der damaligen Zeit ist es vielleicht gut, dass daraus nichts wurde. Ja, der Grundstein einer wirklich großen Serie, die sowohl der alte Part als auch der neue erfreuen sich ja wirklich allergrößter Beliebtheit. Das ist auch ein starkes Stück, dass man es hinkriegt, was Neues zu versuchen und das nicht komplett scheitert, weil die Leute nur schreien, ich will das alte zurück. Aber die gab es ja auch und das alte Szenario, also nicht Szenario, sondern eher der Ansatz. Der ist ja recht beliebt und der war auch damals, aus meiner Sicht zumindest, das, was einen weggeblasen hat. Und zwar die Leute, gegen die man gekämpft hat, waren ja einfach megagroß. Und du bist dran hochgeklettert. Und dieser Scale, der dir vermittelt wurde, damals auch mit den technischen Möglichkeiten, war einfach nur faszinierend, weil das hat so ein Spiel, außer vielleicht, was heute in diesem Jahr auch noch rauskommt und noch bei uns kommt, aber sonst haben das nicht viele Spiele gemacht. Was sind eure Erinnerungen? Hat euch damals der erste Teil sofort bei Release reingezogen? Ja, also, ist ja der Witz, dass wir eben mit Devil May Cry 3 quasi so einen Genrevertreter von einem anderen Hersteller hatten, von einem anderen Kontinent und alles. Und das, was mich bei Devil May Cry eben nicht so gehuckt hat, dieses überdrehte, superschnelle, bla bla bla, findet man auf den ersten Blick, wenn man sich das so anguckt, der ja auch, da geht ein Counter hoch, das ist so Third-Person-Geschnetzel, Gemetzel. Da hat mich das gleich gehuckt, weil es eben dieses Epochale hatte, es hatte diese absolute Ernsthaftigkeit, es war schweinebrutal und es war deutlich, es war halt derber, es war halt nicht so schnell, aber es war für mich so im Rahmen dessen, wie weit ich so Kombo-Geschichten und Raffinesse im Gameplay ausmaxen möchte, war das für mich eben nicht tief genug und es war für mich genau richtig. Es hat einfach Spaß gemacht, die Story war toll, die Inszenierung war einfach großartig. Wie du schon sagst, diese großen Momente, die reinkommen, dieses unglaublich befriedigende, der Gewalttätigkeit, was da ja auch einfach passte. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Mit dem zweiten dann noch mal auf ein nächstes Level gehievt irgendwie. Aber damit konnte ich Hack-and-Slay-technisch viel besser irgendwie was anfangen. Ja, gut, dass du es schon vorweggenommen hast, weil das wäre auch ein bisschen meine Frage gewesen. Die sind sich ja gar nicht komplett unähnlich, die beiden Titel. Und ist es nur die Geschwindigkeit, die sich unterscheidet? Und du hast gesagt, das war auf jeden Fall für dich ein großer Punkt, dass das quasi nicht so auf Zack war wie Devil May Cry. Ja, der Ansatz war halt ein bisschen anders. Das war schon irgendwie ein bisschen mehr auf ... Also, ich will jetzt Devil May Cry nicht so unterstellen, was ich selber nicht erfahren habe. Aber das war halt ein bisschen mehr einfach anders inszeniert, wie soll man sagen? Szenastischer. Vor allem, du hattest ja hier auch Quick-Time-Events und es gab ja die Finishing-Moves, wo dann die Kamera näher rangeging oder kurz die Perspektive ein bisschen verändert hat. Und das wirkte dadurch auch viel dynamischer. Weshalb man auch verstehen kann, dass Colin jetzt sagt, ey, das ist halt anders gewesen. Es ist halt auch anders. Man kann zwar sagen, ja, die sind sich ähnlich, aber man kann nicht sagen, die sind gleich. Also, es ist schon ... Es hat einen anderen Ansatz und ich kann dann auch vollkommen nachvollziehen, weshalb Colin sagt, das ist besser. Weil hier hat er im Gegensatz ... Nee, warte. Hier hat er, glaub ich, auch schon wie Dante die Möglichkeit, sich immer abzugreien. Er kriegt dann immer mehr Waffen und im Gegensatz zu Dante ist er halt nicht so der wacky Typ und so ein bisschen so Witzbold, ein Clown, sondern das ist wirklich eine erste Story. Seine Familie ist gestorben. Gleich am Anfang dieser Szene, er bringt sich selbst um. Er ist so wütend, er steigt aus dem Hades wieder raus, um die Götter zu töten. Also, das ist ... Es ist einfach eine coole Rache-Story. Ja. Steffen, hast du damals Berührungspunkte damit gehabt? Nein, ich will's immer wieder gerne. Ich hatte nie eine Konsole. Und hab angefangen mit der Playstation 3 in den Konsolenmarkt, sonst nur Gameboy gehabt und PC. Ja, ganz fantastisch. Das ging mir ähnlich. Deswegen hab ich den Bombast auch dort wieder nur über die Schulter wahrgenommen. Ja, wahrgenommen. Weil ich lag auf vielen Betten von Freunden und habe denen beim Spielen zugeguckt. Doch, damit war das so ... Nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist nicht so komisch. Wir wussten nicht, wo die Reise hingeht. Ja, ja. Ja, vielleicht bin ich auch ab und zu eingeschlappt. Weil ich hab das Pack ja nie bekommen. Stimmt. Hier, Hass geht raus, sagen die Freunde von damals. Nein, danke, dass ich zugucken. Wenn war's so, dass du es einmal bekommen hast, das war grad ein mega harter Endboss, du musstest dann schnell noch die Steuerung lernen, wirst du natürlich sofort getötet und dann wurde er sofort ... Genau, und dann so, ja, du kannst ja auch so ähnlich, genau. Kurz, wenn die Mama mal gerufen hat, dass irgendwas ist, dann durfte man schnell mal, wenn der Kerl irgendwie drei Minuten den Raum verlassen hat. Richtig, ja. Legendär schlimm, der Stachelturm, falls du dich daran erinnerst. Das war so richtig, das gilt ja so als einer der großen Abfuck-Momente. Also so ein Design-Patz war vielleicht auch nie wieder ... Und ich muss auch sagen, der zweite Teil find ich ein bisschen besser. Vor allem auch am Anfang dieser Bombast, wie der Koloss von Rolos sich angreifen und so weiter. Das war einfach viel cooler. Der erste Teil, geil, ja, klar auf diesem Schiff, aber ich find einfach die Inszenierung vom zweiten Teil ... Ja, der zweite war die ultimative Schippe drauf. Ja, also ... Definitiv. Falls der im nächsten Jahr vorkommt, ich glaub, wir müssen den da mit reinfacken. Da führt kein Weg drum herum. Ja, klar, also kann man an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen, wenn die Schippe groß genug ist, wir haben ja hier immer quasi die Qual der Wahl, was machen wir mit Fortsetzungen, die ... Nehmen wir die mit rein oder nicht, weil wir eigentlich das Franchise schon so ein bisschen gekürt haben. Aber klar, wenn da so viel passiert ist und das Spiel dann wirklich noch mal nennenswert besser ist, dann sehen wir hier auch mal einen weiteren Teil. Nicht umsonst hatten wir jetzt hier als erstes Game des Abends auch Resident Evil 4, weil da ist eben genug passiert. Von daher, wer weiß, wir haben's noch nicht entschieden, aber es kann durchaus noch mal vorkommen. Ich denke mal, in dem Moment, wo wir Battlefront 1 und 2 reingenommen haben ... Da hatten wir beide, oder was? Ja, Battlefront 2 ist aber auch ein großer Unterschied. Ja, ich glaube, hat God of War 2 hier schon seinen Platz sich gemacht. Pandora Tomorrow haben wir zum Beispiel nicht drin, weil da war zum Beispiel kein großer Unterschied. Also, du kannst mir nicht sagen, Sam Fisher kann pfeifen und das ist der Grund, was das reinmacht hat. Gut, ihr seht, Leute, das wird hier alles ganz genau abgestimmt. Das läuft hier mit System. Und ihr habt abgestimmt und eine 8,4 zusammen hier reingeworfen. Und damit ist auch diese Rechnung wieder einfach. Und wir zaubern eine 8,6 auf ... Ohne zu zögern, du hast wirklich gerechnet. Ja. Schlecht. Okay, also vielleicht auch genug der Feierei. Ich bin doch besser in Mathematik, als ich immer dachte. Ja, nee, aber Platz 2 muss man hier auch mal ganz kurz schon mal vorläufig applaudieren. Dann habt ihr hier sich grad mal auf halber Strecke ... Nee, erst mal ein Drittel des Abends die Silbermedaille hier schon mal kurz. Aber die kann natürlich auch abgenommen werden. Es folgen nämlich noch wirklich ganz, ganz tolle Spielgranaten. Und ... Aber zumindest gerade find ich's sehr gerecht. Und guck mal, die beiden ähnlichen Genre-Vertreter sind auch gar nicht so mega weit auseinander. Ähnlich sag ich, hab nicht gleich gesagt. Ja, stimmt. Ja, habt ihr noch ein letztes kleines Plurier? Oder habt ihr alles losgeworden, was ihr zu diesem fantastischen Titel sagen wollt? Das frag ich immer noch mal bei diesem Titel, wo man auch weiß, nee, nee, da wär aber auch jemand wirklich unglücklich, wenn wir dieses Statement nicht noch hören würden. Aber ich glaub, ihr habt gut begründet, warum das toll ist. Und ich weiß nicht, ich glaube übrigens, Sony könnte die Serie noch parallel weiterführen. Weißt du, also, dass es die neue God of War gibt und das jetzt in der aktuellen Grafik noch mal in dieses Third-Person-Cinematic-Camera und so. Weil, ey, ich glaub, das wird auch heute noch funktionieren. Ja, ja, ja. Aber es ist auch ein bisschen ausgelutscht. Also, du siehst auch die Verkaufszahlen, also, sei es jetzt an der PSP lag, die haben das ja schon sehr ausgemaxt damals. Okay, das stimmt. Aber deswegen haben sie diesen Switch ja auch gemacht. Also, ich hätt nix gegen noch mal eine supergeile, polierte Remaster-Version. Das gab's aber ja auch alles schon. Also, die waren ja nicht faul, wenn's darum geht, Capcom ähnlich, das Ding immer mal wieder neu aufzulegen und da noch mal eine Collection zu pressen. Aber das war damals, ich glaub, das war der letzte, Ascension ja irgendwie. Ascension war auf der PS3. War schon dieses Geschmäckle von einfach so einem ... Genau, da wollten die Leute ... Wir schieben das noch mal irgendwie nach, aber eigentlich haben wir ja schon was Neues so gedanklich am Horizont. Da haben sie auch einen Multiplayer mit reingebaut, der dann irgendwie funktioniert hat. Klingt auch absolut nicht passend, ja. Also, eigentlich war mit 3 das eigentlich schon gut zu Ende erzählt, aber dass sie jetzt noch mal mit God of War 2018 da wiederkommen, und ich find's okay. Das haben die schon elegant gelöst. Ich mein das eher aus dem Argument, es ist, glaub ich, wieder einiges an Zeit vergangen, wo das letzte noch mal irgendwo rauskam. Und deswegen ist die Frage, ob sich das Verkaufszahlen technisch nicht heute anders äußern würde, weil eine ganz neue Generation dazu gewachsen ist, die vielleicht gar keine Berührung mehr damit hatte. Wer weiß, wer weiß, wir werden's durch einen potenziellen Release von Sony irgendwann erfahren oder auch nicht weiter im Text an dieser Stelle. Denn wir befinden uns Ende März mittlerweile. Nur kurz für die Einordnung. Wir sind erst Ende März. Wir sind erst Ende März. Wir sind's ja auch. Weihnachtsgeschäft kommt noch, ne? Genau, da kommt noch einiges. Wir sind ja auch erst bei Spiel 8 und zurück bei Star Wars. Wir haben eben schon gesagt, das war die große Star Wars-Zeit, aber hier für die Kleinen. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, in der ein galaktischer Krieg vom Zaun gebrochen wurde und alles aus bunten Klötzchen bestand. Ja, pünktlich zum Kinostart von Episode 3 kredenzte uns das damals noch unbekannte Entwicklerstudio Traveller's Tales eine Klemm-Baustein-Adaption der drei Prequels. Im Spiel waren alle wichtigen Figuren als Lego-Version dabei. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Qui-Gon Jinn, R2-D2, C-3PO, Padme Amidala, Yoda, Chewbacca, Commander Cody und, ja gut, auch der verhasste Jar Jar Binks. Aber glücklicherweise konnten wir unserem Gangan-Frust freien Lauf lassen. Denn alle Figuren zerfielen bei ihrem Tod in ihre Einzelsteine, wurden aber flott wieder zusammengesteckt. Das Spiel hat schnell das Herz der Star Wars-Fans erobert. Denn hier konnten sie auch ihren kleinen Geschwistern problemlos den Controller in die Hand drücken. Und dank dem einfachen Drop-in, Drop-off-Koop-Modus konnte man nicht nur gemeinsam die Saga erleben, sondern auch jederzeit wieder aussteigen. Wegen potenzieller Streitthemen wie den kniffligen Rätseln oder der grausamen Kamerasteuerung war das sicher ein wichtiges Feature. Naja, für die Kleinen war natürlich auch ein bisschen provokant, denn man kann diesem Humor tatsächlich auch heute noch was abgewinnen. Und damals war die Spieleserie ja noch nicht synchronisiert. Also da hat das alles diesen niedlichen Charme dadurch bekommen, dass die Witze nur auf so einer visuellen Slapstick-Ebene erzählt wurden und mit netten Geräuschen der Charaktere, wodurch sie dann doch auch einen Wiedererkennungswert erhalten haben, erzählt wurde. Und das hat mir persönlich damals gefallen. Und es funktioniert bei mir auch jetzt noch ganz gut, weil Traveller's Tales hat's wirklich drauf. Die haben Slapstick verstanden. Also wie du wirklich einen einfachen und billigen Gag, aber trotzdem gut timingmäßig positionieren kannst, in eigentlich einem ganz anderen Kontext. Und da würde ich sagen, das ist wie das Pixar-Prinzip, das funktioniert bei Jung und Alt. Wie steht ihr dazu? Ich muss sagen, ich hab, glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnere, mit Lego Star Wars mir komplett den dritten Teil gespoilert. Oh, weil du konntest da ja den dritten Teil komplett spielen und so. Ja, ja, ja. Und ich meine mich zu erinnern, dass es auch tatsächlich vor dem deutschen Kinostart rauskam. Ja, der Kinostart war mal krass. So, genau. Und ich glaube, ich hab einfach dann so viel Lego Star Wars gespielt, dass ich mir komplett den dritten Teil gespoilert habe. Okay. Also jetzt auf eine sehr niedrige Art und Weise. Man hat natürlich jetzt auch nicht so viel gesehen in der Lego-Version so. Aber so ein paar Sachen, wie zum Beispiel diese erste Szene aus dem dritten Teil, wo man dann über Coruscant ist und dann diesen Jägerkampf hatte und so. Das hat mich komplett gespoilert. War mir auch vollkommen egal. Und auch das mit Konto-Doku dann am Anfang, ne? Ja, stimmt. Ja, komplett gespoilert. Oh. Aber ich hab's im Kurm gespielt mit Freunden und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und auch, dass man immer diese unterschiedlichen Charaktere hatte mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Die Droiden hatten unterschiedliche Sachen, die sie machen konnten. Dann gab's so Kampfcharaktere, die noch so einen Entehaken hatten und sich irgendwo hochwenden konnten. Das war mega cool. Man konnte diese ganzen Charaktere sammeln. Ich hab irgendwann die ganze Zeit nur gedacht, ich will unbedingt einen Droidiker haben, damit ich dann die ganze Zeit rumrollen kann. Und so, es hat ewig gedauert, bis man den freigeschaltet hatte. Aber deswegen war's eigentlich ganz cool. Und du hast es schon gesagt, es war einfach auch witzig. Und auch wenn man damals natürlich ein absolut cooler 15-Jähriger war. 16-Jähriger. 16-Jähriger. Nee, dann war ich noch 15. War ich noch 15? Stimmt. Hab ich natürlich Lego Star Wars trotzdem genossen. Hat mir auch ein bisschen was gegeben, muss ich sagen. War ein cooles Spiel. Sehe ich genauso. Also, ich hab auch eine sehr gute Zeit damit gehabt. Slapstick-Humor hat ganz gut funktioniert. Ich kann mich an einige Stellen sogar noch ganz gut erinnern, als Padme dann die Zwillinge auf die Welt gebracht hat. Das sah schon sehr, sehr witzig aus. Stimmt, das hat er das gemacht, ja. Ja, wir haben uns immer darum gestritten, wer Meister Yoda spielen durfte, weil Meister Yoda halt dieses Schwebeding hatte. Aber zum Kämpfen war einfach nur ätzend, weil er konnte sich, er hat sich langsam bewegt und konnte nur springen. Stimmt, das riechen, ja. Weil er halt wie in Episode 2 gekämpft hat. Ja, also, spielerisch war das also schon völlig okay und im Koop auch. Ich mein, das war verhältnismäßig schlicht. Also, das jetzt, glaub ich, kann man, wenn man die Features auflistet, das nicht gezorgt hat, hat man vielleicht ein Gefühl davon, boah, was war das denn für ein eporales Abenteuer. Aber ich glaube wirklich, diese Kombination aus, dass erst mal Star Wars, was ja nicht unbedingt, gerade in der Lizenzvergabe, so dass, dafür steht, dass man mit dem Thema Humor allzu weit sich bewegen darf, in Kombination mit Lego, mit diesen Vorgaben, mit dieser Slapstick und mit diesem super selbstironisch mit dem Star-Wars-Kosmos umgehen und trotzdem liebevoll. Das war, glaub ich, schon so was, das war halt einfach toll. Und das eben in Kombination mit dem sauberen Gameplay und Koop, das hat dann eben auch für Ältere funktioniert. Also, wie schon gesagt, wie Pixar. Das ist einfach lustig, das war einfach extrem gut gemacht. Mittlerweile ist es ja eine Formel, ich hab sie auch relativ schnell als sehr ausgenudelt empfunden, weil sie immer davon lebte, okay, was machen sie jetzt aus Potter, was machen sie jetzt daraus? Spielerisch, ja, kannst du drüber diskutieren. Aber eben in so eine ganz, ganz eigene Nische gefunden. Und die hat damals eben gut, konnten, glaub ich, viele einfach so mit relaten. Auch jemand wie ich, der eben nicht sofort sagt, Star-Wars muss ich kaufen, muss ich mir angucken. Weil da eben diese Humorkomponente einfach sehr gut gemacht war. Das war, glaub ich, das Erste dieser ganzen Lego-Lizenzverwürstungen. Ja, ich glaub, vorher gab's da irgendwie noch nichts. Und danach wurden wir ja zugeschissen, wie du schon gesagt hast, mit verschiedenen, mit allen möglichen Franchises so. Aber muss man natürlich auch sagen, wir haben natürlich auch die Aktionäre angestoßen und gelacht. Natürlich, wahrscheinlich, ja. Weil das ist ja eine Goldgrube. Du hast diese Klötzchen-Baustein-Marke, die sich bei Kindern eh schon bestens verkauft. Dadurch wird's potenziell noch mehr verkauft. Dann kriegst du noch irgendwie Money von den Lizenzpartnern oder umgekehrt. Und groß, das war doch der Moment, wo du als Kind sagen konntest, hier, Papa, ich zock doch immer, und du kannst es doch immer nicht, nimm doch mal das Pad in die Hand, das schaffst sogar du. Du magst doch auch Star Wars. Du magst doch auch Star Wars und so. Und plötzlich saßen die da zusammen. Und natürlich hat das die Käufe nur so angeregt. Das Interessante ist ja auch noch, Anfang der 2000er hatte Lego ja wirklich gestruggelt, weil die kurz vor der Insolvenz standen. Oh, stimmt, ja. Und der Grund dafür waren Videospiele. Haben sie ganz offen gesagt. Ich meine, Videospiele wären der Grund, weshalb weniger Leute Lego kaufen. Und es ist einfach sehr, sehr cool, dass sie sich dann erholt haben durch die Bionicle-Marke und mittlerweile dann auch etablierte Lego-Videospiele haben, die dann wahrscheinlich auch sehr viel Geld jedes Jahr einbringen. Ja, auf dem Papier hätte das damals, also das war zumindest, glaube ich, eher so die einhellige Meinung derer, die einfach nur hören, es wird ein Lego-Star-Wars-Spiel angekündigt. Auf dem Papier hätten wahrscheinlich alle gesagt, es wird Lizenzschrott aus der Hölle irgendwie. Was es ja meistens damals war. Genau, aber da sie eben sorgfältig waren, einzigartig genug waren, war das eben schön, dass die Geschichte anders geschrieben wurde. Ja, für damals wirklich ein gutes Ergebnis, weil ich kann mich an kaum eine andere gute Lizenzumsetzung erinnern, also die man nicht wirklich komplett in die Tonne kloppen konnte. Riddick. Stimmt, ja. Aber es gab auf jeden Fall sehr wenig davon, das ist eher besser geworden mit der Zeit. Aber was habt ihr da draußen denn gesagt? Ihr habt euch einfach straight an die Metacritic-Wertung gehalten und sagt 7,7, denn das ist gleich. Wir mit einer 8,2 auch nicht allzu weit entfernt. Und hier würde ich dann doch gern mal wieder den Computer bemühen, der vielleicht die Rechner-App kurz öffnet und da mal ganz kurz die Zahlen reinklamüsert. Denn ich weiß nicht, wo das hier auf unserem wunderschönen Tableau enden wird. Platz 6 für Lego Star Wars mit einer 7,95. Gut, das hätte ich doch hinbekommen. Aber ich habe mich nicht mit drauf. Also, ETH kann man es mal sagen. Bin ich aber für dich so vom Gefühl fair einsortiert. Ja, bin ich auch. Passt da erstmal ganz gut hin, genau. Ihr sagtet ja auch, Brothers in Arms hatte viel Potenzial, war dann aber am Ende doch repetitiv und gar nicht so gut. Und vielleicht hatten da die Familien dann doch noch das Quäntchen mehr Spaß, was hier ausgezeichnet wurde. Ja, wir hier können mal wieder einen ganz kurzen Moment durchatmen. Aber nur den kurzen, denn wir haben noch einige Spiele vor uns. Und es folgt hier auch in wenigen Sekunden das nächste nach einem kurzen Spot. Ja, jetzt kommen wir zu einem Spiel. Da habe ich wirklich vage Erinnerungen nur dran. Und ich glaube, ich werfe da auch viel durcheinander in meiner Erinnerung. Und zwar gab es nämlich ja, bevor Rainbow Six jetzt so ein Multiplayer-Ding war, gab es ja diese, ich weiß noch, Vegas 1 und 2 fand ich ganz fantastische Spiele und so. Aber davor war ja eigentlich die SWAT-Reihe am Start. Und die hat ja auch schon eben einiges an planischer Taktungsraffinesse einem, ja, hervorgerufen im Prinzip. Und hatte vor den Missionen immer so einen recht detaillierten Screen. Und, aber ich kann selber nicht mehr sagen, ob diese Erinnerungen eigentlich richtig sind oder ob die nicht doch zu der Rainbow Six-Reihe gehören. Deswegen muss ich mir auch noch mal kurz angucken, wie es eigentlich wirklich war. Nachdem bereits der Titel Rainbow Six 3 Raven Shield 2003 ordentlich vorgelegt hatte, machte das Taktik-Shooter-Genre mit SWAT 4 einen weiteren Qualitätssprung. Irrational Games, die man bisher hauptsächlich durch System Shock 2 oder Freedom Force kannte, verpasste der altehrwürdigen SWAT-Reihe einen modernen Anstrich. Man war wieder Anführer eines Spezialeinsatzteams der Polizei von Los Angeles und musste heikle Missionen durchführen. Dabei konnte man nicht nur vor den Einsätzen strategisch die Ausrüstung anpassen, sondern musste auch taktische Befehle wie den Einsatz von Blendgranaten befehlen. Soweit so Serienstandard. Doch SWAT 4 fügte dem bekannten Shooter-Gameplay durch tolle Missionen und gute Inszenierung eine große Schippe Atmosphäre hinzu. Wenn man das erste Mal einen hochkarätigen Waffenhändler in einer Tankstelle verhaften musste oder Mitglieder einer Sekte dingfest machte, stand einem regelmäßig der Schweiß auf der Stirn. Und spätestens der gruselige Ausflug in das Haus des Serienmörders Fairfax sorgte im Singleplayer als auch im Multiplayer für Gänsehaut. Ja, da haben wir es auch noch mal in der Matz gehört. Die Verwirrung kommt natürlich nicht nur bei mir. Rainbow Six und SWAT schon erst mal recht ähnliche Ansätze, dann aber doch noch in ihren Feinheiten unterschiedlich. Und das Menü, wo man taktisch am Anfang vor der Mission plant, da habe ich mich gerade über Visuelles wieder erinnert. Doch, doch, ich habe das ein bisschen gespielt. Aber gab es ein Flugzeuglevel jetzt hier an euch? Gab es ein Level? Dann war das doch wieder ein anderes Mann. Die waren aber auch ähnlich. Und das war noch die Zeit, wo das Genre noch groß war. Weil davon haben wir tatsächlich im Nicht-Multiplayer-Segment in den letzten Jahren, finde ich, gar nichts gesehen. Was könnt ihr zu SWAT 4 sagen? Was hat das Spiel einzigartig gemacht damals? SWAT 4 ist auch heutzutage noch einer meiner allerliebsten Spiele, muss ich dazu sagen, weil es zusammen mit Rainbow Six Raven Shield das Taktik-Shooter-Genre eigentlich in der Zeit revolutioniert hat. Raven Shield hat es auf einer taktischen, strategischen Planungsebene revolutioniert, weil man da eben wirklich jeden einzelnen Schritt der Teammitglieder planen konnte, genau sagen konnte, an dem Schritt, spreng jetzt bitte die Tür auf und werf da eine Granate rein. Das war also sehr viel mit Planen. Und hier, SWAT 4 hat dann das Thema Atmosphäre da so stark nach oben getrieben, dass ich heute bei manchen dieser Bilder, die ich hier sehe, immer noch Gänsehaut bekomme, weil es einfach atmosphärisch so unfassbar stark war. Im Gegensatz zu Raven Shield war es eben nicht so, dass du eigentlich genau wusstest, worauf es hinausläuft, sondern es ist halt wie eben bei einem polizeilichen Notfall. Du kriegst am Anfang nur ein kurzes Briefing. Hey, wir wissen, dass hier ein Serienmörder in diesem Haus wohnt. Geht da bitte rein und klärt die Lage. Wir wissen nicht, wie viele Personen da drin sind oder ob der noch irgendjemanden im Keller eingesperrt hat oder so. Und dann stehst du im Abendlicht, im Abendrot vor diesem Haus, wo du schon draußen siehst, dass von drinnen überall an die Fenster so Zeitungen reingeklebt worden sind. Und gehst da rein, überall stehen Puppen herum und so weiter. Und das war atmosphärisch einfach so unfassbar gut, dass sich das so hart bei mir eingebrannt hat. Und es war auch spielerisch unfassbar geil. Es hatte eine gute KI, die hier und da mal ein paar Aussätze hatte. Ja, aber sie hat eigentlich auf die Befehle relativ gut reagiert. Auch wenn es so darum ging, dann tatsächlich Schussgefechte zu führen, irgendwie manchmal ein bisschen daneben gelagen hat. Es gab Situationen, wo eigentlich, wo du dachtest, dass Leute aufgegeben haben und du wolltest hin, um die zu fesseln. Die schnappen sich noch mal ihre Pistole und schießen dich ab, so nach dem Motto. Das heißt, du musstest dich immer 100 Prozent absichern. Ähm, man konnte jedes Level auch mehrfach spielen, weil viele der Gegner auch einfach random irgendwo hingesetzt wurden oder sich anders verhalten haben plötzlich. Und, ähm, ja, ich hab's, in der Matz wurde es auch gesagt, ähm, der Serienmörder Fairfax oder die Children of Tyrone, die, ähm, wo man dann tatsächlich, Spoiler, Achtung, irgendwann später halt Massengräber irgendwie im Keller findet und so. Also, atmosphärisch, absolut crazy und kann man heute immer noch gut spielen und auch fantastische Multiplayer, kann ich's nicht erzählen. Oh, wow, okay. Aber jetzt ganz kurz an euch andere beiden. Ihr habt jetzt grade, äh, Steffens Talk gehört. Was würdet ihr vermuten, welche Zahl hat dieser Kollege diesem Spiel gegeben? Also, ich denke eher, was im Höhen, äh, neun oder zehn, also nach dieser Liebeserklärung, die mich aber angefixt hat. Ja, oder? Muss ich sagen, ich hab's nie gespielt. Es kommt wieder dieses, nie PC-besessen, sorry, Chat, ihr wisst, ihr kennt die Geschichte. Ah, schon PC-besessen, stimmt nicht. Auch schon mal gespielt. Aber das, das nicht, also ... Aber ich hab total Bock bekommen grade, weil das klingt echt geil. Das war wirklich eine sehr enthusiastische Liebeserklärung. Deswegen, ich dachte mir immer, kein Raushören, dass du tatsächlich die zehn vergeben hast. Völlig legitim, ist für dich eins der besten Spiele. Wirth, du hast es auch gezockt. Ich hab's damals auch gezockt. Ich hatte früher erst mal SWAT 2 als erstes gespielt und das hatte eine komplett andere Perspektive. Es war so die isometrische Perspektive. Stimmt, ja. Wo du dann auch, ähm, es halt nicht in der Ego-Perspektive gespielt hast. Du hattest damals, wie du auch gesagt hast, dass Rainbow Six Rogue Squadon gab, Rogue Spear und Raven Shield gab. Raven Shield war das modernere, war auch so ein bisschen mehr mit Story, aber so typisch Tom Clancy. Ja. Und hier war's wirklich so abgeschlossene Missionen, die du nach und nach gemacht hast. Also, ich kann mich gar nicht an eine große, umfangreiche Story erinnern. Aber ich weiß halt, das hier war viel realistischer. Die hatten dann halt auch verschiedene Granaten mit eingeführt, so wie die Granate, die dann Plastikkugeln verschossen hat, wodurch dann die Gegner betäubt waren und du da noch reingehen konntest. Du musstest jede einzelne Geisel fesseln, weil, äh, es, das war für mich zum ersten Mal so, dass du Geiseln fesseln musstest, weil die auch potenzielle Gefahren sein können. Die können ja wild herumrennen, laufen in deine Schussrichtung und so weiter. Und, äh, da musstest du dir alle fesseln auf den Boden lassen. Und dieses Spielprinzip ist so beliebt gewesen, dass jetzt vor einigen Jahren, ähm, Ready or Not erschienen ist. Und das ist einfach der geistige Nachfolger von SWAT gewesen. Cool. Oder ist der geistige Nachfolger. Die haben alles, was gut und positiv da funktioniert hat, einfach in Ready or Not übernommen. Neue Maps hinzugefügt. Das Spiel ist immer noch in Entwicklung, ist, glaub ich, grad in der Beta. Genau, ja, ist in der Beta, ja. Und, ähm, das Spielprinzip macht immer noch Spaß. Ich weiß grade nicht, ob ich das ... Nee, ich hab das damals nicht im Multiplayer gespielt, aber Ready or Not zum Beispiel im Multiplayer funktioniert hervorragend. Das ist echt gut. Und weil wir grad bei Ready or Not sind, die haben tatsächlich das Spielprinzip von SWAT einfach eins zu eins übernommen. Ja. Es gibt, glaub ich, wenig, weil sie haben halt die Spielbarkeit natürlich verbessert. Sie haben Grafik angepasst. Aber ansonsten ist das Spielprinzip auch heute immer noch großartig und funktioniert immer noch hervorragend. Und, ähm, es ... Ich kann es nur noch mal sagen, wer Bock hat auf so Taktik-Shooter, guckt es euch an, spielt mal ein bisschen rein. Alleine auch, dass man hatte auch die Wahl so eine ... Man konnte auch komplett das Spiel spielen, ohne jemanden zu töten. Man konnte mit so einer Paintball-Gun mit Pfefferspray und mit einem Taser irgendwie durchgehen und versuchen, die Gegner irgendwie halt zum Aufgeben zu zwingen. Und am Anfang, dass das alles noch super gut klappt, dann kam irgendwann so eine Mission, wo die Leute plötzlich Gasmasken tragen und du gegen richtige Verbrecher-Sundikate vorangehen musst. Deine Pfefferspray-Gun funktioniert nicht mehr und du stehst da plötzlich mit deinem Paintball-Gewehr und denkst so, ja, toll, Mission neu starten, richtiges Gewehr mitnehmen, los geht's. Und das hat das Ganze einfach so dynamisch und so spaßig gemacht. Und genau, wie Vivi es gesagt hat, man schreit irgendwie eine Geisel an, runter auf den Boden, die rennt erst mal los und irgendwie in den nächsten Terroristen rein und man denkt sich nur so, ah, warum? Es ist großartig gewesen. Toll. Geil. Hammer. Voll bomb. Ja, ich auch. Also, das hat wirklich gut funktioniert. Ich wurde auch angefixt und ich weiß auch mittlerweile, ich habe dieses Spiel safe nicht gezockt. Das habe ich nämlich wirklich durcheinander geworfen mit eben den Rainbow Six-Taktik-Sachen. Aber das ist schon noch mal ein bisschen ein anderer Ansatz. Das ist gar nicht so gleich, wie ich dachte, tatsächlich. Weil, okay, No-Brainer, eine SWAT-Einheit ist ja tatsächlich auch meistens, kommt am Tatort an und ist erst mal last minute gebrieft. Weil das ist ja nicht ein Einsatz, wo du dich wochenlang drauf vorbereitest. Deswegen habt es natürlich noch mal andere Elemente. Aber was habt ihr da draußen denn abgestimmt? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir mit der Redaktion bei einer 8,7 und hier mit einer 7,8. Also fast ein ganzer Punkt Unterschied, aber kein ganzer. Da bin ich jetzt auch ein bisschen böse. Haben wir alle hier schon erlebt. Es ist doch einfach Special Interest. Das muss man mal sagen. Es ist Special Interest. Aber ihr habt uns Bock gemacht und vielleicht auch Leuten da draußen, die noch anders abgestimmt haben oder sich enthalten haben, weil sie es gar nicht gezockt haben. Und an der Stelle muss ich auch mal kurz Lob aussprechen, weil die Wertungen, die hier heute eintrudeln, sind wirklich alle sehr, sehr gut und nachvollziehbar und nicht komplett off und quatsch. Das heißt, ihr haltet euch an die Regeln und stimmt nicht ab, wenn ihr es nie gespielt habt. Von daher vielen Dank, dass ihr dieses objektive Super-Werting nicht verzerrt. So, aber wo ist es jetzt auf unserem wunderschönen Gesamtübersichtsfeld? Und zwar auf Platz Nummer 3. Krass. Wow, Steffen, da kann ich nicht vorstellen. Das war nur meine Schuld. Das war nur meine Schuld. Ja, das ist nur meine Schuld. Legitim. Aber krass noch vor David McRoy und Star Wars. Republic Commando, hätte ich nicht erwartet. Aber nach der Rede würde ich sagen, klingt irgendwie verdient. Klingt verdient. Ja, aber irgendwo muss man auch so Geburtshelfer sein beim Abstieg. Ja, genau. Das muss man so weiß. Ja, komm, komm. Das muss man ... Haben wir auch schon alle erlebt. Das muss so sein, ja. Dann wird Contra trotzdem abgestraft. Ja, das ist ja sehr schön zu hören. Also wirklich, da habe ich Bock, das nachzuholen. Vielleicht zocken wir das mal irgendwie außerhalb einer Kamera. Oder ... Oder das Spiel Ready or Not. Ready or Not ist mittlerweile so gut. Also ich finde es auch sehr gut, ja. Es ist sogar besser als ... Sword World. Ah, komm, das Spiel schon. Es ist auch gut. Es ist Jahre alt. Ja, stimmt. Und dementsprechend sind da schon sehr viele neue Sachen dazugekommen, die dann ... Stimmt. ... es ein bisschen, wie soll ich sagen, moderner wie auch komfortabler machen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, gut, aber wenn du sagst, es ist nicht ganz so gut, dann hast du vielleicht ... Kennst du die Punkte und dann kannst du ja ins Entwickler-Discord schreiben und sagen, ey, bei eurer Beta fehlt noch das. Die arbeiten wirklich sehr eng mit der Community. Ja, guck mal, das ist doch geil. Das ist richtig krass bei Ready or Not. Ja, fantastisch. Ja, okay. Steffen, bringt dich da ein. So, wie ihr euch auch immer wunderschön in unsere Formate einbringt. Im Forum und so weiter. Aber jetzt natürlich erst mal mit euren Votings im Chat. Nun aber weiter im Text. Denn jetzt folgt Jade Empire. Und wenn ihr euch fragt, was war denn das nochmal? Was war denn das nochmal? Das hier. Wer heutzutage den Namen Bioware hört, denkt vermutlich an eine von zwei Phasen des kanadischen Entwicklerstudios. Entweder an die guten alten Hardcore-RPG-Zeiten von Baldur's Gate oder an die actionlastigeren Spiele mit Storyfokus wie Mass Effect. Oft wird dabei jedoch Jade Empire vergessen, das 2005 quasi mittendrin erschien, von der Kritik gelobt wurde, aber nie so erfolgreich wurde wie seine Verwandten. Dabei fanden sich schon in Jade Empire viele der Qualitäten wieder, die Mass Effect zu einem Megaerfolg verhelfen sollten. Eine spannende Story mit toller Inszenierung und actionreiches Gameplay mit dezentem Rollenspieleinschlag. Jade Empire entführte uns in eine fantastische Version Chinas. Angereichert mit Martial Arts, Magie und Steampunkmaschinen. Bei unserer Suche nach den Verursachern eines Angriffs auf unsere Kampfkunststuhle lernen wir interessante Figuren kennen, die uns Bioware-typisch ans Herz wachsen. Und natürlich levelt man immer weiter hoch, bis man durch verschiedenste Angriffe zum Meister der asiatischen Kampfkünste wird. Eine glatte Sieben von der Redaktion ist jetzt wirklich nicht die allerkrasseste Wertung. Aber bevor wir mit den Punkten anfangen, die vielleicht das zu keinem zehennahen Titel machen, will ich erstmal eine Lobesfilmne holen. Warum ist es überhaupt in unserer Top 25 heute? Was ist, außer das, was wir natürlich schon in der Matz gehört haben, aber für euch persönlich das Coole an diesem Spiel gewesen und hat bei euch damals schon das den Namen Bioware so ein bisschen eingeprägt? Oh, gute Frage. Ich muss gestehen, ich hab, glaube ich, nur die Definitive Edition gespielt, die später für den PC rauskamen. Ich weiß nicht genau, wann sie rauskamen, aber es kam auf jeden Fall ein bisschen später. Deswegen kann es sein, dass mein Eindruck auch ein bisschen getrübt war und ich schon eine verbesserte Version des Grundspiels gespielt habe. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass das Kampfsystem und die Art und Weise, wie man seinen Charakter aufgewertet hat, eigentlich super interessant waren, weil es sehr viel Freiheiten gegeben hat. Wir haben es eben in der Matz gehört. Letzten Endes ist es so ein bisschen eine Proto-Version von Mass Effect gewesen, die aber halt noch nicht an vielen Ecken noch nicht so rund funktioniert hat, wie eben später ein Mass Effect. Wobei Mass Effect 1 auch seine großen Probleme hatte heutzutage, aber das war bei Jade Empire nicht anders. Das Kampfsystem war wirklich sehr, sehr gut, weil man sich aus vielen verschiedenen Sachen was zusammenbauen konnte. Es gab so magieartige Sachen, man konnte sich verschiedene Waffen aussuchen, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und die Story war an sich auch sehr, sehr interessant, mit spannenden Begleitern, die man sich dazu holen konnte, aber eben alles nicht auf einem späteren Bioware-Niveau. Alles noch ein bisschen rough, alles noch nicht so an dem Punkt, wo man später jetzt sagen würde Bioware, oder heutzutage vielleicht nicht mehr, aber an einem bestimmten Punkt war Bioware einfach das Rollenspiel Entwicklerstudio und an dem Punkt waren sie einfach da damals noch nicht, beziehungsweise es war so diese Übergangszeit zwischen dem alten Bioware und dem neuen Bioware, was wir heute kennen. Okay. Obwohl, das war ja noch der Übergang zu Mass Effect. Das ist ja, dann kommt ja noch das nächste Bioware, was wir heute kennen. Das ist heute Bioware, darüber reden wir nicht mehr. Also die Mass Effect-Phase war ja, muss ich sagen, immer noch sehr, sehr gut, auch den dritten Teil halt mal so und so sehen kann, aber wir machen mal einfach direkt weiter. Sehr gerne. Für mich wirkte es damals wie das Bioware-B-Team, weil ich hatte mit Knights of the Old Republic eine richtig gute Zeit gehabt, gutes Storytelling, gute Charaktere. Das Kampfsystem war für mich interessant, weil im Gegensatz zu Knights of the Old Republic war es ein direktes Echtzeitkampf. Ich fand es aber trotzdem nicht dynamisch genug, wenn du es vergleichst mit Devil May Cry oder anderen Spielen, weil es war dann doch immer noch mehr Rollenspiellastig und das Setting war natürlich interessant, war mal was ganz anderes. Sowas hast du ja, glaube ich, nie wieder gehabt, aber die Story hat mich irgendwie nie gehuckt und gepackt, weshalb ich dann gesagt habe, nee, pack jetzt zur Seite und habe es seitdem nie wieder angefasst. Irgendwann gab es bei, als Origin eingeführt wurde, war es das erste Spiel, was es umsonst gab, glaube ich, oder war es Dragon Age, ich weiß nicht, eins von den beiden Spielen. Es liegt jetzt bei mir irgendwo bei Origin, weil ich es mir umsonst geholt habe, aber ich habe es auch nie wieder gespielt, dann gleich. Okay. Ich habe da nur mal ganz kurz reingezockt, aber ich erinnere mich noch an die Zeit, da hatte BioWare ja schon den Ruf, eine exzellente Rollenspielmanufaktur zu sein. Und ich glaube, weiß ich nicht, aber kommerziell sicherlich war das Setting das Problem, dass das einfach in westlichen Gefilden nicht so den Massenanklang gefunden hat, wie man sich erhofft hatte. Ja, vielleicht. Ich stelle mir das vor, es ist bestimmt für so eine Firma auch mega frustrierend, die dann irgendwie sagen, wir kommen vom Sci-Fi, machen mal was ganz anderes, gehen zurück zum Sci-Fi und wir sind einfach so, Sci-Fi ist das, was man mit uns verbindet. Und so ein Experiment, ich meine, solche Spiele haben ja viele Firmen, die mal sagen, wir wagen uns mal so ans andere Terrain und so, ob das jetzt qualitativ begründet ist, der nicht erfolgt, die Wertungen waren, wie es in der Matz waren, ja damals wirklich super gut. Aber ja, bestimmt so ein bisschen frustrierend, aber ich denke einfach, das war letztendlich das Setting, was wahrscheinlich in der Breite nicht funktioniert hat. Das kann gut sein. Heute glaube ich funktionieren. Vielleicht heute besser. Das Setting ja, aber man muss sagen, ich glaube, heute ist es auch nicht so gut gealtert, das Spiel. Also ich kann mich daran erinnern, als ich es, glaube ich, vor ein paar Jahren nochmal gespielt habe, die Definitive Edition, und es zieht sich schon ziemlich lang. Das war, glaube ich, auch ein Problem, dass die Story sehr, sehr langsam war und sehr, sehr textlastig und nicht so sehr in Fahrt gekommen ist. Also da fehlte noch so ein bisschen Präsentationsraffinesse. Ja, das, was dann halt mit Mass Effect wirklich, was die wirklich perfektioniert haben, dann nochmal, da, wie du gesagt hast, Colin, ich glaube, sie haben hier viel experimentiert und dass es an der einen oder anderen Stelle einfach nicht gut funktioniert. Ja, aber es stimmt gut wird, dass du es auch nochmal reingebracht hast mit Knights of the Old Republic, haben die ja sozusagen auch schon ihren Namen platziert. Und ich glaube, es ist gar nicht so unwichtig für Studios auch mal sowas zu probieren, weil da sammelt man ja trotzdem sauviele Erfahrungen, die sicherlich wir jetzt nicht genau benennen können, aber die nicht unwichtig sind. Und das ist, wenn so Studios immer das Gleiche machen, dann, außer vielleicht so ein paar Sachen, weiß ich nicht, es gibt ein paar Ausnahmen, aber man hat schon das Gefühl, dass es dann auch irgendwann sich in so eine Routine einschleift, die dann auch irgendwie sich nicht mehr innovieren kann. Und vielleicht haben sie das damit geschafft, das werden wir aber nie erfahren, aber unwichtig bestimmt nicht. Genauso wenig ist unwichtig, dass ihr abstimmt und ihr habt abgestimmt und ihr habt gesagt, eine 7,9 bekommt dieses Spiel aus unserer Sicht. Und ja, damit halten wir uns hier ganz gut bei dem, ja, bei der Tradition, dass wir immer so ungefähr einen Punkt klaffen, aber auch maximal, meistens den Ganzen und wollen jetzt natürlich auch schauen, wo sich das hier auf unserer wunderbaren digitalen Spieljahr-Tabelle anordnet. Und weil es nur eine 7,4,5 geworden ist, sehen wir es hier gerade auf Platz 8 mit Brothers of Arms, teilt es sich aktuell den Platz, aber es kann noch viel passieren, denn wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, meine Lieben. Ja, das war Jade Empire, ich habe im Chat auch viel gelesen, entweder die Leute kannten es gar nicht und es ist komplett an ihnen vorbeigegangen, so ging es mir tatsächlich damals ein bisschen, das ist mir nicht aufgefallen, oder die Leute haben sich total gefreut, dass wir es mit drin haben oder so, das hat auf jeden Fall seine Fanbase. Es ist wieder dieses Problematische, es kam erst für die Xbox und irgendwann für den PC. Ja, genau. Ah, okay, ja, ja. Das war ja damals auch noch viel üblicher, dass sowas so sehr versetzt released wurde als heute, dass man auch groß mit dem Multi-Plattform-Release schon plant und wir sehen, auch das ist nicht unbedingt immer gut, weil der PC verliert da aktuell meistens das Battle, denn für diese Plattform kommt so gefühlt gar nichts mehr optimiert raus. Das ist aber ein anderes Thema. Ja, lange hat es aber auch gedauert, bis hier ein zweiter Teil erschien, aber Tim Schäfer hieß er, glaube ich, hat sich mit dem ersten Teil auf jeden Fall einige Freunde gemacht und viele Fans der Reihe generiert, Psychonauts. Bei IGN gilt Tim Schäfer als einer der besten Spieleentwickler aller Zeiten. Nicht nur, weil er maßgeblich an Klassikern wie Monkey Island oder Day of the Tentacle mitwirkte, sondern auch dank einem 3D-Jump'n'Run-Sonderling namens Psychonauts. Das war 2005 das erste Spiel, das Schäfer mit seinem neu gegründeten Studio Double Fine entwickelt hatte. Und es überzeugte sofort Kritiker und Fans. Man spielte Raz, der zum Psychonauten ausgebildet werden will. Das sind Top-Agenten mit Psy-Fähigkeiten, zum Beispiel Telekinese oder Hellsicht. Für diese Ausbildung büxt Raz kurzerhand aus dem heimischen Zirkus aus. Am Ziel angekommen, muss sich Raz jedoch einer großen Verschwörung stellen und Menschen von ihren psychischen Problemen befreien. Also ab in die Gedankenwelt der verschiedenen gequälten Personen und kämpfen, bis die Probleme gelöst sind. Rein spielerisch gab es hier zwar wenig Neues, doch die skurrilen Welten, gepaart mit dem typischen Tim-Schäfer-Humor und dem einzigartigen Charakterdesign, machten Psychonauts zu einem besonderen Erlebnis. Auch wenn der kommerzielle Erfolg zunächst ausblieb, wir freuen uns schon auf den dritten Teil, Herr Schäfer. Ja, für den Humor ist diese Serie und überhaupt Tim Schäfer und Double Fine auf jeden Fall berüchtigt. Teilt ihr das? Habt ihr das auch aus den Gründen gespielt oder habt ihr irgendwelche Sachen dem Spiel abgewinnen können, die hier vielleicht noch gar nicht erwähnt wurden oder die ich auch nicht so sehe? Jetzt muss ich kurz gucken, sitzt hier überhaupt ein Teilnehmer in der Runde, der es gezockt hat? Ich glaub, ich hab's gespielt. Tatsächlich nicht, aber gut, dass du's trotzdem gespielt hast. Angezockt hab ich auch. Ich hab's angezockt, hab's nicht durchgespielt, blieb bei mir auch nicht viel in Erinnerung. Ich weiß halt, es wurde hochgelobt zu dem Zeitpunkt, aber der Artstyle hat mich sowas von abgeturnt. Ja. Aber was ich wiederum sehr, sehr gut fand, zum Beispiel in der deutschen Version, Razz wurde von der Synchronsprecherin von Bart Simpson gespielt. Oh, okay, cool. Was das Spiel für mich so ein bisschen aufgewertet hat, weil ich fand so, okay, der passt irgendwie, ist irgendwie cool. Ich weiß, es waren sehr viele abgefahrene Levels, also es gab irgendwie so Milchmann-Tipps. Level oder so und die sind ja irgendwie auch auf dem Pfadfinder-Camp oder so, wo dann überall noch Indianer-Sperrspitzen waren. Die muss man irgendwie einsammeln, um dann irgendwie Bonuse freizuschalten. Das war einfach ein solider Jump'n'Run und zu dem Zeitpunkt war ich 16 Jahre alt. Und für mich war es halt so, ja nee, gib mir Sport 4, das spiele ich gerne weiter. Und deswegen ist es dann bei mir so, ja, als auch Psychonauts 2 angekündigt wurde, war für mich so, ja, ich fand Teil 1 halt einfach nett, aber ich mag halt nicht das Design der Charaktere. Ja, ich glaube auch, das ist also, auch wenn man das heute noch spielt, unter der Oberfläche ist es dann wirklich nur ein Jump'n'Run und da gab es auch damals schon poliertere. Das war jetzt nicht so wahnsinnig sauber und präzise in jeder Hinsicht, aber du merkst heute noch diese Handschrift, dieser Humor, diese Figur, wie das geschrieben ist, das ist immer noch richtig geil und speziell. Und das ist, glaube ich, eben, wie du schon gesagt hast, auch das Problem, man sieht ja teilweise so Bilder, da ist so eine Kampfsequenz zu sehen, wo man denkt, boah, da steht Kassengift drauf. Das klingt, also, ich glaube, jeder Marketing-Fuzzi würde sagen, ey, Finger weg, gib mir irgendwas Konventionelleres, weil es eben so bizarr und eigen ist und, glaube ich, extrem viele Leute abturnt. Und das ist dann der Fluch von so visionären Ideen, die so frisch und eigen sind, aber auch so speziell, dass sie halt längst nicht mit vielen, vielen Leuten irgendwie so, ja, dass viele das einfach zu, gleich kommt, glaube ich, diese Sache im Hintergrund, die ich eben meinte, so ein Kampf auf so einer Holzplattform. Also, man darf das ja nicht unterschätzen, wovon Leute sich kicken lassen. Der Name ist Psychonauts, ist schon wieder, ist so geckig, skurril, kreativ. Du guckst es dir dann an und es überfordert wahrscheinlich die allermeisten Leute. Und deswegen war das eben kommerziell hier, das meine ich jetzt, diese Szene, die da kommt, das ist so, man sieht es nicht so richtig, aber da sagt, glaube ich, niemand, boah, geil, das musste spielen heute. Und damals haben es eben auch zu wenig gesagt. Aber ich erinnere mich, ich habe das eben auch Jahre später nachgedacht und habe sofort gedacht, ey, ich habe gelacht. Also, es war wirklich, das war lustig, das war frisch und toll, aber ja, auch ein bisschen zu spröde irgendwie wahrscheinlich für die Masse da draußen. Ja, das kann gut sein. Und vielleicht sehen das mehrere so, weil ich kann mich dir da anschließen, mich hat der Stil auch sehr abgeschreckt. Irgendwie, ich glaube, entweder muss einem der, gefällt einem der oder irgendwie nicht, weil, ich weiß nicht, eben war in der Mazda auch so eine Szene, da zieht der Hauptcharakter sich so eine Brille an und dachte ich kurz, ey, der sieht doch genauso aus wie der Crazy Frog damals bei... Oh Gott! Und da dachte ich auch so, dieses Jamba-Spar-Abo, mit dem hole ich mir nicht, weil der Crazy Frog sieht aber auch blöd aus. Ja, da ist es so natürlich... Ja, da haben wir es kurz gesehen. Also, ich weiß nicht, es ist gewöhnungsbedürftig, vielleicht mag man es aber auch und kann darüber hinwegsehen. Aber ich glaube, der Humor ließ einen auch darüber hinwegsehen, denn der Chat hat auf jeden Fall gesagt, für uns ist das Ganze hier einen ganzen Punkt besser, als ihr gesagt habt. Und zwar keine 7, sondern eine 8. Und damit haben wir eine 7,5 und Platz Nummer 7, direkt über Brothers in Arms, habe ich mal eben so ausgerichtet. Nicht schlecht. Nee, scheiße. Oh, ja doch. Oh, Platz 8. 8? Ja, weil... Ah, guck mal, so sehr habe ich dann doch nicht gedacht. Wahnsinn. Okay, aber kurz nach Lego Star Wars, beides witzige Spiele. Lego Star Wars, entweder das beliebtere Franchise oder noch ein Ticken witziger. Das können wir hier nicht so genau rauslesen, was es am Ende ist. Aber was wir festhalten können, sonst wäre es ja gar nicht in diesen Top 25 überhaupt ein Hervorausfall dabei, auf jeden Fall ein gutes Spiel aus dem Jahr 2005. So viel kann man auf jeden Fall schon jetzt sagen. Ja, jetzt geht's weiter mit, natürlich dem, da habt ihr alle drauf gewartet, ihr könnt im Prinzip jetzt schon euch die T-Shirts vom Leibe reißen und denken, diese Hauptcharaktere erinnert ihr euch noch an den kleinen, gefleckten, süßen, oder den Rüden, ist noch der Rüde dahinter, oh, Nintendogs. Der Rüde. Na, hättet ihr gern ein knuffiges Hündchen, wollt aber kein Geld für Futter ausgeben? Ihr seid außerdem in den 90ern aufgewachsen und vermisst das digitale Piepen eures Tamagotchis? Dann hatte Nintendo bereits 2005 die perfekte Lösung für euch. Denn mit Nintendogs erschufen sie eine wahre Goldgrube. Durch 24 Millionen verkaufte Exemplare ist das Spiel auf Platz 2 der erfolgreichsten Spiele für den Nintendo DS. Direkt hinter New Super Mario Bros. Man kümmerte sich um einen digitalen Hund, indem man ihn fütterte, pflegte und mit ihm spielte. Der Nintendo DS bot dabei aber einige neue Hardware-Features, die hier besonders schlau genutzt wurden. Die Steuerung mit dem Stylus-Stift ging zum Beispiel sehr gut auf. Und durch das DS-Mikrofon konnte man direkt mit dem Hündchen kommunizieren. Der sogenannte Bark-Mode erlaubte es sogar mit anderen Nintendogs-Besitzern in der Umgebung zu interagieren. Und besonders ehrgeizige Hundefans konnten mit ihrem Digitalkläffer an Wettbewerben teilnehmen. Selbst die Uhr und der Kalender des DS wurden verwendet. Über sie wurden Hunger und Durst abgebildet. Und keine Sorge, natürlich konnten die geliebten Hündchen niemals sterben. Wer also heute noch ab und zu ein geisterhaftes Heulen in der Nacht hört, kramt am besten den ollen Nintendo DS nochmal raus und guckt, was der alte Köter will. Ja, da bin ich jetzt aber interessiert, wie viele von euch damals den Bark-Mode genutzt haben, um eure kleinen Hündchen mit euren Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunden zu tauschen. Jetzt lachst du, ne? Meine damalige Freundin, die hatte auch ein DS. Und wir hatten beide verschiedene Editionen von Nintendogs. Okay. Und ich kann mich nicht mehr an Details erinnern, aber wir waren eine gewisse Zeit da sehr im regen Austausch. Hast du schon den Trick, hat er das schon gelernt bei dir, bei mir noch nicht. Oh, ich muss mal wieder bürsten, ist zu viel, etc. PP. Das so richtig als Spiel durchgehen zu lassen, ist natürlich wieder so ein bisschen relativ, weil es eben so ein erweitertes Tamagotchi ist. Aber damals halt auf dem DS mit diesem Stylus, dieses Knuddel ihn nochmal und die sind einfach süß, die kleinen Welpen. Die scheißen eine Edition nach der nächsten auf dem Markt mit irgendwelchen hier-die-Tier-Serien. Oh, den find ich süß, dann kauf ich mir das Modul noch. Jetzt auch da Martina. Ja, genau. Und es hat ja eine Zeit lang richtig gut funktioniert und war auch niedlich, aber war halt ein Phänomen seiner Zeit und auf die Hardware gemünzt. Aber eben mal wieder, das kann man Nintendo ja eben dann auch wirklich nicht vorwerfen, bring eine Hardware raus mit eigenen Features, die es so eben noch nicht gibt und hauen dir auch Software raus, die das irgendwie ausmachst. Und in dem Fall natürlich Hundewelpen plus so eine Software ist ein guter Garant dafür, gute Chancen zu haben. Aber du sagst auch schon, ein Produkt seiner Zeit, war es quasi so das, weiß nicht, Pokémon Go oder Animal Crossing von diesem Ding, du hast gerade erwähnt und dann hat man sich auch ausgetauscht und irgendwie vielleicht wollte was tauschen und so. Weil diese Spiele, die haben ja oft auch manchmal in ihrem Release-Zeitraum so was Gesellschaftliches, dass man dann auch mit allen anderen darüber redet und so. Hatte das die Größe, was meint ihr, oder war das noch sozusagen vor seiner Zeit noch nicht genug, hatten so ein Gerät wie den DS und generell hat ja noch nicht die ganze Welt gespielt. Vielleicht ist es auch das. Ich glaub schon, dass Nintendo so ein bisschen versucht hat, gerade mit dem DS oder zum Beginn des DS, den DS oder den Gameboy sozusagen, die Produktlinie, so ein bisschen für neue Zielgruppen zu erweitern und auch für erwachsenere Spieler, für weiblichere Spielerinnen und deswegen halt auch gerade auf solche Spiele gesetzt hat, die tatsächlich vielleicht auch eher weniger tatsächlich ein Hardcore-Gaming-Spiel sind, sondern eher etwas, was man nebenbei machen kann, was man dabei haben kann, was irgendwie ganz lustig ist, was ganz spaßig ist. Und damit haben sie auch Erfolg gehabt. Also wir haben es gerade gehört, das zweitmeistverkaufte Spiel von Nintendo, der ist irre, also damit hat einfach Nintendo neue Zielgruppen erschlossen für sich und für ihre Handheld-Konsolen. Und dann ist natürlich vollkommen klar, dass wir als die Hardcore-Gamer irgendwie dann vielleicht sagen, so in die Nase rümpfen und so weiter, aber den Erfolg kann man Nintendo in diesem Sinne dann nicht abstreiten. Ja, stimmt. Aber ich glaube, wer heute an sowas wie Pokémon Go oder so denkt, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, das ist dann einfach ein in sich geschlossenes Modul mit so ein paar Features und du hast das Ding, gibst Geld dafür aus und hast dann da so deine Späße und Kostümchen hier und da, aber es hat ja, die Tiefe will ich jetzt gar nicht mal sagen von Pokémon Go, aber es ist eben auf einem eigenen Device, also es ist eine ganz andere Zeit für das, was der DS konnte und so wie Steffen es gesagt hat, war das einfach ein extrem erfolgreicher Versuch, aus dem Nintendo ja auch viel gelernt hat und nicht alles war gut, zu sagen, geil, es gibt nicht nur die Core-Gamer oder eben anders gesprochen, irgendwann ist Mario vielleicht auch mal auserzählt, so könnte sein. Lass uns mal ein bisschen gucken, dass wir in die Breite gehen, hat auf jeden Fall mega funktioniert. Ja. Mit der Wii haben sie es dann ausgemaxt, aber das ist eine andere Geschichte. Stimmt. Ja, und aber sowas wie irgendwelche Skins und sowas gab es ja damals noch nicht. Doch, noch Module. Das sind, ach so, das meine ich damit. Jedes einzige Modul war eine Art andere Hunderasse. Ja, ich glaube, es waren immer so drei oder vier Hunde, aber es war immer dieses Gefühl, oh, dieser eine, den ich gerne hätte, der ist auf dem, also wir, die sind ja nicht dumm, ne? Ja. Wie man dann eben so weiß, so die ganzen schäbigen Köter, da ist der eine Süße dabei und war, weißt du, genau, geil, du kannst nicht einfach die Süß-Edition oder die schäbige Edition, sondern um den zu haben, musste. Das haben die in ein paar Jahren, war das. Ich weiß nicht, wie es gab, aber. Stimmt. Katzen gab es dann auch noch. In Nintendogs. Blasphemie. Ja. Ich glaube, es heißt tatsächlich Nintendogs, die Cats oder irgendwie sowas. Cats, wenn du auch so. Cats and Dogs, ja, genau, Cats and Dogs. Wahnsinn. Gab es da alles? In NDS haben sie es auch nochmal rausgepresst, aber ich glaube, es war nicht dann so erfolgreich, wie damals dann auf dem DS, weil. Aber mich würde mal interessieren, das können wir jetzt natürlich nicht priorisieren, aber in welchen Ländern das besonders erfolgreich war, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es auf dem asiatischen Markt deutlich besser angekommen ist, als jetzt auf dem westlichen Markt. Das mag sein, ja. Aber es wäre doch einfach nur ein Gefühl von mir. Also ich glaube schon, dass das ein internationales Phänomen war, aber ich kann es ja auch nicht sagen, es mag durchaus sein, dass das, also wie das so ist. Japan, kein Land, solcherlei Geschichten. Also öffentlich. Freiling? Freiling? Freiling. Also Land, was so, wenn es darum geht, in der Bahn zu sitzen und sich nicht zu schämen, so Hunde zu streicheln, digital. Das sind ja speziell wie in Deutschland immer so Jahre hinten dran, dass man sich, also nach dem Motto, wo eben der Schlipsträger schon in den 90ern irgendwie nach Feierabend in irgendwelchen Anime-Stapeln wühlt, trauen sich bei uns dann die Leute erst 20 Jahre später so ein T-Shirt zu tragen und sind trotzdem schon volljährig. Das ist ja einfach, das gehört mehr zu der Kultur eben immer schon. Deswegen kann es auch damals sein, war das noch relativ frisch, dass das möglicherweise in Asien dann nochmal oder in Japan speziell erfolgreicher war. Aber es war auch hierzulande schon sehr ... Ich glaube auch, das ist auch die Vorstufe des Mainstreams gewesen mit Videospielen, weil wir wissen ja alle, später ist Mainstream mittlerweile Mobile Games, Handy spielen, das ist ja das, was ältere Generationen mittlerweile können. Ich glaube, das ist auch so eine Sache gewesen, so Knöpfe drücken und so weiter, das musste man ja damals nicht, sondern du hattest ja alles da unten auf dem Touchpad gehabt und konntest einfach draufdrücken. Das heißt, bevor in diesem Jahr dann noch die Wii kam, waren das dann, glaube ich, so die Großmütter, Großväter, die dann sagen, ey. Nintendogs, das ist auch was für mich eventuell, oder für die ältere Generation, nicht nur Großmütter, sondern Mütter, Väter und so weiter, waren dann auch eher da ... Das hat Nintendo-Stimmung gut drauf. Die gelangweilten Mütter, die bei der Theatervorstellung da saßen und lieber die Hunde gestreckt haben, so, ja, machst du ganz toll, Schatz. Wirst ein guter Baum. Genau, für die war ... Hast du dich gedreht? Ach, stimmt, das hat ja ein Mikrofongram, ne? Ja, das war sicherlich für seine Zeit groß. Groß, aber auch nicht riesig, wie man an unserer Wertung sieht. Und ich muss auch sagen, ich hab noch nie oder schon lange nicht mehr so oft das Wort Schmutz in unserem Chat hintereinander gelesen. Und ihr seid nicht ganz so gnädig wie wir und habt eine 6, da sehen wir es, 1 nur gegeben. Aber wir sind beide wieder im Wechselbereich, das heißt, wir bleiben uns recht einig. Und damit können wir aber jetzt schon mal sagen, dass sich das hier relativ niedrig anordnen wird. Aber vor Massenaries noch, wow, die Hunde sind krasser als die Söldner in Nordkorea. Wer hätte doch ... Ja, ich sag euch ja, das sind die Titel, die hier den Schnitt dann runterziehen. Ja, stimmt. Hätte man doch vielleicht mal Advanced Force Dual Strike reingenommen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir geben uns ja sehr Mühe, quasi auch ein diverses Feld abzubilden, weil auch das sind Videospiele für Menschen. Und die Verkaufszahlen, die du gerade auch noch mal ins Feld geführt hast, die die Mats auch angesprochen hat, die qualifizieren das Spiel natürlich für diese Sendung auch ein bisschen mit. So, aber von einem Titel, den ihr vielleicht hier nicht so erwartet hättet wie Nintendogs, dann wiederum zu einem, na, ich glaube, manche Freunde des MMO-Genres würden es auch als Meilenstein bezeichnen. Wir hatten letztes Jahr den größten Meilenstein mit World of Warcraft. Aber jetzt gucken wir uns noch mal eine kleine Zusammenfassung über Guild Wars 1 an. Nachdem Ende 2004 World of Warcraft wie eine Bombe einschlug, brach eine regelrechte Welle der MMORPGs los. Und schon im April 2005 ging mit Guild Wars einer der vielversprechendsten Herausforderer an den Start. Allerdings setzte Guild Wars, anders als der Genre Primus, nicht auf ein Abo-Modell, sondern war nach einmaligem Kauf komplett kostenlos. Und das war nicht das einzige Pro-Argument. Die Kombination aus zwei Klassen pro Charakter, eine Grafik, die deutlich realistischer daherkam als der Comic-Look von WoW und eine Menge Spieltiefe taten ihr Übriges. Beim Basteln des Charakters musste man beispielsweise auf die Kombination der sehr begrenzten Skill-Slots achten, was zum Experimentieren einlud. Und der namensgebende PvP-Modus, in dem man in der eigenen Gildenhalle kämpfen konnte, machten das Spiel zum Leckerbissen für kompetitive Spieler. Guild Wars war zwar nicht der krasse Erfolg von World of Warcraft vergönnt, doch mit über sieben Millionen Verkäufen in den ersten fünf Jahren war es sicher auch kein Underdog. Erst sieben Jahre später wurde es dann von einem offiziellen Nachfolger abgelöst. Erinnert ihr euch noch, letzte Folge, als ich von dem Kumpel erzählte, der seine Bachelorarbeit über World of Warcraft geschrieben hat, der eben sehr, sehr gut versucht hat, wissenschaftlich zu begründen, warum. Ja, der hat jetzt seine Doktorarbeit über Guild Wars gemacht. Genau. Der sagt, es gibt nur ein Spiel, welches besser ist als World of Warcraft und das ist Guild Wars 1. Und er findet eine Frechheit, dass das heute quasi nicht mehr so viel gespielt wird, weil das ist auch rechtemäßig alles ganz schwierig. Es gibt irgendwie nur noch so einen ganz kleinen Haufen, der irgendwelche Server da betreibt und so. Ist auf jeden Fall nicht mehr super aktuell. Aber ich habe nie komplett verstehen können, warum er das sagt. Steffen, du magst dieses Spiel aber auch. Vielleicht kannst du uns ein bisschen ins Bilde bringen, warum Menschen sowas sagen könnten. Also, ich muss ein bisschen auspolen. Ich hoffe, ihr habt in den nächsten fünf Minuten nichts vor. Ja, mach, mach, mach. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mega gespannt. Ja, wirklich. Natürlich, als Pen-Pepa-Rollenspieler bin ich ein großer Fan von online, von MMO-PWGs gewesen. Habe schon sehr früh reingeguckt und natürlich kam das Jahr vorher BOW raus. Das Problem war aber natürlich, Steffen hatte kein Bankkonto. Und meine Eltern waren jetzt nicht so der Fan von, ach, der Junge wird jetzt auch den ganzen Tag am Rechner sitzen und Zeit in WoW verbringen. Deswegen war es für mich keine Option, normal WoW zu spielen. Ging nicht. Ja, Abo-Modell finde ich immer schlecht. So, genau. Deswegen, das war das Problem. Und dann kam Guild Wars und hat gesagt, du kaufst dir einfach das Spiel und spielst. Und dann war ich natürlich gleich so, okay, Moment mal, dann brauche ich ja gar kein Ding ins Meer, dann kann ich das ja einfach spielen. Und das war für mich schon so der Gateway, warum ich gesagt habe, okay, Guild Wars habe ich viel, viel mehr gespielt als, na, ich habe Guild Wars nicht viel, viel mehr gespielt wie WoW, aber ungefähr gleich viel, würde ich sagen. Und dazu kam noch, ich habe in dem Jahr hatte ich Konfirmationen, das bedeutet ... Neuer Rechner. Neuer Rechner. Erster eigener Rechner zusammengebaut. Religion. Und ich habe mir das Spiel ... Irgendwo sitzt Jesus und vergisst alles. Ey, was er sagt. Dafür bin ich gestorben. Ich habe mir das Spiel gekauft, bevor ich den neuen Rechner hatte und bevor die Server online waren. Das heißt, ich habe, glaube ich, zwei Wochen damit verbracht, mir nur das Beipackheft in dieser Box durchzulesen und mir vorzustellen, wie gut dieses Spiel sei. Das war aber immer das Coolste, ehrlich gesagt. Die Vorfreude. Ja, es war aber wirklich trotzdem Folter, absolute Folter. Und dann habe ich es erst mit meinem Bruder gespielt, weil mein PC noch nicht da war. Und als mein PC kam, habe ich es dann gespielt. Und was es tatsächlich, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukehren, was es von WoW so ein bisschen abhebt, ist, dass die Charakterentwicklung, fand ich, deutlich taktischer war. Weil man musste sich, aus zwei verschiedenen Klassen konnte man sich Charaktere zusammenbauen und das war eben nicht so wie in WoW, dass man unendliche Skillslots hatte, die man sich vollballern konnte mit allen Fähigkeiten und Anzeigen und was nicht immer. Man hatte genau diese Anzeige da unten und mehr Skills konnte man nicht mitnehmen. Das heißt, man musste sich ganz genau überlegen, welches Skills nehme ich jetzt mit, wie skill ich meinen Charakter darauf. Ich könnte auch halb Mage, halb Kämpfer irgendwie sein. Und die Story war auch ziemlich krass. Ich spoil euch das jetzt, weil das ist euch, glaube ich, egal. Mach auch immer. Weil am Anfang ist man halt in so einer kompletten, hier sieht man es auch so ein bisschen, in so einer komplett wunderschönen Landschaft. Alles ist grün und man ist so im Tutorialgebiet und so weiter. Und dann, bam, das Reich wird komplett zerstört durch eine Invasionsarmee, die alles in Schutt und Asche legt, alles verbrennt und ab daraus ist man nur auf der Flucht. Und das hat mich richtig geflasht. Ich hab dem Spiel jetzt aber auch keine riesig gute Wertung gegeben, weil ich finde, dass Guild Wars 1 erst mit den Add-ons wirklich, wirklich zu dem Spiel wurde, was es da wirklich war. Factions gab's da? No, Factions und Nightfall. Ah ja. Und erst dadurch wurde das Spiel richtig, richtig gut und hat auch eine Formel gefunden, was es von WoW unterschieden hat. Und der PvP-Modus war großartig. Ich hab eine Zeit lang auch Nightfall in der Gilde gespielt und das hatte richtig viel Bock gemacht, sich da auch so ein bisschen die Skillung sich zu überlegen und so weiter. Und da hab ich sehr, sehr viel Zeit rein investiert. Muss aber auch sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser ist als WoW. Es ist anders als WoW, hat mehr diesen Asien, also das, was halt in Asien populär war in MO-RPGs, also ein bisschen mehr Grind und weniger Story. Und Guild Wars 2 hat das Ganze dann einfach nochmal deutlich besser gemacht, hat auch das MO-Genre nochmal ein bisschen nach vorne gebracht. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Guild Wars 1 ein perfektes Spiel war, weswegen ich auch eine 7,0 eigentlich okay finde. Okay, okay. Weil im Ursprungsmodus, im Ursprungszustand war das Spiel gut, aber kein Genre-Primus. Ja, aber auch ein bisschen was Eigenes. Ich würde mich auch gar nicht mit WoW so krass vergleichen. Also da war Guild Wars 2 WoW-ähnlicher tatsächlich. Also mehr so, wie dann immer mehr MMOs sich das auch alle voneinander eigentlich ein bisschen abgeschaut haben. Ich kann jetzt natürlich auch nicht dafür argumentieren, warum der besagte Freund das sagt, aber das PvP-Feature war ja eben auch recht einzigartig in dem Spiel. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, wie man sich das vorstellen kann, wenn man es nicht gespielt hat? Also das Größte war, wenn man sich einer Gilde angeschlossen hat, dass man eine eigene Gildenhalle hatte, die man sich ausbauen konnte. Das heißt, man konnte sich für Ingame-Währung eine von verschiedenen Gildenhallen aussuchen, die halt unterschiedlich designt waren. Die wurden dann auch immer thematisch angepasst an das Add-On. Es gab dann später asiatische Tempel, wenn man in dem asiatischen Add-On war und so weiter. Und die musste man dann ausbauen, konnte man sich Händler reinbauen, die spezielle Fähigkeiten hatten, die einem besondere Ausrüstung geben konnten, Ausrüstung aufwerten mussten und so weiter. Und das war ein so tolles Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam diese Gildenhalle auszubauen, dass mich das total gefesselt hat. Und dann gab es eben diese Kämpfe um die eigene Gildenhalle mit Belagerungsmodus, Belagerungsmaschinen bauen. Dann fliegen plötzlich irgendwelche Katapultgeschosse auf deine Mauern von deiner eigenen Gildenhalle, die du so aufgebaut hast, du musst die Gegner abwehren und so weiter. Und das hat halt extrem gut funktioniert und war halt noch ein bisschen anders als damals noch die PvP-Areas von WoW und hatte ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen ausgefeilter war. Aber auch da muss ich sagen, im Ursprungszustand habe ich das Spiel da auch nicht so viel gespielt, halt mit den Add-Ons. Da wurde es halt wirklich zu einem Spiel, wo ich sage, das sollte man auf jeden Fall mal angeguckt haben. Und da wurde es dann richtig, richtig gut. Aber gut, dass du das nochmal zusammengefasst hast, denn es war ein einzigartiger Ansatz, der sich tatsächlich auch sehr von der PvP-Mechanik von WoW unterschieden hat, beziehungsweise einfach, also es klingt für mich, ich hab's ja selber nicht gespielt, sondern ganz viel Lobes sind bisher angehört, aber es klingt so, als wär's ein bisschen dynamischer, auch als könnten die Kämpfe viel unterschiedlicher, je nach was auf dem Server grad los ist, sozusagen ablaufen. Wohingegen so ein Battleground bei WoW, wusstest du, das sind sozusagen die wichtigen Punkte. Und dann gab's halt so drei, vier Verläufe und es war vorprogrammierter als da jetzt. Von daher mutig auch da quasi sich nicht einfach alles vom Platzhirsch, der sich einen ja vorher richtig platziert hat, auf dem Thron quasi einfach alles abzugucken, sondern auch was eigenes machen zu wollen, um da vielleicht mit dran vorbeizuziehen. Das hat nicht geklappt, aber es hat wirklich noch viele, viele Fans. Und ich weiß leider nicht mehr, wie, ich weiß nur noch vage, es gibt irgendwie eine weirde Rechtslage und das gehört irgendwie nicht mehr denen. Und es wird noch von irgendeinem Fanteam betrieben oder so. Wenn ihr das da genau wisst, schreibt das doch sehr gern detailliert in die Kommentare, wenn ihr zu diesem Fanschwarm gehört. Denn, da möchte ich nochmal kurz drauf aufmerksam machen, tummelt euch da gerne. Das hilft unserem Format hier sehr. Das hat nämlich, ja, ist ein bisschen aufwendiger, als ihr da draus vielleicht einschätzt. Und da freut man sich natürlich, wenn auch Gesamt-YouTube-Deutschland das sieht. Und das geht immer nur durch viele Kommentare. Also lasst dort gern die Meinung dort. So, sieben haben wir hier als Redaktion vergeben. Und ihr habt ein bisschen mehr vergeben. Mit einer 7,9 sagt ihr, das war für uns schon fast eine Acht. Und damit ziehen wir es hier ein bisschen hoch. Ich bin nämlich auch überrascht gewesen, dass es nur eine Sieben hatte. Ich dachte, es hat ein bisschen mehr Fans. Und ich habe Quatsch gelabert. Ihr habt eine 8,3 vergeben. Wow, okay, das ist einiges mehr. Wir haben so lange geredet, dass ich die Zahl einfach vergessen habe. Und mir irgendeine alte gemerkt habe. Ganz fantastisch. Das zieht es ja dann noch mal um einiges hoch. Und bevor wir zu dem letzten Titel vor einer weiteren Verschnaufpause gelangen, schauen wir doch aber auch noch mal, wo es sich denn nun einordnen wird. Und lasst die Magie hier walten. Guild Wars auf der Nummer 8 zwischen Lego Star Wars und Psychonauts. Es trennt Humor durch eine Prise ernsthafte Fantasy-Strategie. Wars kommt im Titel vor. Ja, Krieg, genau. Außer wir wollen ja nicht in 2005 zu versöhnlich sein. Ja, genau. Wars, Star Wars, Guild Wars. Es stimmt, es ist sehr, sehr viel fieser Krieg. Ja, Mord- und Totschlag. Und Nintendogs. Und Nintendogs. Also reißt es komplett raus. Vielleicht ist es auch deswegen in der Liste, um auch mal zu sagen, Leute, wir haben hier schon noch Werte, die gilt es zu erhalten. Und die kommen auch jetzt vielleicht nicht in Form von knuddeligen Tieren, aber von, weiß ich nicht, öligen Motoren, ordentlich Umweltverschmutzung, aber zumindest kein Mord- und Totschlag. Denn eine neue Serie wurde begründet. Mit der Xbox kam dann auch ein, ja, Kate-Sim-Titel für Motorsportfreunde auf diese Plattform, Forza. Benzingeruch, quietschende Reifen und brüllende Motoren. Autorennen sind schon ewig Teil der Videospielkultur und werden es wohl immer bleiben. Und 2005 fuhr eine der bekanntesten Rennspielreihen erstmals aus der Garage. Speziell entwickelt für die Xbox. Die Rede ist natürlich von Forza Motorsport. Und gleich zu Beginn überzeugte die Reihe durch einen soliden Simulationsgrad, viele Einstellmöglichkeiten und natürlich eine große Anzahl an lizenzierten Fahrzeugen. Mit über 231 Autos, vom Honda Civic bis zum Audi R8 Prototypen, waren einige motorisierte Schmankerl detailgetreu nachgebildet. Und auch der Spielumfang ließ sich sehen. Neben den normalen Rennen konnte man sich zum Beispiel auch bei den deutschen Tourenmeisterschaften oder dem Super GT hinter das Steuer schwingen. Und vom Aufkleber bis zum Reifendruck konnte hier alles detailliert eingestellt werden. Die perfekte Rundenzeit auf Nordschleife, Silverstone und Co. erreichte man also nur mit guter Vorarbeit. Obendrein zerlegten sich die Traumautos bei Kollisionen wunderbar in ihre Einzelteile. Ein Feature, auf das Gran Turismo-Fans neidisch schielten, die ja bis heute auf ein echtes Schadensmodell warten. Zusammen mit den Online-Rennen, die die Konkurrenz damals ebenfalls nicht bot, hatte Forza gleich in seinem Debütjahr die Nase weit vorne im Racing-Genre. Ja, da haben wir es gehört. Schadensmodell und Online-Rennen, das sind wirklich die gravierendsten Unterschiede, wenn man die Reihen Gran Turismo und Forza Motorsport miteinander vergleicht. Und man kann sie eigentlich nicht nicht miteinander vergleichen, weil damals war dieses Sim-Racing-Genre noch gar nicht so groß, wie es heute gewachsen ist tatsächlich. Wir haben viel mehr Vertreter, jetzt vielleicht auch nicht im Super-Mainstream-Bereich, aber so richtig Hardcore-Simulationen wie Assetto Corsa, Project Cars und so. Sowas gab's damals noch nicht, sondern da war Gran Turismo relativ alleine mit. Und selbst das ist ja aus heutiger Sicht keine knallharte Simulation. Und Forza hat aber einen sehr ähnlichen Ansatz gewählt, nur mussten die sich auch irgendwie abheben. Und wie hat's gesagt, die Fans von Gran Turismo warten teilweise heute noch auf das Schadensmodell. Aber im Endeffekt waren die sich ähnlich und da scheideten sich, glaube ich, schon dann damals ein bisschen die Geister. Entweder du warst halt Team Xbox oder Team PlayStation und gar nicht nur so aus so einem Fankult heraus, sondern auch aus die wenigsten, die jetzt vielleicht nicht in der Branche gearbeitet haben, hatten natürlich dann beide Konsolen. Das heißt, das hat natürlich auch ein bisschen entschieden, zwei Exklusivtitel, bei welcher Sim-Kate-Racing-Nummer du am Ende gelandet bist. Und deswegen, weil ich damals noch PCler und eine PlayStation 2 hatte, war ich der Gran Turismo-Boy und fand das gut, kann dazu viel sagen. Aber zu dem ersten Forza Motorsport kann ich tatsächlich recht wenig sagen. Und ich glaube, das gilt leider für alle hier in der Runde, denn wir haben hier, glaube ich, keinen Motorsport-Enthusiasten gerade zu Gast. Habt ihr denn noch Worte zu verlieren? Ja, also im Prinzip so aus historischer Perspektive ist ja eben mit diesem Gran Turismo-Vergleich das Wichtigste eigentlich schon so mit angesprochen. Also nochmal in der Zeit zurückreisen, Xbox ist die erste Konsole von Microsoft, restliche Konsole, alles andere japanisch dominiert. Die ist da im zweiten Jahr gerade, wo wir sind. Und man merkt so schon, das hat man damals auch gespürt, in der Rückschau ist es natürlich noch mehr so Checklisten-Game. Dass man merkt, wir bieten hier was an, wir müssen etwas anbieten, was konkurrenzfähig ist in Bereichen, wo andere Leute Geld verdienen. Gran Turismo, du hast halt immer noch das Ding, simulationstechnisch vorne, Exklusivtitel, wir brauchen sowas auch. Wir brauchen westliche Rollenspiele, weil wenn eine amerikanische Firma kommt, Jade Empire, aber vielleicht mal mit so einem anderen Look versuchen. Damals waren die ja auch noch so unfassbar aktiv da drin, japanische Exklusivtitel zu bekommen, entweder von japanischen Herstellern oder die teilweise nur auf den japanischen Markt schielten, weil Microsoft ja auch jahrelang versucht hat, den japanischen Markt zu erobern, bis sie es dann irgendwann aufgegeben haben, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich schon so, über die spielerischen Qualitäten, weiß ich nicht, braucht man gar nicht so ins Detail gehen, wir können es an dieser Stelle zumindest nicht. Aber dass das natürlich ganz klar platziert war, als ein Konkurrenzprodukt, mit Sachen wie Project Gotham Racing hat es halt nicht so ganz geklappt. Auch schöne Spiele, aber eben haben es nicht so ganz funktioniert, das war dann vielleicht eher mit anderen Racing-Vertretern in Konkurrenz sozusagen. Aber das hier war eben der lizenzierte Boliden, simulationslastiger Ansatz etc. pp. Hier, seht her, ist unser Gran Turismo und in der Geschichte der beiden Konsolen ist es ja eben bis heute so, dass das die beiden Serien gibt, die eben diesen Flaggschiff-Modus jeweils für sich beanspruchen. Ja, tatsächlich. Sehr gute Zusammenfassung. Das Ding ist ja auch, dass beide Serien waren ja für beide Plattformen oft auch bei einer neuen Iteration der Konsole, dann natürlich, das hat sich heute ein bisschen geändert, aber früher waren es die Racing-Games, die zum ersten Mal die neue Grafik gezeigt haben, weil du konntest damit viel übertriebener aufprotzen, weil es halt eben nur in diesen kleinen Arealen funktionieren musste und dann eben auto-fotorealistisch, hat man eigentlich bei jedem Teil gesagt. Jetzt ist es aber wirklich funktioniert. Aber jetzt ist es echt. In Echtzeit spiegelt sich die Umgebungsgrafik plötzlich. Ja, aber nur in diesen Garagen-Modus, wo man sich ein bisschen umgucken konnte. Ja, wobei, nee, bei Ford's Motor Sport 8, da jetzt sogar auf der Strecke, da kann man jetzt mit dem nächsten Teil wieder ein Upgrade drauflegen. Aber das ist auch krass, sie sind jetzt bei 8, ne? Und 2005 waren sie bei Teil 1, also sie sind auch mit ihrem Release-Zyklus, wie oft sie da ein neues raushauen, total an Sony und Polyphony Digital vorbeigezwungen. Das ist wirklich krass. Und haben dann sogar noch, weil sie auch vielleicht gemerkt haben, gut, so riesig ist der Markt, jetzt auch nicht von den Hardcore-Enthusiasten. Wir brauchen da noch so einen Arcade-Schmankerl, aber irgendwie im ähnlichen Universum und haben dann noch die Horizon-Serie rausgeworfen, die sehr, sehr gut funktioniert für Microsoft. Und glaube ich, ich behaupte, dass jetzt einfach ein bisschen beliebter, glaube ich, ist, weil sie einfach mehr Leute anspricht. Mainstream halt. Ja, total. Aber das ist zu dem Zeitpunkt natürlich auch Mainstream, ne? Stimmt. Diese Racing-Kippen haben kommerziell auch mal eine andere Bedeutung gehabt. Also wie das immer so ist, das sind ja alles so Wellenbewegungen. Heute würde man eher sagen, das ist wahrscheinlich nicht... Also früher war das ein Kandidat dann eher für eine Cover-Story. Heute ein neues Vorzeiten. Klar, bei Xbox-Exklusiven Heften ist es noch mega wichtig, aber es ist nicht dieser Wahnsinns-Impact. Das stimmt, ja. Das war bei Gran Turismo wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber da ist es auch nicht mehr auf dem Schulhof, wird über Gran Turismo 1 oder 2 oder so gesprochen. Wobei... Das ist auch alles ein bisschen gewandelt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir auf dem Schulhof wurde auch nicht über Forza oder Gran Turismo gesprochen, sondern über Need for Speed. Ja. Das war halt so, ne? Also das war zumindest für mich dann das Ding. Ich bin aber auch kein großer... Also heutzutage spiele ich schon eher Simulations-Racer, so ist es nicht. Aber damals bin ich nicht ohne Unterblombeleuchtung und Spinner aus dem Gargadrofer. Du bist doch PC-Kind. Ja, ich bin auch PC-Kind, das ist richtig. Das gab's ja nicht für einen PC. Stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht. Stimmt. Ja, genau, das ist natürlich auch entscheidend. Sonst wärst du vielleicht auch ein Hardcore-Auto-Nerd geworden. Wer weiß das schon. Aber du warst einer von den Coolen mit den Hip-Hop-Klamotten und den Racing-Girls an den Night-Races hast du gestanden. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht kommen wir heute auch dazu noch. Aber erst mal kommen wir zu eurer Bewertung dieses Titels. Wir haben ja mit einer 7,0 jetzt als Redaktion auch keine Granatenwertung herausgegeben. Aber jetzt wollen wir natürlich sehen. Fahren wir's mal rein, was ihr an der Stelle abgegeben habt. Und es ist eine 7,5, also sehr, sehr nah bei uns tatsächlich. Und ihr sagt auch, ja, netter Einstand, aber auch nicht mindblown. Xbox 360 ist natürlich nicht korrekt gewesen. Es stand ja nicht beide. Ich glaub, es kam dann auch noch für die 360. Es stand nur Xbox. 2005 kam die Xbox 360. Genau, es kann tatsächlich ... Der erste Teil kam für die 360. Hab ich hier tatsächlich auch so stehen. Also, ich hab auch noch mal ... Können wir aber in einer kleinen Pause auch gleich noch mal verifizieren, ob da nicht ein kleiner Tippfehler unterlaufen ist. Aber stimmt, da kam ja die 360. Und da haben sich entweder mal Titel überschnitten oder sie haben direkt gesagt, hey, wir hauen's doch auf unserer neuen ... Cross-Launch. Genau, Cross-Launch. Weiß ich gar nicht, ob das damals schon so ein Riesending war. Eigentlich nicht, würd ich sagen. Ich würd schon sagen, dass sie eher dann gesagt haben, hey, 360, damit wollen wir auch die neue Hardware bewerben. Weil erst das ist jetzt möglich, bam, bam, keine Ahnung. Wir gucken's auf jeden Fall gleich nach. Es wird auf jeden Fall mit quietschenden Reifen weitergehen hier direkt nach einer Werbeunterbrechung. So viel kann ich schon mal teasern. Aber diese Verschnaufpause haben wir uns, glaub ich, alle verdient, nachdem wir uns angeguckt haben, was unser aktuelles Tableau hier sagt. Und zwar Platz 11 für Forza Motorsport. Nintendogs darunter, Jade Empire darüber. Alle nah beieinander. Letzte Frage, die ich hier noch in die Runde habe. Und was ich mich immer gefragt habe und nicht vorher recherchiert habe, heißt Forza irgendwas? Ist das irgendwie ein Begriff? Was soll das überhaupt? Ja, Forza Italia, ne? Das ist ja gegnerisch für Kraft. Ja, wirklich. Ich wusste, hier gibt es einen Bildungsbürger, der mir das beantworten kann. Das ist ja ganz fantastisch. Und da sind ganz viele, die es gerade natürlich auch noch mal verifiziert haben. Also Forza 2 kam für die 360. Aber Forza 1 war Xbox 1. Ah, guck mal. Und es ist natürlich, der Quatsch ist seit zwei Jahren, ist die Xbox da schon viel älter gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber es war noch eine Zeit, wo die Ambitionen ja auch mit der 360 internationaler und sehr breit gefächert waren. Wollen wir ein Autorennspiel rausbringen? Kraft Motorsport? Kraft Motorsport. Das wäre eigentlich richtig cool. Ah, wenn du dich sagst, mal nicht in eine rechtliche Bredouille bringen. Aber vielen Dank, dass ihr uns aus der Bredouille gezogen habt und direkt recherchiert habt, auf welcher Konsole es nun rauskam, Xbox, jetzt wissen wir es. Leute, wir machen eine kurze Pause und sind gleich hier wieder für euch da. Willkommen zurück im Jahre 2023, aber mit einem Blick auf das Jahre 2005. Und ja, wir haben schon 15 Titel hinter uns gebracht. Zehn liegen noch vor uns. Und ich habe es eben schon so ein bisschen angeteast. Das geht, ja, rasant weiter, kann man sagen. Nur jetzt ein bisschen arcade-iger und nicht mehr so simulationslastig. Paulin möchte nur vorher kurz ... Einmal ins Jahr 1995 zurückreisen. Hier, Super Soccer, Lothar Matthäus. Was steht hier drunter? Hör mal, die Lothar Matthäus Fußball-Simulation. Näher dran als im Stadion. Das habt ihr schon versäumt. Darf ich auch was kurz zeigen? War nicht alles gut früher. Hier in der Play, Simon Kretschmer, wir haben in einer kleinen PS1 sein Gemächt verdeckt. Echt? So was gibt's auch? Die kleine reicht? Ja. Oh, das ist der alte Kompakt. Da hat er mal gearbeitet. Kein Scheiß, das ist fucking Simon Kretschmer. Und er gesteht gerade, dass er ... Er ist. Erkennst du das in der restlichen Haut, dass es kein Role Model ist? Ich hab keine Ahnung, aber ... Aber warum? Ich weiß es nicht. Er hat für die Fun Generation jahrelang geschrieben, die in dem Verlag ebenfalls produziert wurde. Altes Freunde, die die Zeitung, da hab ich ja auch mal geschrieben. Da bin ich weggegangen von der Zeitung. Das ist ziemlich haarig. Und daher, das Archivmaterial wird gegen ihn verwendet. Ich mach mal kurz ein Foto. Das ist ja mega. Ja, ich wollt grad sagen, das können wir noch an anderer Stelle ausschlachten. Aber jetzt schauen wir uns erst mal weitere Rennboliden an. Und wir hatten ja schon mal mit Underground einen der absolut beliebtesten Serienteile in unserer Liste. Aber ich glaube, die Fans streiten sich schon so ein bisschen, welcher nun der beliebtere ist. Aber vorher gucken wir noch mal rein, wie Need for Speed Most Wanted noch gleich ausgeschaut hat. Wie viele Spiele-Serien hatte auch die schier endlose Need for Speed-Reihe ihre Highs und Los. Und jeder Fan bezeichnet wohl einen anderen Serienteil als das einzig wahre Need for Speed. Zumindest kann man aber festhalten, in den letzten Jahren verloren die zahlreichen Ableger ein wenig an Bedeutung. Die 2000er waren dagegen eine Hochzeit. Nach den beiden populären Underground-Teilen kam 2005 Need for Speed Most Wanted. Und die Fans jubelten schon wieder, denn es brachte eine beliebte Spielmechanik zurück, die eigentlich mal als Herzstück der Serie galt. Die Polizei. Endlich schoss einem wieder das Atonalin in die Venen, wenn im Rückspiegel die Polizeileuchte auftauchte, die Sirene erklang und bei der anschließenden Flucht ganze Straßensperren durchbrochen werden mussten. Die Polizei war zwar nicht spielbar, aber die zahlreichen Fluchtoptionen machten das halbwegs wieder wett. Auch die Möglichkeit, die eigene Protzkiste nach Belieben zu gestalten und aufzurüsten, kam wieder gut an. Ein ziemlich gelungener Mix aus Hot Pursuit und Underground 2. Und selbst der Look der Open World hat bis heute einen hohen Wiedererkennungswert. Denn mangels dynamischer Beleuchtung war sie damals in ein permanentes Sonnenuntergangsgold getaucht. Nur über die serientypische Street-Racer-Proleten-Story legen wir mal den Mantel des Schweigens. Ach ja, ja, kleine Liebeserklärung von mir an der Stelle für Need for Speed. Hast du den Text geschrieben? Nee, tatsächlich nicht. Aber jetzt kommt die Liebeserklärung. Denn für mich der mit Abstand beste Need for Speed Teil, den ich auch wirklich danach die Jahre immer mal wieder rauf und runter gezockt habe. Also immer mal wieder von neu, die gesamte Story und so. Nicht, weil die so mega gut ist oder so. Da ging es weniger um die Story als um die Progression und wie viel einfach an dem Spiel gut funktioniert hat. Zum Beispiel das Polizeiverfolgungssystem war, würde ich jetzt so großkotzig behaupten, nie wieder so gut in einem Need for Speed Teil. Da hat alles gestimmt. Später gab es immer kleine Flaws wie die Polizei, KI war irgendwie zu mächtig oder zu low. Da hat es genau gepasst. Eben, wir haben es schon in der Maz gesehen und gehört. Die Fluchtmöglichkeiten waren wirklich üppig. Es gab verschiedene, an den gleichen Stellen, sodass du auch, egal aus welcher Richtung, du kamst, nicht erst irgendwie super weird fahren musstest, sondern irgendwie auch immer in der rasanten Action was mitnehmen konntest. Und das ist ja auch wichtig für so ein Spiel, dass du nicht ständig stehen bleibst, sondern dass es auch funktioniert, dass alles in Bewegung seinen Flow hat. Dann dieser ikonische BMW. Also ich bin jetzt auch nicht der riesigste Autoliebhaber, aber irgendwie, das haben sie gut gemacht. Und dann kamen noch so andere Sachen nostalgiebedingt irgendwie dazu, die sich bei mir hart eingeprägt haben, wie unsere Freunde von der GameStar, die hatten ja mit die Redaktion früher auch sowas ähnliches mit so Game One, Game Two, Einspieler-esken Comedy-Elementen. Und die Redaktionsfolge, die gibt es auch noch irgendwo auf YouTube zu, Need for Speed Most Wanted, ist meine absolut Lieblingsfolge, weil diese Zwischensequenzen, die waren so cheesy und so mega weird. Und das haben die nochmal auf so ein neues Level, wie es eben Game Two auch heute tun würde, gehoben. Sehr zu empfehlen, aber zurück zum Spiel, ich liebe es. Und ich hab's gerade gesehen und dachte, stimmt, hab ich jetzt schon wieder drei, vier Jahre nicht neu durchgezockt, könnt ich mal wieder reinwerfen. Wie geht euch das? Habt ihr Emotionen zu diesem Titel? Also erstmal muss ich dir natürlich widersprechen, Wadda. Das beste Need for Speed ist natürlich Need for Speed Underground 2. Eins! Eins, wenn dann! Eins! Leute, also... Open World heißt nicht, dass es besser ist. Oh, ich guck jetzt bei Metacry. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, wir waren ja gerade bei Fluchtmöglichkeiten, das haben wir aber gar nicht genau beschrieben, denn die Fluchtmöglichkeiten waren ja auch so ein bisschen Actionfilmmäßig. Also eigentlich war es ein bisschen Need for Speed mit Fast and the Furious gepaart, weil du konntest dann tatsächlich so, ich kann mich nur an diesen blöden Donut-Shop erinnern, wo du diesen Donut auf die Polizei runterfallen lassen konntest, um da irgendwie davon zu kommen. Und noch verschiedene andere Möglichkeiten. Aber das sind ja schon die modernen Fast and Furious, ne? Ja, genau. Gehen wir zum OG Fast and Furious, das war Underground 1. Ja, okay. Aber tatsächlich, ähm, trotzdem ist Most Wanted ein sehr, sehr gutes Need for Speed, eins der besten Need for Speed, das muss man wirklich sagen. Es sei denn, Colin hat bei Metacritic was anderes, und wenn ich alles wieder... Pass mal auf, pass mal auf. Need for Speed war hart. König Salomon schlägt's. Bin gespannt. In Form von metacritic.com. Most Wanted. 82. Mhm. Need for Speed Underground 2. 82. What? Und eins? Was ist das auch? 85. Ja, ich bin auch am Suchen, ich bin auch am Suchen. Okay, aber krass. Ihr könnt, redet schon mal weiter, ich werde gleich mit der... Wie teilt sich den Platz, da können wir uns ja ein bisschen drauf einigen. Wobei, na, ich find trotzdem noch, dass Most Wanted das Bessere ist als Underground 2. Aber 82. Auch 82. Okay. Ohne Witz. Okay. Ihr habt ein wichtiges Feature vergessen zu erwähnen. Ja. Die Bullet Time. Das stimmt natürlich. Der hab ich komplett verdrängt. Nee, das war fantastisch. Das ist das erste Need for Speed gewesen, wo die Bullet Time eingeführt wurde. Die hatten ja mit Need for Speed Underground, haben sie ja NOS eingeführt, also die Lachgas-Einspritzung. Aber hier haben sie noch eine Möglichkeit eingeführt, wodurch man den Wagen verlangsamt, beziehungsweise die gesamte Zeit verlangsamt. Weil vor ein paar Jahren dann, glaub ich, auch so Max Payne und Prince of Persia erschienen sind. Da dachten die sich, hm. Ich glaub, ich hab's nicht geweigert, dass sie benutzen. Nee, das war nämlich ganz fantastisch, weil, wie ich schon sagte, du willst ja nie, dass die Action aufhört und der Wagen stoppt. Nichts Schlimmeres gibt es für diese Kate-Genre. Und es gab aber High Speed, da war es manchmal kaum möglich wirklich noch den perfekten Schlenker auf irgendwie die Rampe zum Abhauen. Und dafür war die Bullet Time super cool, dass du in diesem Action-Thrill geblieben bist. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, na gut, dann war das irgendwie super OP und die Herausforderung war irgendwie komplett weg. Aber das, ich hab das gut gebalanced in Erinnerung. So, das ist jetzt quasi, du konntest das nicht, du konntest nicht das Spiel in Bullet Time durchspielen. Nee, ja, stimmt. Nee, das haben sie, glaub ich, ich hab das als sehr gebalanced in Erinnerung. Und interessant daran ist, das gleiche, also nicht das gleiche Spiel, aber der gleiche Name wurde ja nochmal versucht zu verwursten mit seiner Beliebtheit als Free-to-Play-Ableger. Jahre später, das hieß auch Need for Speed Most Wanted, wenn ich richtig informiert bin, hatte so eher so ein rotes Cover und so. Das sah ein bisschen anders aus, aber war von EA der Versuch, so ein Games-as-a-Service Need for Speed rauszubringen. Das war, glaub ich, auch ein Remake von? Da hast du auch ein Remake von, ja. Ja, also, auch nur der gleiche Titel vom Namen her, aber das Spiel war komplett anders, hieß auch Most Wanted. Exakt, genau, das gab's nämlich auch noch, das war nochmal ein anderes Spiel. Und die beiden waren nicht so gut, da haben sie nämlich nicht die Essenz erkannt. Weil es nur 30 FPS hat auf dem PC. Oh, das ist natürlich sowieso immer schon eine Frechheit. Aber nee, auch inhaltlich und von Balancing mag man jetzt denken, gibt's bei Rennspielen nicht so. Aber gerade bei so Arcade-Sachen ist das doch wichtiger, als man denkt. Und das hat dieses Spiel sehr gut gemacht. Von daher verdiente 8,3 von unserer Redaktion. Ich bin sehr stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, aber auch auf euch da draußen. Denn ihr habt mit deiner 8,5 sehr nah gevotet und, ähm, ja, nochmal ein bisschen höher gegangen. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Und damit können wir jetzt schon mal sicher sein, dass sich das in unserem Felde doch relativ hoch platzieren wird. Irgendwo zwischen 4 und 5 vielleicht. Können wir das mal sehen? Holy shit! Auf Platz 3 sogar. Das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Eieiei, ich glaub, niemand von uns, traurigerweise Steffen, leider SWAT 4 nicht mehr in der Top 3 des heutigen Abends. Das Need for Speed ist okay. Okay, da, ja, kannst du dich mit arrangieren. Mercenaries hat jetzt hier auf der rechten Seite, immer noch auf dem letzten Platz, unsere zweite Page quasi aufgemacht. Denn jetzt langsam füllt sich diese Tabelle. Und, ja, Need for Speed völlig zurecht, find ich dort. Vielleicht nicht das beste Spiel des Jahres, aber eins der besten. Und jeder hat ja auch seine eigenen Genre. Da, wenn man total der Rennspielfreund ist, dann kann man schon für sich ja einfach sagen, ey, cool, dann ist es für mich halt auf der Eins. Mich interessieren die anderen zwei nicht. Da macht doch eh jeder sein subjektives Ding am Ende nochmal draus. Eine Sache, die ich noch mal sagen will, die mich mega genervt hat. Im Story-Modus hatte man ja immer diese Rivalen, die man besiegen musste. Diese Art Endbosse sozusagen. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, war die Belohnungsmechanik dahinter immer, dass man so Karten hatte und man musste eine Karte von drei auswählen. Wenn man die richtige Karte genommen hat, hat man das Auto von der Person bekommen. Und wenn nicht, hat man nur ein bisschen Geld bekommen. Das hat mich mega genervt. Ja, aber war das in dem Teil? War das nicht schon Most Wanted? Ich glaube schon. Ich muss gerade überlegen. War es Most Wanted oder war es Juiced? Weil bei Juiced hat man zum Beispiel um die Autos. Ah, da war es auch. Aber ich glaube, es war auch bei Most Wanted. Ich glaube, da wird mich der Chat bestimmt gleich... Ja, ja, das ist so ein Erklaim-Versuch da auch nochmal. Ja, ja, ja. Da haben auch Autos gespielt. Durcheinander werfen... Vielleicht bring ich das durcheinander. Ja, ich wette, ihr da draußen klärt das jetzt jeden Moment auf. Und da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Der Chat, der Chat. Alle gleichzeitig... Ist nicht was er sagt. Wer was? Wer was? MW, Modern Warfare. Okay. Stimmt, ja. Nee, ich hätte auch ungern widersprochen, weil auf dein Gehirn ist verlast. Du hast mich schon mal durch Werbung-Pillionär gezogen. Stimmt, Carbon hat das auch, ja. Ja, genau das war... Da war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Hat das nur einer danach oder wurde das danach auch nochmal re-verwurstet? Ich hab's auch offensichtlich nicht mehr in Erinnerung gehabt und deswegen auch nicht ganz so schlimm wie du vielleicht, aber es klingt tatsächlich frustrierend. Ja, da sieht man auch, dass mein Gehirn sich genau maximal drei Jahre irgendwas merken kann, weil ich hab's wirklich häufiger durchgespielt. Es war keine Behauptung und ich hab das nicht mehr auf dem Schirm. Das heißt, es wird höchste Zeit. Genauso wie jetzt zum nächsten Spiel zu kommen und damit verlassen wir die Renngefilde und ja, versuchen unser Gehirn mal auf die Probe zu stellen. Und da haben wir vielleicht wieder so einen Wacke-Kandidaten in der Vorauswahl, wo man hätte argumentieren können, ist das Spiel oder ist das, weiß ich nicht, eine Übung? Ist es Kategorie Nintendocks? Das könnt ihr natürlich mit eurer Wettung gleich mitentscheiden, aber erst mal schauen wir uns an, was Dr. Kawajimas Gehirnjogging gleich nochmal war. Dr. Kawashimas Braintraining hatte auch noch einen anderen Titel. Tohoku, Daigaku, Mirai, Kagaku, Giyutsu, Kyodo, Genkyo, Senta, Kawashima, Ryutu, Koyu, Kanshu, Noe, Kitaeiro, Otono, no DS, Toreni, Ningo. Ja, das Ganze war kein normales Spiel. Das sagt schon der Titel. Aber dennoch gehört der Titel ganz sicher auf unsere Liste der besten Spiele 2005. Bei Dr. Kawashimas Gehirnjogging ging es nicht etwa darum, einen Bösewicht zu besiegen oder eine Prinzessin aus einem Schloss zu retten, sondern um die eigenen geistigen Fähigkeiten, die hier trainiert werden sollten. Und auch wenn vielleicht einige von euch das Spiel unfreiwillig unter dem Weihnachtsbaum vorfanden, die Mischung aus Mathematik und Denksportaufgaben kam bei vielen, gerade auch bei älteren Spielenden, sehr gut an. Neben dem täglichen Training bot Dr. Kawashima übrigens auch einen Alterstest an, bei dem man das eigene geistige Alter schätzen lassen kann. Oh was, 62 Jahre? Okay, da muss ich wohl noch mal ran. Jetzt verstehe ich es, dafür hätte ich halt DS gebraucht und dieses Spiel, um mein Gehirn so zu trainieren, dass ich solche feinen Game Mechanics hätte merken können. Mein geistiges Alter wäre dann wohl mit 14 wohl schon 62 gewesen. Aber die Matheaufgaben hast du bisher gut gemacht. Ja, das wäre meine Kategorie gewesen. Keine Ahnung, ich hätte den Märkten dann verloren. Aber hat es jemand von euch damals gezockt? Also ich meine, wirklich einfach raus, weil ich liebe dein Gehirn. Oh, du liest mein Gehirn? Ja, ich habe es tatsächlich damals gespielt. Ich hatte selbst keinen DS besessen, aber meine Schwester. Und wir hatten es dann für meine Schwester gekauft, aber ich hatte es auch gespielt. Und meine Mutter tatsächlich auch und sie hatte auch sehr viel Spaß gemacht. Also dieses Kopfrechnen und so weiter auf Geschwindigkeit und so weiter, links, rechts oder was man so ausfüllen muss. Das hat sie gerne gemacht. Und wenn man sehr lange gespielt hat, hat man sogar auch andere Minigames freigespielt, wie unter anderem ein Dr. Mario. Und am Ende haben meine Mutter und ich uns dann in Dr. Mario gebettelt. Oh, wow. Und wer hat gewonnen? Nein, also man hat es nicht geübt, um dir das zu merken. Ja, ja. Ja, aber das war schon, ich habe das auch gerne gespielt. Irgendwann war es dann raus, aber das war einfach gut gemacht. Das war schnell, das war witzig mit den Stempeln und diesem, also dieses Gefühl, dass du wirklich mal dich wieder mit Dingen beschäftigst, spielerisch, die man ja sonst selten trainiert. Ich weiß nicht, wann ihr das Gefühl hattet, das letzte Mal so eine richtige geistige Leistung vollbracht zu haben. Ich will das jetzt nicht überhöhen, aber das in dieser spielerischen Form war halt ähnlich wie Nintendo X und bei der Wii später die Waage. Also genau diese Versuche, mit unkonventionellen Spielkonzepten eine Hardware zu promoten und damit eine neue Zielgruppe zu erreichen. Und es hat funktioniert. Das Ding war ja super erfolgreich, kam aus Japan, war da ein Megahype, war uns veröffentlicht, das hätte auch in die Hose gehen können. Aber hat ziemlich gut im Westen eben auch funktioniert und war eine Zeit lang, ja, mit Fortsetzungen und dann natürlich Varietäten von Mitbewerbern etc. So ein Thema, was man immer so als, ne, Spiele können auch was anderes, können ja auch was bringen. Und das war schon lustig, es war spaßig. Für mich war das auch so gesehen dann einfach irgendwie auch fast schon mehr Spiel als Nintendogs, weil das halt einfach, das sind Regeln. Du musst irgendwelche Aufgaben erfüllen, die dich irgendwie fordern. Und wenn du besser bist, kriegst du mehr, wenn du schlechter bist, weniger. Hat mir damals Spaß gemacht. Hätte ich mal Bock, mal wieder ein DS aufzuladen. Es war im Endeffekt eine Minispiele-Sapplung. Ja, ist es auch. Also das, was auch so was wie ein Varioware ist, das ist nur das halt mitten im Ernst-Hintergrund. Ja. Und was ich auch ganz schön fand, dass der DS hatte dann auch dieses Feature gehabt, dass du das Ding wie ein Buch gehalten hast. Also du hast das Ding ja wirklich so aufgehalten und nicht so mit beiden Händen. Ach, okay. Sondern mit einer Hand, damit du mit der rechten Hand dann schreiben konntest. Und für mich war zu dem Zeitpunkt so, oh mein Gott, ich hab so eine krakelige Sieben geschrieben und das System hat es erkannt. Heutzutage ist halt so, ja, du sprichst rein. Diese ganzen Funktionen sind einfach alle so selbstverständlich. Aber zu dem Zeitpunkt, als der DS erschienen ist, war das nicht so selbstverständlich, weil du hattest damals nur diese PDAs gehabt, wo du einfach ganz doll aufdrücken musstest und irgendwie ziehen, damit dann irgendwie eine Zahl kommt. Und hier konntest du es auf ganz sanft, ganz normal draufschreiben. Und es wurde sofort erkannt und es hat gut funktioniert. Deswegen, also generell, diese gesamte Zeit vom DS bis hin zum 3DS war für mich dann immer so, wow, wie funktioniert das? Es funktioniert alles so gut und es entwickelt sich immer weiter. Und mittlerweile ist halt so alles so selbstverständlich. True, ja, stimmt. Das war für mich dann auch so eine Phase, wo ich dann gesehen habe, okay, meine Mutter hat, wie gesagt, das auch gespielt. Und da kamen ja noch andere Spin-offs aus, nicht Spin-offs, sondern ähnliche Spiele aus dem Westen. Da kamen dann auch Sachen wie Big Brain Academy, was ja auch in die gleiche Richtung ging. Also das war so ein Trend, den ich echt positiv fand. Ja, der fühlt sich ja heute auch auf Mobilgeräten weiter. Da kann man sich ja einfach irgendeine App runterladen und Ähnliches im Prinzip tun. Aber wie du schon sagst, der DS war natürlich prädestiniert dafür, weil gerade so Denk- und Logikkram hat man eher, glaube ich, mit Schreiben auch verbunden, weil das kannten die meisten eher so aus der Schule. Und da wurde es dann aber noch gamifiziert. Spiele wurden so aufbereitet, dass man vielleicht aus Freiwilligkeit Bock auf sowas hatte und nicht getrieben durch ein Lehrpersonal mit dem Rohrstock, sondern mit dem kleinen DS-Stückchen. Dem Stylus. Dem Stylus, okay. Aber Moment, diesen Begriff hat ja Nintendo nicht erfunden. So heißen ja generell diese PDA-Stifte. Das war doch damals eine Steve-Jobs-Präsentation für das iPhone. iPhone, ja. Nobody wants a stylus. You can touch now with your... Also mein Handy hat mittlerweile wieder einen Stylus. Es kommt wieder zurück. Ich finde das auch cool, ehrlich gesagt. Es kommt wieder zurück. Man nutzt es doch nur manchmal. Ja, ja. Einige haben sogar einen Q-Tip früher benutzt, weil sie damit den Bildschirm nicht kaputt machen wollten. Oh, okay. Ganz fein. Ja, 7,6 aus der Redaktion. Schauen wir mal in euer Ergebnis. Ihr habt wieder fleißig abgestimmt und seid auch bei einer 7,5 und damit tatsächlich fast auf unserer Nummer. Und ja, wir haben uns wieder ganz fabelhaft geeinigt und eine 7,5 hier an der Stelle generiert und damit Platz 10 für Dr. Kawajimas Gehirnjogging. Weiß irgendjemand, wer Dr. Kawajima genau ist? Kennen Dr. Ötga und der sich? Oder sind die alle in so einem Club? Ich hatte es bei der Recherche für den Off-Text recherchiert und das ist ein, also die Übersetzung von dem Titel, den Micha auch vorgelesen hat, ist irgendwie Dr. Kawajima vom Zentrum für Hirnforschung, ähm, trainieren Sie Ihr Gehirn mit dem Nintendo DS? Irgendwie sowas ist das? Ja, ja. Und das ist tatsächlich ein Forscher von der Universität Tohoku, der sich eben mit so Gehirntraining beschäftigt und dann für dieses Programm oder für dieses Spiel sozusagen von Nintendo engagiert wurde, um diese Training-Sessions sozusagen zu entwickeln. Also ein echter Doktor, äh, Wissenschaftler, genau. Weil ich, ähm, zweifle ja heute noch an, ob's Dr. Best gibt. Also, das wird doch auch immer so. Ihr kennt das alle. Ich weiß es aber auch Dr. Klenk an, oder? Ja. Labor-Chef bei, äh, bei dem Haarzeug. Ja, egal. Ja, ja, genau. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, wenn die Werbenindustrie mit Doktorentiteln um sich schmeißt. Aber offensichtlich gab's den Kollegen und, äh, er hat mit den Entwicklerinnen und Entwicklern damals ein tolles Gedächtnisspiel für uns alle rausgebracht. Und zwar wirklich alle, ist ja hier ein bisschen das Credo gewesen, weil auch unsere Mütter Spaß hatten. So, weiter im Text, meine Lieben. Jetzt haben wir mittlerweile erfahren, wo auch dieses Spiel sich platziert. Und jetzt komme ich zu einem absoluten Lieblings, äh, Kriegsspiel. Wir haben ja heute ganz, ganz viel Krieg, Blut, Morde und Totschlag. Und, ähm, das hab ich mit 14 verbotener Weise schon sehr, sehr gerne getan. Ähm, jetzt bin ich natürlich ein gestriegelter Typ geworden und mach sowas natürlich nicht mehr. Aber damals fand ich die Battlefield-Reihe eh schon cool, aber das war tatsächlich mein Lieblingstitel, Battlefield 2. Nach einem kurzen Ausflug in den Vietnamkrieg erfand sich Battlefield noch einmal neu und legte 2005 endgültig den Grundstein für den enormen Erfolg der Spielereihe. Die Rede ist natürlich von Battlefield 2. DICE tauschte hier nicht nur Thompson und Karabiner gegen moderne Maschinengewehre und Fahrzeuge, sondern verpasste dem Spielprinzip eine wohltemperierte Frischzählenkur. Neben verbesserter Grafik und Physik wurde vor allem das Teamplay großgeschrieben. Das Zusammenarbeiten in Squads wurde nicht nur mit höheren Siegchancen, sondern auch mit Bonuspunkten belohnt. Außerdem konnte erstmals ein Spieler pro Fraktion auf dem Kommandositz Platz nehmen. Dieser durfte nicht nur die einzelnen Squads herumkommandieren, sondern auch strategische Kriegsmittel wie Munitionskisten, UAVs und Artilleriebeschuss anfordern. Weil der spielerische Untersatz dermaßen rund war, gibt's bis heute haufenweise populäre Mods. Und nicht zuletzt sind viele der ikonischen Maps wie Strike at Karkent in wohliger Erinnerung geblieben. Uh, 9,7. Könnte es die neue 1 werden? Eine Ansage aus der Redaktion könnte vielleicht die 1 da tatsächlich. Alter, 9,7. 9,7 ist stark. Und hier wurde gerade auch noch von der Bank da drüben, der Golf of Oman. Der Golf von Oman. Von Oman. Sehr gut. Ins Feld geworfen, genau. Eine sehr ikonische Map. Und ja, lasst uns ein bisschen auch über die Einzigartigkeit dieses Battlefield-Teils reden. Denn jeder Battlefield-Teil hatte ja irgendwas auch anders gemacht. Und ja, in diesem war vor allem der Commander neu. Und zumindest in dieser Form auch. Und ich mochte dir aber, das ist bis heute streitbar. Also ich habe schon immer mal wieder auch Gespräche über was ist das beste Battlefield mit Kolleginnen und Freunden geführt. Und da haben auch Leute gesagt, nee, der war auch nicht perfekt balanced. Teilweise ein bisschen OP. Je nachdem, wer es dann auch war, kann das natürlich auch super in die Hose gehen fürs Team. Aber wir haben in der Matz auch gehört, was konnte der Kollege. Und natürlich, wenn du mal Commander warst, das fühlte sich einfach fett an, einen Artillerieschlag befehligen zu können. Und der konnte auch einen Impact machen. Das war ja noch die Zeit, wo nicht Fahrzeuge über Kartensysteme verteilt wurden oder random gespawnt sind, sondern nein, die hatten ihre Spawnpunkte. Und wenn du die auch ins Visier genommen hast, konntest du natürlich auch taktisch vorgehen und sagen, ihr Gegner habt jetzt erstmal irgendwie zehn Minuten keine ATVs oder sonstigen Kram. Und deswegen habe ich da sehr, sehr viele unterschiedliche Matches auf der gleichen Karte auch erlebt, weil solche Entscheidungen dann eben auch teilweise sehr gravierend ins Gewicht fielen. Ja, ich habe es schon so ein bisschen vom Weg genommen. Ich habe diesen Teil geliebt, aber ich würde gar nicht sagen, objektiv ist es der beste Battlefield-Teil. Ich habe nur die meisten Spielstunden, glaube ich, wirklich in dem. Weil das war unsere Mega-LAN-Zeit. Auch in der Maz wurden die Mods angesprochen. Da gab es so zahllose von auch wirkliche Total-Conversions in ganz andere Szenarien. Die AIX-Mod gab es damals ganz toll. Noch viel mehr Fahrzeuge. Generell mochte ich dieses noch mehr Fahrzeuge, noch größer und sowas, was eben Vietnam 1942 und so ja auch schon top vorgemacht haben. Wie seht ihr das? Habt ihr Kritikpunkte oder würdet ihr euch dem erstmal so anschließen wollen? Ja, aber man muss erstmal sagen, finde ich zumindest Battlefield 2 ist nicht das beste Battlefield. Aber es ist die Grundlage für das, was Battlefield heute ist. Nämlich eine der besten Multiplayer-Shooter-Reihen, die wir auf dem Markt haben. Das ist durch die letzten Teile, gerade durch 2042, hat es ein bisschen den Klick bekommen und auch schon durch Battlefield 1 und so weiter. Aber Battlefield 2 ist inhaltlich und mechanisch die Grundlage für Battlefield Bad Company, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4. Und das sind die besten Teile der Battlefield-Reihe. Und hier hat man einfach schon gemerkt, dass da alles mit drin ist, was man haben wollte. Man hatte fantastische Maps, die je nach Spieleranzahl sich vergrößert oder verkleinert haben, damit es eben nicht dazu kommt, dass man ellenlange rennen musste, wenn man beim nächsten Gegner war. Man hatte moderne Waffen, die interessant waren. Man hatte durch den Commander-Modus, den du erwähnt hast, immer so was, was so ein bisschen noch ein gewisses Zünder an der Waage sein konnte. Man hatte moderne Fahrzeuge, man musste sehr viel Zeit in Flugzeugen verbringen, damit man richtig gut darin geworden ist. Daran konnte man wirklich ganze Kämpfe entscheiden dadurch. Und der Multiplayer-Modus hat, glaube ich, auch zum ersten Mal gezeigt, was so Games as a Service können. Weil man hatte ja damals schon so ein Progression-Mode da drin, dass man einerseits nicht nur neue Abzeichen bekommen hat, die man sich dann irgendwo anheften konnte. Man sagen konnte, ah, ich bin General 4 oder so und du bist nur Leutnant oder so. Hast du nicht so viel gespielt. Sondern man konnte auch die ersten Waffen freischalten. Das, was heute eigentlich überall Usus ist, in sämtlichen Multiplayer-Shootern, hat bei Battlefield 2 das erste Mal wirklich in so einer breiten Masse angefangen. Und deswegen ist es einfach ein absoluter Meilenstein und gehört für mich unbedingt auf die Liste der besten Spiele aller Zeiten. Nicht, weil es an sich ein extrem gutes Spiel ist, es ist es trotzdem, aber auch für seine Bedeutung für das Genre. Das ist eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten. Ja, es ist ein wichtigstes Spiel. Vor allem, es ist halt wie bei, sagen wir mal bei Splinter Cell, der Sprung zwischen Battlefield 1942 und Battlefield 2 war einfach riesig. Weil du hattest dazwischen halt Battlefield Vietnam gehabt, das wirkte halt wie ein Spin-Off. Da hat es ja noch sehr viele Krankheiten gehabt, die Battlefield 1942 hat. Aber Battlefield 2 hatte so viele Komfortfunktionen mit eingebaut. Wie zum Beispiel, du stehst am Flaggenpunkt und du siehst den Progress dann halt auch. Früher war es halt einfach so, du stehst da einfach und denkst so, okay, nehme ich den Punkt gerade ein oder nicht? Oder was passiert jetzt? Und irgendwann war der Punkt eingenommen oder nicht, weil irgendwo sich noch ein Gegner versteckt hat. Das mit dieser Map, die sich größer und verkleinert hat, das haben wir jetzt immer noch. Und man muss auch bedenken, Battlefield 2 ist auch nur entstanden, weil damals Morda Battlefield Desert Combat gemacht haben. Und ich glaube, diese Leute hatten dann damals dann auch bei Battlefield 2 mitentwickelt. Also das Setting ist halt eines der beliebtesten, weil dieses aus der Gegenwart, das Setting, haben wir ja immer wieder. Wir haben Battlefield 2, wir haben die Bad Company Reihe, wir haben 3, 4, 20, 42, leicht in der Zukunft. Aber das ist so das, was die Leute dann halt haben möchten. Und die DLCs, die noch dazugekommen sind mit hier Special Forces, wo du damals Enterhaken hattest, nicht Enterhaken, sondern so Seilrutschen und so weiter. Dann hattest du auch noch, was EA damals auch eingeführt hat und ich damals sehr kurios fand, die hatten DLCs rausgebracht, wo du keine CD drin hast, sondern nur ein Downloadcode, das so ein European Offense ist. Oh, das fing da an, ja. Und Armored, keine Ahnung, das waren diese zwei DLCs für 10 Euro, wo einfach nur Codes drin waren. Und da gab's so viel Content und dementsprechend seh ich das genauso über dir, dass es halt ein sehr wichtiger Teil ist. Kleine Anekdote dazu, ich hab Battlefield 2 und die erste Expansion, den ersten DLC zu Weihnachten bekommen. Und ich hab die über die Feiertage so oft gespielt, dass ich davon krank wurde, weil ich nicht genug geschlafen habe. Eieiei, das war schön. Ich hab Battlefield 2 mit meinem Fahrlehrer gespielt, den ich damals hatte. Und der war, damit hat er sich immer gebrüstet, ich glaube auch, dass es gestimmt hat, der war vorher bei der Bundeswehr und war einer der wenigen Fahrlehrer, der Fahrlehrer für alles war. Er durfte alles fahren, er war auch Panzerfahrlehrer. Alle Buchstaben durfte der ausbilden. Richtig, er durfte auch Panzer ausbilden, er konnte auch Panzer fahren. Das Einzige, was er nicht durfte, war Personenbus, weil da seine erste Hilfezulassung ausgelaufen war oder so. Hat er mir lang und breit erzählt, bis wir ja nur noch über Battlefield 2 geredet haben. Oh geil. Das müssen ja tolle Fahrstunden gespielt sein. Nee, war furchtbar. Er hat mich auch richtig über den Tisch gezogen hinterher. Oh nein, oh shit. Und die Soundkulisse damals war auch einfach, die war richtig gut. Oh, die war echt gut. Er hat mit dem Granatwerfer geschossen, das Geschoss ist hinten irgendwo eingeschlagen und erst später kommt das dann so irgendwie bei dir an mit das Geräusch. Das war so, wow. Und wenn du schon weißt, wenn du nicht weißt, dass Artillerieschlag auf dich runterkommt und du hörst nur so ein Hiu, bumm. Also Hiu, bumm. Und dann wird's immer schneller und du denkst dich nur so, oh Gott, einfach Deckung rennen. Das kann Dice halt einfach, also dieses Fahrkundes war einfach richtig gut. Aber das war auch wichtig tatsächlich, weil dadurch war Artillerie nicht nur unfair. Also dieses Wiu, das war eine gute Ankündigung, dass du auch, weiß ich nicht, vom Audio her irgendwie zuordnen konntest, daher kommt's. Also oder das ist ungefähr der Bereich, ich verpiss mich mal hier mit meinem Squad vielleicht lieber. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Ja, war es ein herrlicher Titel. Also ihr habt eigentlich alles gesagt, was ich auch noch vielleicht erwähnt hätte oder vielleicht vergessen hätte, aber ich hatte ganz, ganz großartige Zeiten. Hattet ihr die da draußen auch? Ich glaube schon, nur nicht ganz so großartig wie unsere 9,7 mit einer 8,7. Oben, seid ihr genau einen Punkt wieder entfernt? Streng. Wir ziehen uns heute ziemlich gut durch, genau, genau. Chat immer noch so ein Ticken strenger meistens, aber ist ja auch gerecht. Wir wollen ja hier auch nicht die Noten komplett explodieren lassen. Da müssen alle Stimmen gehört werden, aber natürlich ist klar, dass trotzdem das ganze Ding sich relativ weit oben platzieren wird. Nur wie weit oben sehen wir erst jetzt. Und zwar teilt es sich gerade den ersten Platz mit Resident Evil 4. Das ist ja absurd. Hatten wir das jemals? Was tun wir denn nun? Wenn sich das nicht noch aufflötet, dann ist es so. Das ist doch völlig in Ordnung. Echt? Finde ich überhaupt fair, das eine für die Konsolen und das andere für den PC. Cooler kann es eigentlich gar nicht laufen. Die PC-Version gab es auch noch für Resident Evil. Ich hab die am Anfang gespielt, die war richtig schrecklich. Die war Dreck der Hölle. Kein Controller-Support, du hast alles nur mit Tastatur gespielt. Nicht mit Maus und Tastatur. Du hast die Maus mit der Tastatur gesteuert und die hatten da keine Schatten mit eingebaut. Ja, ja, die Grafik war richtig schrecklich. Das war Dreck der Hölle. Das haben wir bei Giga gespielt damals. Ich hab die Leute noch gehypt im PC-Bereich. Die Leute zockt, zockt, zockt. Ich hab gelitten. Absolute Drecksumsetzung um die Ecke gehudelt. Ich bin damals nicht bis zum ersten Stein darüber hinaus gekommen, weil die Tastenbelegung war einfach so, da steht nichts. Also, PC-Ports konnte Capcom früher noch nicht. Warte, wenn man sowas raushaut, das war Schande. Ja, aber, ja, das ist nur bei uns. Also, Goldmedaillen kann man ja auch bei der Olympiade teilen. Warum sollte man es auch nicht hier machen? Das stimmt, ja. In meinem Kopf hat das im ersten Moment kurz überfordert, aber stimmt, wir können es ja easy lösen, indem es einfach zwei Spiele sind. Sehr, sehr cool. Vor allem, wie du gesagt hast, beide Lager werden quasi happy. Ja, PC-Ports sind nicht leicht und wo quasi die Steuerung auch für viele PC-Spieler sicherlich schon zum Problem geworden ist, das hab ich nämlich auch an eigenem Leibe spüren dürfen, ist ein Spiel, womit sich Quantic Dream mit ihrem Genre im Prinzip platziert hat. Und zwar Fahrenheit oder im Englischen Indigo Prophecy, der Quick-Time-Event-King. David Cage und sein Studio Quantic Dreams sind ja bekannt dafür, die Grenze zwischen Spiel und Film verschwimmen zu lassen. Ihr erster Versuch dieser Art war 2005 der Titel Fahrenheit, der aufgrund von Verwechslungsgefahr in den USA in Indigo Prophecy umbenannt wurde. Und das Spiel begann tatsächlich mit einem filmreifen Knall. Im Badezimmer eines Diners ermordet der Protagonist Lucas Cain einen Mann. Man übernimmt die Kontrolle direkt in dem Moment, als Lucas klar wird, was er da eigentlich gemacht hat. Der Bildschirm teilt sich und ein Polizist betritt das Diner. Was nun also tun? Beweise vernichten oder Hals über Kopf fliehen? Mit solchen Entscheidungen ließ sich die Narrative regelmäßig beeinflussen. Und die Geschichte, die abwechselnd aus der Sicht von Cain und den ihn verfolgenden Polizisten erzählt wurde, wirkte tatsächlich wie ein gut durchdachter Film. Die typischen Quick-Time-Events sollten dabei während der unzähligen Cutscenes Interaktivität vorgaukeln. Und bis heute ist das die Quantic Dream-Formel. Das Ziel ist stets eine perfekt inszenierte Dramaturgie, aber oft auf Kosten des Gameplays. Wir sind gespannt, wie gut diese Formel im kommenden Star-Wars-Spiel aufgeht. Erfahrenheit hat mich damals ziemlich weggeblasen, weil wir haben zu der Zeit auf jeden Fall noch nicht viele von solch cineastisch inszenierten Erfahrungen gesehen. Und da war es mir auch relativ egal damals, dass es spielerisch so mau war, also eben nur auf dieser Quick-Time-Event-Basis, weil es war schon was völlig Neues in seiner Erzählstruktur vor allem. Was ich nämlich gerade dieses Anfangsding habe ich damals erst mal nur als Demo gespielt. Das haben sie ganz gut gemacht, ehrlich gesagt. Und da diese Nummer in dem Diner mit den Splitscreens, das war schon so ein Moment, wo man dachte, okay, cool, ich laufe jetzt weg und sehe, wie lange der Polizist wohl noch braucht, meinen Opfer irgendwie zu finden. Man ist genauso verwirrt wie der Protagonist und weiß nicht, warum man da einen Mord begangen hat. Später spielt man ja dann auch andere Charaktere. Und die kommen ja dann auch noch mal an diesen Ort zurück. Das heißt, die Fäden verweben sich, laufen zusammen. Du wirst aber auch relativ lange noch im Dunkeln gelassen. Das macht das Spiel, finde ich, storymäßig bis zu so einem gewissen Punkt sehr, sehr gut und sehr, sehr cool. Bis es dann für mich zumindest persönlich ein bisschen in die Weirdness abdriftet. Dann kommen auch irgendwie so leicht übernatürliche Elemente da rein, die man so gar nicht hat kommen sehen, die auch gar nicht richtig etabliert wurden in eigentlich einer sehr realistisch eingeführten Welt. Und die Quicktime-Events kennen wir ja auch von anderen Quicktime, von anderen Quantic Dream-Spielen, AB und so weiter. Dann sind da eben die Controller-Buttons eingeblendet. Hier war das aber so ein komisches, doppeltes Simon-Sass-Wheel. Mit diesen vier Farben. Das hat ihr mal abverlangt, die gleiche Farbe zu drücken, mal aber auch so grün-rot. Und das hatte, glaube ich, auch noch so Sounds. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, aber das ist ja Twin-Stick halt, ne? Genau, es war Twin-Stick, aber spiel das mal auf dem PC. Das haben sie mir richtig furchtbar umgesetzt. Und ich weiß noch, dass sozusagen ich mir auch richtig dumm vorkam, weil schon irgendwie das erste Mal, wo du in seinem Apartment irgendwie bist, musste ich nur so einen Wäschekorb irgendwie verrücken und bin immer wieder gescheitert. Und ich glaube, jeder, der schon mal ein Quantic-Dream-Spiel gezockt hat, kennt das, dass er dann so anfängt, den zu verrücken und dann verkackst du das Quicktime-Event und dann fährt der Korb wieder zurück. Und es konnte natürlich für so unglaublich urkomische Deppensituationen sorgen. Aber darüber konntest du in dem Moment nämlich nicht lachen als Spieler, weil du nur nicht dachtest, wie schwer kann es sein, so einen scheiß Korb zu verschieben, nur weil ich jetzt einmal im Monat statt grün gedrückt habe. Also das hat nicht perfekt zusammengepasst. Wie hat sich das Spiel für euch gerade auch aus der Sicht der damaligen Zeit angefühlt? Ich hab's damals nicht gespielt. Ich hab's später mal gespielt, aber auch nicht mehr durchgehalten, weil es mir eben zu hässlich zu dem Zeitpunkt dann schon war und eben sperrig. Ja, sperrig ist irgendwie auch an Stealth-Geschichten, die mich in den Wahnsinn getrieben haben ansatzweise. Und das ist halt dieses, manchmal, also gerade diese Quicktime-Seuche, und das haben die auch bei späteren Titeln ja nicht immer gut hingekriegt, dieses, es muss halt nicht immer sein, Bewegungssteuerung, diese ganzen Sachen, die dir irgendwie was Immersion vorgaukeln wollen und in Wirklichkeit irgendwie nur so eine vertrackte Eingabe-Variante sind, weil man sonst denkt, ja, sonst guckst du dir nur eine Cutscene an. Es ergibt also so keinen Sinn und es macht keinen Spaß und fordert einem nicht im Positiven. Ach, schwierig. Aber ich weiß, das ist ja einige heiß liebend, das Ding. Deswegen halt ich mich da einfach mal ein bisschen zurück. Also bei mir ist es halt so wie bei dir, Valentin, also der Anfang ist ja ein Hammer, ne? Das ist ja halt so Rimmie und so weiter und Thriller. Und denkst einfach, okay, du kannst ja auf verschiedene Arten und Weisen dieses Diner lösen. Du kannst ja auch halt einfach das Messer, womit du die Person getötet hast, da liegen lassen und rausrennen. Und dadurch ist die Mission für die Person, also die Polizistin, die danach kommt, einfacher, weil ja alles da liegt. Aber wenn du alles versteckst, dann gibt's ja irgendwie so eine Blende, wo das dann nicht mehr zu sehen ist. Du kannst deine Hände waschen und dann gehst du raus, dann merkt der Polizist im Diner nichts. Also du hast verschiedene Arten und Weisen gehabt, die Mission zu lösen. Aber diese Freiheit war auch irgendwie so ein bisschen eingeschränkt. Also es wirkte halt einfach so, als hätte ich, ich könnte so viel machen, aber letztendlich lief es immer auf das Gleiche hinaus. Und die Quicktime-Events, darüber konnte ich irgendwann hinwegschauen, die waren halt einfach da. Ich hab mir gesagt, okay, ist ein fester Bestandteil von, aber ich möchte wissen, wie die Story weitergeht. Und ab einem gewissen Punkt, wo wir diese alte Dame da gesehen haben, dachte ich so, ey, what the fuck, jetzt kommst du diesen mystischen, dann ist er im Büro und hat dann plötzlich diese Halluzination, und dann kommst du das Übermenschliches und Mystisches. Und da dachte ich so, es hätte so ein gutes Spiel sein können. Aber er hatte sich halt dafür entschieden, ich hatte mich auch in dem Spiel selbst umgebracht, weil ich was ausprobieren wollte. Der Hauptcharakter muss ja ab und zu Medikamente nehmen. Ich bin so auf die gute Idee gekommen, ich dachte, Medikamente, ja, nimm die Medikamente ein. Ja, geh mal in die Küche und trink noch einen Schnaps. Tot. Ach cool, aber das wurde bedacht, immerhin. Ja, das wurde bedacht. Und ich hab mir sehr viel Mühe gegeben, für die Ex im Spiel Gitarre zu spielen, weil dafür wirst du belohnt. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Einer der grinschsten Quicktime-Events aller Zeiten. Oh, stimmt, ja. Ich war 16, komm mal. Und da war es auch cool. Links, links, rechts, 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 W, A, W, A. Oh nein. Wie schnell kann's sein? Ich finde, man hat deutlich gemerkt, dass sie diese ersten, also sie haben sehr viel Zeit in die Demo reingesteckt. Oh ja. Um alle Leute zu überzeugen, weil danach ging das Spiel rapide den Berg runter. Es war immer noch okay. Die späteren David Cage-Spiele und Quantic Genius-Spiele haben mir deutlich besser gefallen. Ja, die kriegen das besser hin. Was war noch mal der Zeug? Heavy Rain. Heavy Rain. Heavy Rain, großartig. Immer eins der besten noch von denen, finde ich. Super, dieses Spiel. Genau. Mittlerweile ist das Ganze auch schon komplett abgelotscht. Damals war es halt komplett neu. Also, man steht da und denkt sich so, okay, du hast es gesagt mit dem Splitscreen. War einfach krass. War einfach crazy. Genau, war einfach crazy. Hat man so noch nicht gesehen. Da ging's ja auch noch um andere Faktoren. Nicht nur, dass keiner auf die Idee gekommen wäre, sondern dass es auch gleichzeitig zu berechnen ist. Das war ja kein vorgerennertes Video, sondern du hast schon das Gefühl gehabt, hier ist alles in Echtzeit und so. Und es war aber wichtig dafür, dass es dich eben so reinzieht. Aber wie du schon völlig richtig gesagt hast, das haben sie natürlich schlau gemacht, aber du hattest das Gefühl, wow, es gibt tausend Wege und so. Und ja, gab's am Anfang auch noch. Aber die wurden immer weniger, so länger das Spiel ging. Und auch wenn das ja immer ein bisschen eine Lüge ist, auch bei den Telltale-Spielen und so, das mit tausend Wege stimmt ja nie. Am Ende sind's so drei, wenn's hochkommt. Aber das haben die späteren Quantic-Dream-Spiele schon ein bisschen besser hinbekommen, dass du wirklich beim mehrmaligen Durchspielen gemerkt hast, ach, okay, die drei können tatsächlich sterben. Oder hier, der Ausgang kann richtig happy sein, nur so mittelmäßig oder richtig traurig. Das haben sie dann schon irgendwie, da noch mal, glaub ich, mehr Zeit reingesteckt. Das war sozusagen die Blaupause für funktioniert unsere cinematografische Grundidee überhaupt? Und war das nicht mit diesem Cheesy-Tutorial noch, wo man, wo David Cage selbst als so ein Polygon-Charakter ... Oh, stimmt! So, hi, I'm David Cage. Oh mein Gott, stimmt! I show you my game und so. Dann hast du diese Quick-Time-Events mit ihm in so einem Studio-Setting, irgendwie so einem Filmstudio kennengelernt. Oh Gott, das hab ich ganz vergessen. Ja, das war cheesy, da ... Ich glaub, das ist auch so ein ... Der Typ mag sich ... Der Typ, der Typ ist so richtig geil, ja. Ach, ich mag den auch. Ja, das war Fahrenheit. Aber wie sieht das bei euch da draußen aus? 7,4 sagt die Redaktion, hat euch Fahrenheit damals weggeblasen. Oder tut es das sogar noch heute mit einer 7,9, sagt der, ja, ein bisschen mehr als euch. Aber jetzt auch nicht über die 8. Finde ich okay. Kann man auch gerade in seinem ... Ich find das auch, ihr macht das ja sehr, sehr gut, weil man muss das ja in seinem Zeit-Korsett betrachten. Damals eben war's mindestens eine 7,4 bis 7,9. Und ... Das lachst du schon wieder. Es ist schön, wie du versuchst. Ja, wie ich hier rumruder, um nicht irgendwas mathematisches ausgeben zu. Ja, damals war es 7,9. Das ist somatisch. Heute ist es genau die Mischung aus der 7,4 und 9. Ich würde sagen, damals war es 85, oder? Ja, doch, damals, glaub ich, schon mehr gewesen. Es ist natürlich auch wirklich schwierig mit dem im Kopf, wo man weiß, das kam dann noch danach, und so das jetzt komplett objektiv runterzubewerten. Aber ich würde sagen, wir machen ja alle schon einen ganz guten Job. Gucken wir aber noch mal kurz, was ergibt das dann am Ende. Wo reiht es sich hier in unserer wunderschönen Liste ein? Platz 9 nach Guild Wars und kurz vorm Gehirnjogging. Naja, da, finde ich, kann das schon sein. Nö, nö, wenn ich ins Gesamtbild gucke, passt das schon. Drei Split-Plätze haben wir übrigens eigentlich. Oh, stimmt ja. Oh, das ist krass. Zwei Erste, zwei Neunte, zwei Zwölfte. Ja, krass. Das ist schon, äh ... Ja, schon, äh ... Bemerkend. Ich muss sagen, das ist ein Wettbewerb. Ja, ja. Ja, Leute, wir sind auch dann doch jetzt schon weiter, als ihr vielleicht denken mag. Jetzt kommt nämlich schon Spiel 20. Von 25. Dann vergeht so ein wundervoller Abend mit euch rein und dem Chat dann doch immer schneller, als man glaubt. Und jetzt tatsächlich auch ein ganz schön kolossales Game, was, äh, ja, auch sich großer Beliebtheiter freut natürlich, aber auch den Meilenstein für dieses subige Subgenre, nenne ich's jetzt mal, gesetzt hat und auch geremact wurde. Und das soll wohl auch ganz gut gewesen sein. Aber war auch das Spiel damals schon so gut? Schauen wir mal. Shadow of Colossus ist ein kultisch verehrter Serienmord-Simulator, in dem 16 coole Kolosse heimtückisch ins Jenseits überführt werden. Dabei wollen sie eigentlich nur ihre Ruhe haben und tun niemandem weh. Dummerweise hat der junge Mann Wanda aber gehört, dass er ein totes Mädchen wiederbeleben kann, indem er die gutmütigen Giganten killt. Statt mal die Verhältnismäßigkeiten kritisch zu hinterfragen, mordet Wanda also los. Soweit ein Zitat von Fabian Käufer. Abseits moralischer Fallgruben ist Shadow of Colossus ein bemerkenswertes Spiel mit starkem Stil und außergewöhnlicher Atmosphäre. Wenn man nach einem langen und für alle schmerzhaften Duell eine der riesigen Kreaturen zu Boden gerungen hat, ist das schon angemessen überwältigend. Fairerweise muss man allerdings sagen, die 2005er-Ur-Version für die PlayStation 2 ließ die damals schon kurz vorm Ruhestand stehende Konsole aus dem allerletzten Loch pfeifen. Es hat schon seine Gründe, warum das Spiel auf PlayStation 3 und auf PlayStation 4 Neuauflagen bekommen hat. Speziell die letzte Version ist auch heute noch ein richtig starkes Update eines ungewöhnlichen Klassikers, den man früher oder später mal erlebt haben sollte. Ja, das war wohl kolossal, hab ich gehört. Denn seit ich Rocket Beans schaue, wurde hier auf diesem Sender regelmäßig von diesem Game von verschiedensten Menschen geschwärmt. Und dann hab ich irgendwann probiert, es nachzuholen. Und ich muss sagen, ich fand, es ist nicht so gut gealtert im Sinne von so einer Klankigkeit. Hast du das Original? Ja, das Original. Ja, das war ein Fehler. Nein, es gab's noch nicht das Remake. Das ist Jahre her, dass ich das versucht habe. Und ich hab's halt nicht durchgespielt. Ich hab aber durchaus verstanden, warum's damals, glaub ich, ganz gut eingeschlagen ist. Und ein eben ... Ja, es war was Neues und hat einem auch ... Wir hatten ja hier mit God of War schon schönen Scale. Und das ist ja auch das, was Videospiele eben können, dich, ja, in so eine Fantasy-Welt mit absurden Größenverhältnissen irgendwie cool reinzuziehen. Deswegen, also, ich hab trotzdem verstanden, warum's beeindruckend ist. Aber jemand, der's damals bei Release gespielt hat, Colin, hast du's damals bei Release gespielt? Ich hab's damals bei Release gespielt und ich hab's damals bei Release nicht durchgespielt. Oh, ich guck mal, auch schon. Also, ja, ich glaube, ich bin eher jemand, der sich nicht zu sehr begeistern oder der über ... Ab einem gewissen Punkt kann ich über Clankiness nicht mehr hinwegsehen. Verstehe, ja. Wenn so mechanische Sachen mich zu sehr stören. Und das war da halt der Fall. Das war ruckelig. Da war die Kamera teilweise ein Abfuck aus der absoluten Hölle. Und wenn das dazu führt, dass du halt irgendwie Probleme beim Gameplay bekommst, dann nervt mich das mehr. Und ab einem gewissen Punkt konnte ich halt über diese fantastische Welt, dieses total Unike, dieses leicht Melancholische, dieses Kolossale, alles, was das so ausstrahlt. Was es für viele, glaub ich, auch dann überstrahlt hat. Und das ist auch vollkommen okay. Also, deswegen, glaub ich, haben viele da auch einfach gesagt, das ist ... Entweder findest du genial oder du bist halt so ein bisschen zu ehrlich zu Dingen, die nicht optimal sind bei dem Spiel. Und da gibt's kein richtig oder falsch. Du musst das, glaub ich, irgendwie fühlen. Und für die einen hat es diese Bedeutung gehabt. Das war bei Aiko schon ähnlich. Das war auch so ein Spiel. Das war ja das, 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 das nicht ... Also, der geistige Vorgang, gleiches Team. Ja. Das auch spielerisch einfach ziemlich gurkig mitunter war. Also, aber eben von der Atmosphäre, vom Stil her und allem sehr einzigartig. Nur wenn man es eben manchmal dann runterbricht auf mechanische Dinge, dann muss man vielleicht bei diesem Spiel in der Urversion zwei Augen zudrücken. Ich konnte es nicht. Deswegen hab ich's damals dann irgendwie nach Koloss 4 oder so sein lassen. Okay. Boah. Hab mich aber dann sehr gefreut. Die letzte ... Wie hieß denn immer? Blue, Blue Ding, die das ... Blooper Team? Nee, nee, nee. So ein Remake-Spezial. Ja, ich dachte, so heißen die. Nee, Blooper Team, das sind ja die von hier ... Stimmt, ja. ... von Layers of 4 und so. Ja, ja, aber die ... Doch, die heißen sie ... Egal, aber die haben so ein Studio, die sehr, sehr gut drin sind, Dinge zu remake. Ja, ja. Und da hat's dann eben diese Clankiness nicht mehr gehabt. Ab und zu hier und da noch mal Problemchen. Da hab ich's dann aber auch gerne durchgespielt. Aber auch da muss man sagen, das ist natürlich jetzt ... Es ist halt ein atmosphärischer Trip, ja. Kein spielerisch wahnsinnig anspruchsvolles Spiel. Aber das will es ja auch alles gar nicht sein. Ja. Und deswegen hat's mir da auf jeden Fall auch dann Spaß gemacht. War für mich aber dann nicht plötzlich eine 10. Okay, ja. Verstehe. Blue Point, schreibt der Chat gerade. Blue Point, ja. Vielen Dank, Leute. Ja, okay, das klingt sehr nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Und die Erfahrung hab ich auch gemacht. Diese Clankiness ist nicht zu übersehen. Da wurde eben kurz im Chat das Argument genannt, ja, das soll irgendwie so ein bisschen intended, weil der Held ist ja auch Noob und so. Finde ich aber auch schwierig. Ja, schwierig. Genau, schwierig, weil du willst es ja den Spielern ... Also, du kannst ja das Gefühl vermitteln, dass ein Held nicht so viel Power hat, irgendwie am Anfang, oder überhaupt ein kleines Würmchen ist, ohne die Spielerfahrung unnötig kompliziert und nervig zu machen. Der Held ist ja keine Kamera, so. Und wenn die halt scheiß ist, ist das eigentlich kein Argument. Da drüben auf der Couch, was sagt ihr zu diesen Aussagen? Ich hab nur die PS3-Version gespielt und war unterwältigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Kurzes Statement, Wirt. Ich hab das Spiel auch erst nachgeholt, indem ich irgendwann eine PlayStation 3 gekauft hab, die abwärtskompatibel war und das Spiel auch dabei war für die PlayStation 2. Und ich war eigentlich recht positiv überrascht, dass dieses Spiel noch damals für die PlayStation 2 erschienen ist, weil für mich wirkte das schon wie damals mit Anfang PlayStation 3-Spielen. Also, die Grafik zu dem Zeitpunkt war dann, muss ich sagen, ey, die war echt gut. Krass. Und dass diese großen Kolosse überhaupt dargestellt wurden, fand ich dann auch schon nicht schlecht. Mir hat's eigentlich tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, erst mal zu erforschen. Man geht hin und guckt dann so, was machen die Kolosse denn alle? Wie kann ich denn auf die raufsteigen? Wo ist der Schwachpunkt und so weiter? Du hast ja dein Schwert gehabt, hältst du hoch und dann guckst du, wo die Sonnenlichter denn gehen. Und das Spiel hat ja an sich gar nicht so viel erklärt. Du hast ja immer nur dein Schwert hochgehalten und einfach in die Richtung, wo der Strahl war, bist du dann hingeritten und hast dann irgendwann diesen Titan gesehen und hast erst mal erforscht, erst mal geguckt, was macht der und so weiter. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Ich hab das Spiel auch mehrmals durchgespielt. Ja, ja, mehrmals. Weil es mir irgendwie sehr gut gefallen hat. Ich mochte diese melancholische Welt und auch dieses Ende, das war irgendwie so bittersweet. Ich weiß nicht, wie man's bezeichnen wird, aber es war halt so, es ist schön, aber irgendwie auch traurig zugleich. Es hat mich eigentlich ziemlich gut geguckt. Ich kann auch vollkommen nachvollziehen, was Colin gesagt hat, weil bei mir ist es mit Ico. Alle sagen immer so, ja, Ico ist fantastisch, da hast du dieses Mädchen, hältst die Hand und dann sitzt die gemeinsam auf die Bank und dann spürst du den Herzschlag. Ich so, Alter, das Game ist die Hölle. Die Steuerung ist schlimm, die Kamera ist schlimm. Es macht so überhaupt keinen Spaß. Und hier war's halt so, da konnte ich darüber hinwegschauen. Da ging's irgendwie ganz gut, weil mir die Welt gefallen hat. Und das, was versucht zu erzählen wurde, hat mir ziemlich gut gefallen. Ja. Ja, Ico ist so ein typisches Let's-Play-Spiel für mich. Also, was ich gern im Let's-Play gucke. Weil tolle Atmosphäre und Story und so. Aber wenn jemand diese ganze Scheiße für mich übernimmt und mir dabei noch eine nette Geschichte erzählt, dann bin ich Zielgruppe und dann ist es cool. Ja, die muss es auch geben, die Spiele, die man sich zum Beispiel bei uns reinziehen kann. Ja, aber ihr da draußen seid fast so nah an uns dran, wie noch nie, mit einer 8,7 direkt gefolgt. Wir haben eine 8,8 vergeben. Und damit haben wir eine 8,75. Und dieses Spiel verdient sich seinen Platz auf der ... Zwei. Zwei tatsächlich, wow. Okay, aber das war auch ein bisschen zu erwarten, dass es zumindest sehr, sehr weit oben ist. Weil es hat eben sehr, sehr viele Fans. Und bevor wir weiterspringen zum nächsten Spiel, möchte ich deswegen noch ein bisschen klären, wie wichtig war denn dieses Spiel? Was würdet ihr sagen, was hat das für einen Meilenstein gesetzt? Also eben im Chat auch schon viel andere Titel gehört, die nicht hätten existieren können ohne das Spiel. Ja. Also, ne, ne, offene Frage. Ich hab da keine Antwort drauf. Weil ich glaub, es war immer ein geliebter Nischentitel. Also ich will den nicht kleinreden, aber so der Impact auf ... Ohne das hätte das Spiel X nicht gegeben. Also, aber waren da Titel? Ich hab das nicht im Chat verfolgen können. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht so vorwegnehmen, weil ich eben dann eher gespannt war, was bei der etwas offeneren Frage deine Antwort gewesen wäre. Ich weiß nicht, das sieht vielleicht auch jeder anders, aber so was wie Dark Souls und so was wurde da halt auch genannt. Also, vielleicht ... Ich weiß auch nicht, was damit gemeint ist. Die Großen, warst du das Epochale? Vielleicht ... Ich glaube, was gemeint war, war eher so dieses ... Spiel, was eigentlich auf den ersten Blick nichts hat, wo man wirklich reingezogen wird, was clunky ist, was irgendwie nur was für Leute ist, die wirklich irgendwie tief in der Videospielgeschichte drin hängen und wirklich tiefe, viel Videospiele spielen, was dann aber so ein bisschen den Sprung schafft in eine andere Dimension, sag ich mal. Also, From Software hat das halt geschafft. Demon's Souls kannte damals kaum jemand. Das war so ein Japano-Ding, was irgendwie eben verliert werden musste, was auch von der Steuerung her super clunky war, was riesige Probleme hatte und danach war's ... Also, nein, nein, nein. Also, für dich vielleicht nicht. Kann man also, nee. Für mich hinkt der Vergleich. Ähm, aber es ist ... Nee, weil es einfach zwei Spiele ... Also, sie sind so unterschiedlich. Demon's Souls ist Spielmechanik pur, so könnte man's auch sagen, inklusive Atme und vielen. Ich will das gar keine Rundsatzdiskussion führen. Und das ist jetzt hier ein Spiel, dafür musst du kein profunder Gamepad-Spezialist sein. Eben, das ist ja super runtergestrippt. Du könntest ja sogar sagen, ey, ich lass mich davon einsaugen und ich muss kein besonders guter Gamer sein, tief drin sein. Diese Elemente fehlen ja. Es ist egal, es ist ja auch keine Entweder-Oder-Entscheidung. Nur, also, Epochale, so was gab's schon. Deswegen, ich find das schon ziemlich einzigartig, ehrlich gesagt, eben zu sagen, ein Typ, ein Pferd, eine Landschaft, es gibt fast nichts zu tun. Es lebt von der Atmosphäre, es lebt nur davon, dass du Bosse bezwingst, die ja auch nicht ... Also, einiges waren ikonischer und ein bisschen anspruchsvoller, andere waren ein bisschen simpler. Aber was in deinem Kopf passiert, das Storytelling ist minimal. Und es hat halt so den Mut, einfach zu sagen, wir machen das so runtergebrannt und trotzdem irgendwie episch. Es ist gameplay-wise eben dünn. Es hat kaum einen Hut, er hat bla, bla, bla. Also, es ist schon mutig, aber auch einzigartig. Deswegen ist es für mich stilprägend, aber nicht unbedingt jetzt Genre begründen oder hat so viele Spiele mitgebracht. Aber mir fallen zumindest gerade halt keine ein. Nee, also, find ich aber auch eine schlüssige Begründung. Also, du hast ja aber auch so ein bisschen noch die Zielgruppe angesprochen. Also, es ist schon ein bisschen der Gegenentwurf zu Nintendogs. Also, womit ich dir zumindest anschließen will im Sinne von, okay, klar hat das schon eher Leute, die ein bisschen drin waren in der Szene und so, eher angesprochen als jetzt den großen Massenmarkt. Deswegen mutig, sagst du ja auch. Aber ich glaub, es gibt auch nicht diese finale Antwort. Das wollt ich ja eigentlich auch ganz frei genauso diskutieren, wie wir's getan haben. Weil das fragen sich bestimmt auch viele Leute. So, ey, warum ist dieses Spiel eigentlich so toll? Warum ist es so in Erinnerung? Vor allem die, zu denen ich mich ja auch zähle, die es nie durchgezockt haben und immer und immer wieder davon hören. Und tatsächlich ist es ja auch alleinstehend. Also, es gibt ja jetzt nichts, was es eins zu eins kopiert hat oder es hat ja kein Genre begründet oder so. Von daher einfach ein sehr besonderer und schöner Titel, den wir hier, glaub ich, auch richtig eingeordnet haben und der den Platz absolut verdient hat. Ja, wo das nächste Spiel eingeordnet wird, kann ich tatsächlich nur ganz, ganz schwer mutmaßen, weil da hab ich damals auch nur den Anfang gezockt und dann bin ich vor Angst vom Stuhl gefallen. Deswegen kann ich mir kein Urteil erlauben. Aber ich weiß, auch das hat immer noch eine breite Fangemeinde und wünscht sich davon vielleicht was zurück. Aber kleine Mädchen, die irgendwie in solchen Szenarien rumlaufen, sind gar nichts für mich. Ich verlasse noch kurz während der Matz jetzt das Studio. Vier. Fünf. Na, hattet ihr im Oktober 2005 plötzlich auch panische Angst davor, Leitern raufzuklettern? Oder hattet ihr Schiss vor plötzlich auftauchenden, schwarzhaarigen Mädchen? Dann habt ihr wahrscheinlich, genau wie wir, den Horrorshooter 4 gespielt. Nach den beiden No One List Forever-Teilen haut der Entwickler Monolith hier plötzlich eine blutige Ballerei mit übernatürlichen Kräften auf den Markt. Ihr seid Teil der namensgebenden Sondereinheit. Die wird losgeschickt, um eine geklonte Privatarmee zu beseitigen. Leider treibt sich in der Einrichtung aber auch das besagte schwarzhaarige Mädchen herum. Und die löscht kurzerhand euer ganzes Team auf brutalste Weise aus. Fortan kämpfte man sich durch halblineare Level, nutzte dabei verschiedene mentale Fähigkeiten und versuchte der Kleinen, die übrigens Alma heißt, möglichst aus dem Weg zu gehen. Eine ziemlich fiese Atmosphäre, die sich sicher bei vielen eingebrannt hat. Noch denkwürdiger waren aber die damals spektakulären Partikeleffekte, die in den Gefechten perfekt zur Geltung kamen. Denn man konnte die Klongegner ganz entspannt in Zeitlupe dezimieren. Max Payne lässt grüßen. Ja, sieben, sechs von der Redaktion. Und ich glaub, du hast eine Acht vergeben, wird. Oder du eine Sieben. Was verbindet ihr mit dem Spiel? Ich brauch jetzt gar nicht viel reden, weil ich hab wirklich nur den Anfang gesehen und dachte, ach du meine Güte, ich bin weg. Ja, Horror-Shooter mit Bullet-Time und Marshall-Arts-Einlagen, so wie ich mich noch erinnern konnte. Da konntest du immer hochspringen und dann Kicks verteilen. Du hast coole Waffen gehabt. Du hast diese Nailgun gehabt, womit du dann auch die Gegner an die Wand genagelt hast. Die Story fand ich damals ziemlich in Ordnung, weil es ging ja ... Du hast ja den Point Man gespielt und da war ja halt dieser kriminelle Paxton Vettel oder wie auch immer hieß, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war Alma die ganze Zeit und wir haben's ja vorhin gesagt, war auch in der Mats halt diese ... In dieser fucking Demo, diese Leiter. Du konntest Leiter ja nicht einfach so runterklettern wie in Half-Life, sondern du musst dir den Knopf drücken. Er dreht sich um und dann steht fucking Alma vor dir und löst sich langsam auf. Und das war für mich so der erste Jumpscare, wo ich dann auch so dachte, ey, bitte nicht noch mal, bitte nicht noch mal. Also, das war ein Riesenproblem. Das sah damals ziemlich gut aus. Und, ähm, ja, es war ein solider Shooter eigentlich. Mhm. Ja, ich, äh, hab das erst relativ spät in den ersten Teil gespielt, hatte ich schon danach irgendwie zwei und drei. Und, äh, ich fand das Faszinierende an dem Spiel eben, dass sie's wirklich geschafft haben. Auf den ersten Blick ist das ein typischer westlicher Shooter mit allem, was dazugehört. Je nachdem, welchen Screenshot, je nachdem, was man von diesem Spiel sieht, denkst du einfach, okay, irgendwelche Leute mit MGs ballern alles kaputt. Und dann wird das eben mit diesem, mit dieser ikonischen Alma, was natürlich genau dieses aus dem japanischen, aus dem asiatischen Horror kommende Schulmädchen mit den langen, dunklen Haaren, was wir seit The Ring so als eine neue, ikonische Figur dann irgendwie auch bei uns bekommen haben, kombiniert. Und die machen daraus dann wirklich, was auf den ersten Blick irgendwie weird wirkt, sondern wirklich einen atmosphärischen Shooter dazwischen, es ist eine coole Ballerei, aber es ist auch fucking scary, mit so einem ikonischen, der, glaub ich, ja, wahrscheinlich, wenn er vor Resident Evil und den Hunden gewesen wär, wär das der ikonische Moment vielleicht, von dem man gesprochen hätte. So ein geiler Effekt, der wirklich sagt, ey, ich bin eben auch ein Horrorspiel, um nicht für jeden zu haben. Und da muss man eben sagen, Monolith ist ein Entwickler, um mal ganz kurz den Schlenker zu machen, und die haben in ihrem Leben so viel Pech gehabt. Also auch hierzulande, auch danach ja noch Spiele gemacht, über die man nicht reden darf, deswegen tue ich's nicht. Und mit Nolf davor schon Spiele gehabt, die kommerziell eben nicht so diesen Impact hatten. Und die können's. Und die haben irgendwie immer, also hierzulande eben, sind zu heftige Sachen, deswegen verboten oder eigentlich gut, aber vielleicht ein bisschen zu spröde. Die Tron-Spiele haben die auch gebracht. Die hatten dann ein Tron-Spiel rausgebracht. Und das war bevor der zweite Tron-Film erschien. Und das war dann so ein Franchise so, okay, für wen ist es jetzt? Die Leute in den 80ern? Irgendwie immer Pinker. Oder ist es für die jüngere Generation? Und da gab's zu dem Zeitpunkt noch keinen Film. Ja, geiler Entwickler. Und das ist eben ein cooles Spiel, aber ich glaub, man muss es spielen, weil, wie gesagt, auf den ersten Blick kann das auch einfach nur ein Shooter sein und so. Aber es war schon, ja. Die hatten geile Skripte auch gehabt, die hatten da so einen Gegner gehabt, der so ein bisschen so Football-mäßig, Junker-Nord-mäßig war. Ja, die KI war auch gut, ne? Die KI war auch verdammt gut. Also wo der einfach so durch die Wand gerannt kam, und dann so kommt die Bullet-Time natürlich zu dem Zeitpunkt, überall Bullet-Timer war einfach geil, das haben wir alle gefeiert. Klar, megacool. Und, äh, ja. Aber ich find, das sieht auch aus heutiger Sicht gar nicht so schlecht aus. Also, das ist auch grafisch, glaub ich, war das damals schon eine Bombe. Das hat damals auf jeden Fall PCs aber auch ganz schön ins Schwitzen gebracht, weil diese Partikeleffekte halt absolut krass waren, die auch so ein bisschen an Matrix erinnert haben, wenn du auf den Gegend geschossen hattest, ist die ganze Zeit Pots abgespritzt. Genau, genau, daran erinnere ich mich auch noch. Das war ziemlich aufwendig, auf jeden Fall. Und, äh, was ich auch gesehen hatte, die, viele solcher, solche Schockmomente in modernen Spielen funktionieren ja so, dass man einfach, wenn da irgendein Schatten ist, dann wird einfach nur durch den Entwickler halt der Schatten an die Wand gemacht, so. Mhm. Bei Fear ist es so, wenn du einen Schatten vor etwas siehst, ist das Ding auch da. Okay, ja, ja. Und irgendwie, dadurch sind diese Schockeffekte auch so, ähm, so nachhaltig geworden, weil man halt, das war nicht einfach nur so ein Effekt, der halt entstanden ist, sondern Alma war halt da. Die ist halt dann wirklich immer kurz zur Seite gerannt, und das war nicht einfach nur so ein visueller Effekt. Und das hat das Ganze noch mal ein bisschen, ähm, gruseliger gemacht. Okay, krass. Ja, klar, solche dynamischen Schatten waren da natürlich noch ein technisches Wunderwerk, zumindest in der Hülle und Fülle. Aber sorgt natürlich auch, also war wohl eine wichtige inhaltliche Entscheidung auch, damit das Ganze noch gruseliger und atmosphärischer daherkommt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals nachholen kann, vielleicht mal in einem betreuten Let's Play, wo irgendjemand neben mir sitzt, und ich muss, aber alleine könnte ich sowas niemals spielen, oder in einem dunklen Raum oder so, vergiss es. Also, ich hatte von The Ring, jahrelang ist die noch in meinen Träumen aufgetaucht. So was passiert dann in meinem Kopf. Also, nee. Gut. Ist ein bisschen schade mit dem Franchise, weil das Ding hatte echt Probleme gehabt, weil der zweite Teil, der hatte irgendwie dann Lizenzprobleme gehabt, weil dann irgendwie, glaube ich, Warner die Lizenz hatte. Dann haben sie ein anderes Spiel entwickelt mit unter anderem Namen. Und dieser Name, dann haben sie die Lizenz wieder zurückbekommen, dann hieß es 4-2. Und der Untertitel war dann der Titel, mit dem sie dann das Spiel ursprünglich entwickelt haben, weil sie nicht die Lizenz mehr hatten. Und Teil 3 wurde ja komplett verwurstet, weil sie da gedacht haben, ja, ey, Leute, Koop ist grad im Trend, bauen wir doch Koop ein. Und da gab's ja noch diese legendäre Collectors Edition-Figur mit Alma, die schwangere Alma, und dem leuchtenden Embryo. Aber das passt natürlich auch überhaupt nicht. Aber 4-3 hatte doch, hatte 4-3 diesen unglaublich geilen, wir sind jetzt beim FBI-Level, oder es gab so ein Bürolevel. Also wo du plötzlich in einem Bürogebäude warst und das ist plötzlich stockdunkel und du musst da irgendwie durch die ... Ich glaube, das war 4-3. Ich weiß es nicht mehr, aber das war, ich weiß, da war der Zenit vorbei und wie du schon sagst, das hat's, glaube ich, kaum noch jemanden irgendwie interessiert. Aber ich hatte trotzdem Spaß damit. Das war für mich solide programmiert und hatte schon seine Momente. Ja. Ja, aber ich mein, so ein Koop-Ding zerstört natürlich so ein bisschen die Horror-Atmosphäre. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Genau, schwierig, das da rein zu übersetzen. Schon wieder der dritte Teil, ne? Tatsächlich auch gar der dritte Teil. Chatz hat's auch noch mal gesagt, der dritte war echt nicht so gut oder zumindest der schlechteste. Aber was habt ihr denn in Zahlen geantwortet? Und zwar eine 8,2, damit noch mal etwas besser als wir mit unserer 7,6. Aber wie immer noch beieinander und Mathematik-Genies wissen jetzt schon, dass es eine 7,9 ergibt. Und die ordnet sich wo ein? Auf die Zehn. Buh! Auf die Zehn. Nicht schlecht. Teilt sich nicht den Platz. Schön zwischen Lego, Star Wars und Guild Wars. Ja, das kann man doch einfach mal von oben nach unten spielen. Wobei, das ist eine doofe Idee, dann wird's ja immer schlechter. Aber es sind ja alle, alles gute Titel. Alles Kriegsspiele. Alles tolle Spiele in diesem Jahr. Ja, interessant. Ziemliches Mittelfeld für vier an der Stelle. Tja, ich werd mir weiterhin in der Zukunft noch erzählen lassen, wie toll dieses Spiel ist. Aber nicht mit mir. So, Leute. Wir nähern uns der Zielgeraden hier tatsächlich. Ich hab mich eben übrigens um eine Zahl vertan. Wir waren genau ein Spiel. Also ich hab gesagt, wir wären irgendwie auf Nummer 20. Da waren wir gerade bei 19. Aber jetzt sind es exakt noch fünf Titel, die wir an dieser Stelle durchgehen. Und wir machen aber noch mal eine kleine Pause. Weil wir müssen ja alle mal irgendwie Wasser zu uns nehmen, abgeben, whatever. Wir machen's alleine jetzt in der Werbung. Da sind wir wieder zurück beim Spieljahr 2005. Und wir sind auf der Zielgeraden, nähern uns einem absoluten Endergebnis und finden bald heraus, welches das beste Spiel des Jahres war. Aber vorher haben wir noch ein paar Titel. Und was wir noch gar nicht hatten, ist tatsächlich ein Musikspiel. Und da gibt es ja verschiedene Vertreter. Aber hier, in diesem Jahr, war es vor allem Guitar Hero. Au! Oh, dicke Gurt. Wer wollte sich nicht schon immer mal wie ein Rockstar fühlen? Aber ohne sich durch jahrelangen Musikunterricht zu quälen. 2005 wurde dieser Wunsch für Besitzer einer Playstation 2 Realität. In Form von Guitar Hero. Ähnlich wie SingStar im Jahr zuvor eroberte das Rhythmusspiel schnell die heimischen Bildschirme. Plötzlich standen überall mit Stickern beklebte Plastikgitarren in den WG-Wohnzimmern. Und auch wenn echte Gitarristen das hektische Geklicke auf farbigen Tasten und wackeligen Kippschaltern nur müde belächelten, so war Guitar Hero doch für viele das perfekte Partyspiel. Kein Wunder, dass daraus eine extrem erfolgreiche Reihe mit unglaublichen 17 Teilen wurde. Heute hat die Reihe zwar an Popularität eingebüßt, interessanterweise werden die Plastikdampfen aber gern zu Therapiezwecken mit Schlaganfallpatienten und blinden Menschen eingesetzt. Es wurde wirklich dafür genutzt, Leute zu therapieren. Das ist ja sagenhaft. Das ist immer toll, wenn Videospiele auch so eine Mission erfüllen können. Ja, wir Gitarristen haben das natürlich nur müde belächelt. Nein, Quatsch. Du bist Gitarrist? Ich wollte mich kurz als cooler Gitarrist aufspielen. Nee, tatsächlich hab ich's damals nicht gespielt aus dem Grund, weil gerade bei uns im Freundeskreis fing diese Bandgründungsphase an und Leute haben angefangen, Instrumente zu lernen. Man hat sich dahingestellt und eher mit echten Instrumenten irgendwie mal ein bisschen gejammt. Und da war ich in der falschen Phase, da hab ich einfach nicht die Notwendigkeit gesehen, warum ich das jetzt noch als Videospiel brauche. Allerdings glaube ich, gerade wenn diese Phase irgendwann aufhört und die Leute nicht berühmt werden mit ihrer Band und dann in ihren Jobs sind, dann will man vielleicht einfach auch nur mal ein bisschen casual da noch mal sich rückbesinnen. Aber vielleicht auch für Leute, die gar keine Berührungspunkte hatten, ist es vielleicht auch genau der coole Strohhalm, den man sich greifen kann, um überhaupt mal ein bisschen zu klampfieren. Wer von euch hat denn Guitar Hero leidenschaftlich gern hier gespielt? Haben wir jemanden in der Runde? Hab ich leidenschaftlich gern. Und ich spiele auch im echten Leben Gitarre. Ich weiß, ich weiß. Also insofern ist das gar keine Entweder-Oder-Entscheidung. Sehr gut. Also das ist völliger Quatsch, das durch die Arroganzbrille eines Musikers irgendwie abzukanzeln. Und gleichzeitig ist das, also du kannst damit einfach unglaublichen Spaß haben. Als Spiel. Es ist ein Spiel. Ja. Und es ist ein geiles Spiel gewesen damals. Ich erinnere mich noch dran, das ist ja, der erste Teil ist ja überhaupt nie offiziell in Europa veröffentlicht worden, weil es ja erst mal ein Ami-Phänomen war. Mhm. Und dank meiner importierten Playstation und der Möglichkeiten, solche Spiele sich dann auch zu importieren, war das einfach das Ding schlechthin. Mhm. Es hat so einen Spaß gemacht, weil es eben dann unterm Strich dir schon genau dieses Gefühl gegeben hat, je nach Schwierigkeitsgrad, dass du einfach mal die Gitarre jaulen lassen kannst und die technische Abfrage ziemlich gut war, der Spaß dann einfach rüberkam und jeder, der davon schon mal geträumt hat oder es auch im echten Leben hat, es war einfach cool. Du hast mit den Scoren ein Punktesystem, was also so Spiele einfach anspricht. Für mich war auch die Setlist vom ersten Teil fast noch mit am geilsten. Danach wurde das Ding dann ja richtig groß ab Guitar Hero 2 und diversen auf allen Systemen und wie gesagt, 17 Teile waren die Historie und auf sogar mobil gab's das. Also richtig geil. Geiles, geiles Ding. Ja, ja, eben auf dem S mit diesem Fingerding da und so. Schrapp, schrapp da so dran. Also Guitar Hero, einfach geil. Es war irgendwann halt einfach auserzählt, wie so viele Dinge, langweilig geworden. Fingst du ja auch. Ich bin ja auch irgendwann ausgestiegen, ich glaub nach dem dritten oder irgendwann. Aber das war einfach ein cooles Ding. Der heiße Scheiß, muss man einfach mal sagen. Wieder so ein richtiger Trendbegründer. Die Idee ist ja nicht neu, weil es, also gerade Beemani-Spiele, da kommst du ja her, in den Konami vor allem in Japan und auch in den japanischen Spielhallen ja schon viele, viele Jahre vorher richtig groß war. Ja, das war dann plötzlich der Türöffner für den Westen. Dass Plastikinstrumente und Videospiele auch kommerziell richtig geil miteinander gehen. Ja, war aber natürlich auch so ein bisschen eine Einstiegshürde, weil man halt erst mal Peripherie dafür brauchte, oder? Es hat keinen Sinn gemacht, das mit einem Gamepad zu spielen. Klingt das überhaupt? Genau, das wäre jetzt auch meine Frage, ob das überhaupt geht dann. Aber das war auf jeden Fall nicht der Deal. Das war auch jedem klar, das wurde auch übers Marketing vermittelt. Und natürlich ist das dann auch vielleicht eine preisliche Nummer gewesen. So, hey, hab ich noch mal, weil das hat doch dann bestimmt, ich war nicht einfach dabei für den gleichen Vollpreis, sondern... Hat schon Honig gekostet das? Genau, das hat dann noch mal irgendwie 30 Euro, 30 Mark mehr gekostet. Euro. Nee, das war schon Euro. Wir wissen schon in Euro zahlen. Ja. Genau, das heißt auch, ne, je nachdem, in welchem Alter du warst, glaube ich. Da haben die Eltern vielleicht auch immer gesagt, ich steck dir eine richtige Klappe. From Hell, auf dem Herz ist ein Schwierigkeitsgrad. Oh, geil, okay. Oder hier, wie, Free Bird von Leonard Skinner. Ja, ja. Das war einfach, das war einfach geil. Und zwar auch genauso abfacken, wenn du weißt, gleich kommt dieses eine Scheiß-Solo. Aha. Man hat ja irgendwie die Möglichkeit, mit dieser Blitz-Power sich da so durchzuhobeln, wenn man sie sich aufgespart hatte. Und dann ist der ganze Song irgendwie total im Arsch. Und bis dahin mussten sie dann 20 Mal spielen. Das kann dann auch schon mal nervig gewesen sein. Aber ich schweife ab. Hit the Hero, ich hab's sehr geliebt zu der Zeit. Die haben schön die Leidenschaft daraus. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja. Ihr Berührungspunkte gehabt, oder? Ich glaub, im zweiten Teil bin ich erst eingestiegen. Und Hit the Hero für uns immer unsere Vorglüh-Betätigung. Dafür war das sehr gut, auch wenn die Qualität dann irgendwann abgenommen hat mit der Zeit. Ja, klar. Richtig. Und das hat gut funktioniert. Hat Spaß gemacht, ja. Ich weiß noch, dass ich, glaub ich, dann, weil, ich glaub, ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte Teil war, da waren dann diese Gitarren wirklich überall ausverkauft, weil da war dann der Hype auch tatsächlich. Ah, ja. Ist in Deutschland angekommen. Und wir mussten noch auf irgendeinem Dorf zu einem Mediamarkt fahren, um da dann noch die letzte Gitar Hero für die PlayStation 3 war's dann, abzugreifen. Und das war sehr aufwendig, das zu bekommen damals noch. Ja. Ja, bei mir war der Einstieg mit Gitar Hero 3 für die Nintendo Wii. Und das war, glaub ich, die erste Wireless-Gitarre. Du musstest die Wii-Mode tatsächlich in die Gitarre einsetzen. Ach, stimmt. Die hatte dann auch noch Vibrationen gehabt, wenn man falsch geschlagen hat. Und die Töne kamen dann auch aus dem Mikrofon, aus dem Lautsprecher raus. Also, leicht gimmicky, aber trotzdem hab ich sehr viel Spaß mit gehabt. Und danach kam ja Guitar Hero World Tour, wo du dann auch noch neben Gitarre dann auch Schlagzeug hattest. Stimmt. Und dann hat es sich ja irgendwie noch getrennt, Guitar Hero und Rock Band. Weil ich glaub, Rock Bands sind die ursprünglichen Guitar Hero-Entwickler. Die hatten ja, glaub ich, mit dem vierten oder fünften Rock Band-Teil dann noch ein Keyword eingeführt. Ja, genau. Die sind dann geswitcht und Rock Band war EA, ne? Ja, genau. Ja, genau. Und es gab natürlich auch noch DJ Hero, was natürlich viele immer vergessen. Das hab ich auch gehabt. War eigentlich jetzt lustig, aber irgendwann warst du da auch raus. Da warst du aber irgendwie schon, da ging es schon wieder runter. Also, der Tod kam ja, glaub ich, so mit Guitar Hero 6, wo die einfach feststellen mussten, ja, nee, ähm, ist grad nicht mehr so in. Wie war jetzt die Geschichte? Zu viele, äh, zu viele Skylander-Figuren verkauft und daraus Guitar Heroes-Gitarren gemacht oder zu viele Guitar Hero-Gitarren gemacht und daraus Skylander-Figuren gemacht. Irgendwas war doch da bei Activision. So wie, wie die Schokohasen, die zu Osterhasen werden sozusagen, oder wie? Ah, du meinst nicht Weihnachtsmännern, Schokoweihnachtsmännern zu Osterhasen. Oder so, stimmt. Ja, aber irgendwas war doch da mit dem Chip, dass die dann halt aus den, dann die Gitarren oder daraus die Skylander-Figuren gemacht haben. Ach krass, sehr witzig. Irgendwas war da. Okay, ja, den Fun-Fact haut ihr uns bitte noch mal in die Kommentare, weil den will ich lesen. Ja, schreib das noch mal, ich weiß gar nicht. Aber hat sich dann nicht irgendwann sogar weg von Peripherie entwickelt und du konntest echte Instrumente bei, jetzt nicht Guitar Hero, aber sowas wie Rockband und zu benutzen? Weil ich glaub, du machst es ... Das ist ein anderes, das ist von Ubisoft. Das war, wie heißt das? Rocksmith. Rocksmith, ja, ja. Guck mal, das hab ich jetzt in einen Topf geworfen, weil das ist ja auch super genial, dass du einfach, wie du dich in einen Amp einstöpselst, kommt irgendwie deine Miniklinke, eine Soundkarte, so stell ich mir das zumindest vor. Ich weiß nicht, ob du da noch ein großes Interface dazwischen brauchst. Jedenfalls, wenn man das Instrument eh schon da hat und das Ganze irgendwie, du wirst ja dann auch bewertet und so, da dachte ich mal, okay, wenn beides geht, okay, wow, cool, so dann kann ich quasi ... Das hat ein Partyspiel. Das hätte eher ein Casual-Ding, genau. Ja, das konnte ich für mich nie so ganz trennen, weil ich hab keins dieser Teile wirklich viel gespielt. Tatsächlich haben wir zum Vogelhühen immer Six-Star-80s benutzt. Ja, gut. Und diesen Soundtrack kannte ich quasi aus GDI West City auswendig. Das heißt, ich war natürlich ein Sternchen, wie man in dem Spiel damals gesagt hat. Genug davon. Wie viel Sternchen habt ihr denn an dieser Stelle hier vergeben? Eine 7,8 habt ihr daraus vergeben. Es hat sich ein bisschen gewandelt. Wir sind mit der 8,5 krass unterwegs und ihr stapelt ein bisschen tiefer. Aber wie immer wird sich in der Mitte getroffen. Und da hab ich aber schon ein bisschen im Gefühl, dass das auch so im Mittelfeld, so Platz 8 oder so vielleicht landet das Spiel. Da schnipsen wir uns das Ding mal auf die Tabelle. Nee, Platz 7. Knapp daneben ist auch vorbei, aber der Geld war nicht schlecht. Teilt sich den Platz mit Star Wars. Jetzt haben wir schon so einige geteilte Plätze hier. Aber ja, sehr schön. Okay, okay. Aber trotzdem interessant. Ich hätte ehrlich gesagt, geht der Hero nicht vor Splinter Cell gesehen? Ähm ... Doch. Ja, also das ist natürlich der Äpfel mit Bieren vergleicht. Ja, klar. Aber der popkulturelle Impact ist natürlich mit Peter Hero größer, ne? Ja, okay, das stimmt. Zaufpark und so weiter, alles dabei gehabt und so. Und gerade jetzt mal der Serienbegründer, ne? Also der hat sich irgendwo, glaub ich, auch in Auszeichnung dadurch allein verdient, dass er das Ganze so etabliert hat. Und wenn weitere Teile folgen, war das wohl keine schlechte Idee. Kann man, glaub ich, an der Stelle sagen. Schade, dass sie es nicht mehr geschafft haben. 2016 haben es ja beide noch mal gemacht mit Rock Band und Guitar Hero und beide dann voll auf die Fresse geflogen. Ja. Ist dann auserzählt. Ja, irgendwann ist auch so eine Zeit vorbei. Vielleicht ein paar Jahre. Ja, welche Zeit aber tatsächlich noch nicht vorbei ist, Gott sei Dank, ist ja das Geplänkel der Zivilisation. Und wir hatten heute noch gar keine richtige Strategie hier. Deswegen gucken wir mal rein, wie Civilization mit dem vierten Teil damals ausgeschaut hat. Es gibt ja Personen, die für ihre Verdienste an der Videospielwelt bis heute geehrt werden. Dazu gehören Ron Gilbert, Shigeru Miyamoto und natürlich auch Sid Meier. Dieser hat schließlich mit Civilization eine der erfolgreichsten Strategiespielreihen der Welt erschaffen. Und mit dem vierten Teil schaffte die Spielereihe nicht nur erfolgreich den Sprung ins 3D-Zeitalter, sondern erweiterte das grundsolide Gameplay. Zum Beispiel gab es einen Multiplayer-Modus, der die Spieldauer stark reduzierte. Ein Software-Development-Kit für die wichtige Modding-Community oder die Option, neue Karten aus Satellitenbildern zu generieren. Bekannte Spielmechaniken wie Religion oder die Regierungsformen wurden weiter perfektioniert. Und nicht zuletzt fühlte sich das Spielen gegen die KI dank der zufälligen Spielweisen der unterschiedlichen Nationen immer frisch an. Wenn man Fans heute nach dem besten Teil der Reihe fragt, landet Civ 4 aus dem Jahre 2005 sicher auf den vorderen Plätzen. Ja, 9,0, starke Ansage. Und ich finde, bei dem Genre ist Grafik tatsächlich sehr, sehr zweit-drittplatziert so. Weil natürlich, man sieht, das ist jetzt kein modernes Spiel, aber wenn es sich denn spielerisch trägt, dann kann man sich das heute noch absolut geben. Und da befrage ich, das ist für ein guter Zufall, dass ich hier gerade unseren Silv-Profi Steffen G-Waffair-Bank hier habe, weil ich möchte dich fragen, wie hat das denn, ist es noch vergleichbar mit heutigen, ist da so viel dazugekommen oder was würdest du sagen, kann man das heute noch spielen? Kann man, muss man nicht. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Battlefield 2. Es ist so ein bisschen ein Spiel, was so ein bisschen den Sprung gemacht hat von dem alten Civ hin zu einem modernen Civ, was wir heute haben. Das heißt, es ist so ein bisschen, ja, so ein Generationentrenner oder die Begründung einer neuen Generation von Civilization-Spielen. Was bedeutet, dass viele neue Sachen eingeführt wurden? Wie gesagt, der Sprung ins 3D-Zeitalter, viele Dinge wurden noch mal überdacht, wurden noch mal neu gedacht, wurden noch mal neu hinzugefügt, wie zum Beispiel mit diesen Trades, die halt die verschiedenen KI-Fraktionen und so weiter haben. Und das haben wir halt bis heute. Das heißt, auch da hat Phyrexus eben eine Grundlage gelegt, hat gesagt, okay, wir probieren jetzt mal ganz viele Sachen neu, hat damit durchaus Erfolg gehabt, deswegen ist das auch ein sehr, sehr gutes Civ. Aber die Civ-Teile danach, Civ 5, Civ 6, haben das noch mal dann wirklich perfektioniert. Und deswegen würde ich sagen, man kann das immer noch spielen, ist immer noch cool, aber die neueren Teile gefallen mir ein bisschen besser, aber es ist auch alles natürlich super Geschmacksart. Okay, okay. Es gibt auch Leute da draußen, die sagen, Civ 3 ist das beste Civ, welches ist das beste Need for Speed? Genau, mir fällt nämlich auch gerade auf, dass ich natürlich die völlig falsche Frage gestellt habe, weil hier geht's ja gar nicht darum, ob man das aus heutiger Sicht noch spielen kann oder sollte, sondern eher, warum hast du eine 9 vergeben, was hat es für dich vom dritten Teil auf diesen vierten, was war da der Meilenstein? Klar, das 3D-Ding hast du schon ins Felde geführt, aber was war es vielleicht auch von den Spielmechaniken? Weißt du das noch? Es hat sich einfach frischer angefühlt. Civ 3 war auch, glaube ich, einer der Civ-Teile, die ich am wenigsten gespielt habe. Und Civ 4 hat sich frisch angefühlt, es hat sich neu angefühlt, es gab viele neue Änderungen, es hat sich schneller angefühlt, komfortabler angefühlt als Civ 3. Und dadurch hat es einfach einen höheren Grad an Zugänglichkeit, glaube ich, gehabt als Civ 3 noch. Was mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut hat und es sehr, sehr positiv gestimmt hat. Es gab noch sehr, sehr gute Add-ons, die dazugekommen sind, die das Spiel dann noch mal besser gemacht haben. Aber genau eben dieses Gefühl, eine alte Spielereihe bleibt bei ihren Wurzeln, die Grundmechaniken bleiben komplett bestehend. Alles das, was Civilization für Civilization-Fans gut gemacht hat, ist in diesem Spiel immer noch komplett drin, aber es wurde eben trotzdem modernisiert, auf eine neue Ebene gehoben, in ein neues Zeitalter gehoben. Und das ist eben genau das, was Civ 4 ausgemacht hat. Man hat sofort gemerkt, das ist der Beginn einer neuen Zeit für Civ. Okay. Ja, also das verkauft es mir ehrlich gesagt auch grad ziemlich gut. Aber wenn du, also klar, wir bewerten hier so ein bisschen, wie war es damals, aber wir haben ja schon viele Spiele dann doch in der Liste auch gesehen, wo man ja ganz klar sagen kann, wenn ihr das nicht gespielt habt und es da eben kein Super-Remake von gibt, dann ist es immer noch ein gutes Spiel, lohnt sich heute. Aber hier macht es ja dann tatsächlich relativ wenig Sinn, wenn Civ 6 einfach das beste Civ, was es jemals gab, dann am Ende ist. Und ich glaube, das haben ja viele Strategiespiele, dass sie einfach ausgebaut werden, besser gebalanced noch und, und, und. Aber das heißt ja nicht, dass es damals nicht völlig mindblown war. Und das hat hier unsere Redaktion und du auch mit einer neuen, dem Ganzen, attestiert. Keine geringe Wertung. Da will ich doch von euch da draußen jetzt mal ganz, ganz flott erfahren, was ihr denn da sagt. Und mit einer 8,0 ist es wieder dieser eine Punkt. Das kannst du ausrechnen. Unfassbar. Das könnte man ausrechnen, wenn man es könnte. Aber wir machen den ganz, ganz schnellen Blick auf die Tabelle und lassen das mal wieder unseren Backroom-Quantencomputer übernehmen. Und damit dürfte sich das auch tatsächlich sehr hoch platzieren. Ist es vor Need for Speed? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. War es eine Spannung? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Da habe ich doch etwas voreilig zugegeben, dass sie es schon ausgerechnet hatte. Upsi. Aber Platz vier. Ey, wie cool. Ich glaube, da freuen sich auch die Strategiefreunde, die hier den ganzen Abend schon gespannt zuschauen und fast schon geschmolzen sind vor Spannung. Irgendwann kommt denn endlich auch mal Strategie. Ja, hier wird nicht nur geballert. So, wir haben versucht. Aber es ist auch Krieg. Es ist auch Krieg. Auch Krieg. Krieg ändert sich nicht. Genau, ist das ein großes Abendmotto irgendwie. Nee, aber wir versuchen natürlich, alle Genres auch irgendwie mit reinzubringen. Und man muss aber ja auch sagen, gerade so die 2000er Jahre da, waren ja eben noch sehr strategielastig, vor allem sehr RTS-lastig. Und da hatten wir in den letzten Episoden ja doch auch einige Vertreter, die aber auch natürlich ihre Folge-Titel hatten. Wir hatten es hier schon mit Age of Vampires 2. Da könnte man den Dritten jetzt mit reinnehmen. Aber der Zweite war wesentlich beliebter, hat dem Dritten jetzt nicht so unfassbar viel hinzugefügt, dass wir so argumentieren konnten. Also deswegen hat das auch alles irgendwie seinen Grund, warum es vielleicht an dieser Stelle heute nur dieser Titel ist. Aber wer weiß, nur dieser Titel, können ja noch welche kommen. Haha, was kommt denn noch? Übrigens nur kurz zur zeitlichen Einordnung, habe ich jetzt länger nicht erwähnt. Wir sind übrigens schon seit so sechs, sieben Spielen im Prä-Weihnachtsgeschäft. Also wir befinden uns gerade. Das nächste Spiel, was jetzt rauskommt, ist im November. Aber Civ ist am 25. Oktober rausgekommen. Also die ganzen letzten Spiele, die sind hoffentlich für die Publisher gut über die Ladentheke gegangen, weil Kinder und Familien reichlich beschert wurden. Ja, sie wurden auch mit einem ... Wie soll ich das überhaupt erklären? Also für mich hatte das immer was Sims-mäßiges, aber ganz zu vergleichen ist es auch nicht. Man konnte halt Filme drehen. Und das war schon für die damalige Zeit auch ziemlich cool umgesetzt. Und man hat einfach manchmal gestaunt, was man für Möglichkeiten hatte. Aber manchmal war man auch ein bisschen frustriert davon, welche dann auch nicht. Damit ihr es alle noch mal vor Augen habt, das war The Movies. Das britische Entwicklerstudio Lionhead Studios ist heute am ehesten bekannt für die Black & White und Fable-Spielereien. Dabei fällt ein anderes Spiel allerdings völlig zu Unrecht unter den Tisch. The Movies. Die sympathische Mischung aus Wirtschaftssimulationen und Sims verfrachtet euch direkt zu den Anfängen des Kinos. Ihr wart nicht nur für den Ausbau der Sanitäranlagen und Einrichtungen wie Schnitträume und Filmsets verantwortlich, sondern musstet euch nebenbei auch noch um die Bedürfnisse und Beziehungen eurer Darsteller kümmern. Und die waren nicht ohne. Wenn euer Hauptdarsteller zum Beispiel die Dreharbeiten verlässt, weil er auf der Suche nach Alkohol ist, verzögert das nicht nur den Dreh, sondern könnte euch auch einen wertvollen Oscar kosten. Doch The Movies wäre nur mit diesen Features nichts wirklich Besonderes. Erst der Film-Editor verlieh dem Titel einen ganz neuen Spielansatz. Egal ob Requisiten, Sets, Beleuchtung, Musik oder Drehbuch. Hier konnte man so ziemlich alles frei anpassen. Es gab zwar auch einige spielerische Schwächen, wie das umständliche Micromanagement, doch rückblickend war The Movies mindestens ein extrem ambitioniertes Genre-Experiment. Eine Zusammenfassung, extrem ambitioniertes Genre-Experiment. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das war noch die große Zeit von Lionhead Studios, wo da echt Peter Molyneux noch ordentlich abgeliefert hat mit seinem Studio. Aber es gab ja auf jeden Fall, oder korrigiert mich gerne, aber ich bin mir relativ sicher, keinen weiteren Teil, beziehungsweise ähnlichen Vertreter dieses Genres. Also jetzt mal Sims oder so ausgenommen, aber wir haben ja schon gemerkt, es ist zwar ein Aspekt, da irgendwie auch auf das Wohlbefinden dieser ganzen Darstellerinnen und Darsteller zu achten, aber es hatte eben noch diesen großen Wirtschaftssimulationsaspekt, den es ja in der Sims-Reihe nicht gibt. Und damit finde ich es immer noch relativ einzigartig. Und ehrlicherweise muss ich aber trotzdem auch sagen, cool wäre ja gewesen, wenn du so krasse und unike Filme selber produzieren kannst, dass du die dann irgendwie zusammenschneidest und auf irgendwelche Clip-Plattformen lädst und man sich heute noch coole The-Movies-Filme anguckt. Ganz so war es dann aber halt nicht, weil die Filme waren jetzt auch nicht der Überburner. Also dich als Spieler hat es halt irgendwie schon befriedigt, weil du hast irgendwie Cash gemacht oder irgendwie Beziehungen zwischen Darsteller, Regisseur und sowas ist gewachsen. Klar, da gab es coole Game-Loops, aber der Film an sich, dafür hast du es nicht gespielt. Und das wäre natürlich, wenn das sozusagen ermöglich wäre, also da würde ich sozusagen, da kann man noch das Ganze iterieren, würde ich sagen. Aus heutiger technischer Sicht, warum nicht The Movies 2? Oder weiß ich nicht. Was sagt ihr davon? Ich fand es ganz cool, habe es aber nie so lange gespielt wie The Sims. Da konnte ich Familie über Familie immer weiterspielen. Aber das hat mich dann nicht ganz so lange gehalten. Wie war's bei euch? Ich glaube, ich habe ein Filmstudio wirklich richtig lang durchgezogen. Also wirklich, ich habe es ewig gespielt. Aber ich habe da nicht nur mal ein zweites Mal angefangen. Weil der Weg, bis du die ganzen coolen Sachen freigeschaltet hast, war sehr, sehr lang. Und am Anfang musstest du halt stumpfeln, Kram nur machen. Und da hattest du am Anfang, das erste Set war, glaube ich, einfach nur eine Bühne mit so einer riesigen Hantel. Und dann konnte man einfach nur jemanden da hinstellen, der so mit der Hantel irgendwas gemacht hat. Das war das erste Set, was man hatte. Das war sehr limitiert, ja. Und später kamen dann halt die richtig krassen Sachen dazu, wo du halt dann auch so Special Effects und sowas einstellen konntest selbst. Und da habe ich mich sehr, sehr, sehr viel mit beschäftigt. Ich habe richtig krasse, lange Filme für mich damals gemacht. Ich glaube, das, was das Ganze so ein bisschen limitiert hat, war eben damals die Technik so. Es war halt alles irgendwie stummfilm, weil die Leute konnten ja nicht hier reden. Das heißt, du musstest alles irgendwie mit Textboxen und sowas machen. Und das war halt nö. Deswegen ist es auch, glaube ich, heute nicht mehr so krass wie andere Sachen, mit denen man so kleine Makinemars drehen konnte. Aber die Möglichkeiten, die man damals hatte, waren schon krass. Es gab unfassbar viele Genres, unfassbar viele Sets, die man machen konnte. Man konnte jede ... Es gab immer so in jedem Set so vorgefechte Positionen. Hier konnte man immer Personen hinstellen. Die konnten dann verschiedene Animationen durchmachen, die man selbst einstellen konnte. Dann gab's verschiedene Orte, wo man halt Props hinstellen konnte, wie Waffen, Kleiderständer und so ein Kram. Und da gab's so viel einzustellen. Ich hab da Ewigkeiten mit verbracht, einfach da nur ein paar coole Sachen zusammen zu klicken und irgendwie meinen Space-Drama zu machen. Mhm. Ja, Props für diese Zusammenfassung. Hat's von euch beiden noch jemand? Ich hab's nie gespielt. Ich hab's gespielt. War, glaub ich, fast so ähnlich wie bei Steffen. Ich hab's einmal ganz, ganz lange gespielt. Bin von der Zeit her dann ganz weit gekommen, weil ich fand's immer sehr spannend, so, was kommen noch für Genres? Und wie entwickelt sich generell Film dann weiter in dem Spiel? Aber irgendwann war's dann für mich auch so, ich war dann sehr, sehr faul bei der Produktion der Filme. Da hab ich halt einfach nur so, ja, okay, ich hab einfach das hinzugefügt, was gebraucht wird. Und ich hab einfach so kurz, so schnell wie möglich so gemacht, damit ich den Film bekommen habe, damit ich irgendwie weiterkomme von der Story her. Oder beziehungsweise von der Zeit. Aber so richtig Filme gemacht hab ich dann letztendlich doch nicht. Meine Filme waren am Ende immer so lang, dass alle Hauptdarsteller immer nervig zusammengebrochen sind, bevor der Film zu Ende war. Ja, das war großartig. Aber einer dieser, die großen, auf die hast du's angenehmt. Dieser horrorische Film, mit dem will keiner arbeiten, aber wenn er was fertig hat, dann liefert der ab. Und ich glaub, ich hab dann aufgehört, als meine Hauptdarsteller, man konnte sich am Anfang auch einen eigenen Hauptdarsteller machen. Und als der dann in Rente gegangen ist, hab ich gesagt, okay, gut, ich bin raus. Das wäre geil. Ja, der Chet hat auch gerade nochmal geschrieben, man musste halt wirklich mit Stummfilmen anfangen. Und das war halt super lame. Also nicht, weil, klar, es gibt gute Stummfilme, aber spielerisch war das im Prinzip, ja, so wie es klingt, relativ plump. Also zu wenig Elemente noch. Ja, das war leider ein bisschen schade. Wir mit der Redaktion, er hat eine 7.5 gegeben. Nette Durchschnittswertung. Und der Chet eine 7.2. Oh, ist okay. Und ja, ja, können wir uns einigen. Aber zeigt schon so ein bisschen, wo es hingeht, das war jetzt nicht die Supergranate des Jahres 2005. Aber zumindest, wie die Matz es ja schön eingeordnet hat, ein spannendes Genre-Experiment. Zumindest das haben wir gesehen. Und ich hab jetzt im Chat auch im peripheren Sehen vernommen, da würden sich auch einige nochmal so eine modernere Variante von wünschen. So, aber wo haben wir es hier? Schnipstiwups, es ist auf Platz 16. Und damit trotzdem noch krasser als der erste Forza Motorsport-Teil. Damit hätte ich beim Betrachten der Spieler im Voraus tatsächlich nicht gerechnet. Aber ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, ja, welche Spielerschaft votet da gerade mit? Und so hätten wir jetzt die absolute Rennbubble mit im Chat, sähe das natürlich auch wieder anders aus. Aber ich würd schon sagen, wir kriegen das hier echt ganz gut hin, sodass man auch aus allen Perspektiven schon sagen kann, nee, aber komplett falsch seid ihr da nicht. Ein Holzweg ... Sehr Demokratie. So, Demokratie, ein Holzweg-Voting ist das hier auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir nur noch zwei Spiele im Köcher für den heutigen Abend. Wir haben ja auch schon spät. Aber die sind tatsächlich nicht mehr so Triple-A-Dinger wie Battlefield 2, Shadow of the Colossus, wo die Leute natürlich auch, das hat man im Chat auch schon sehr viel gesehen, sehr drauf gewartet haben, weil irgendwie klar ist, hey, das können sie nicht rauslassen. Aber trotzdem keine schlechten Spiele. Und zwar gab's auch in diesem Jahr tatsächlich ein Mario Kart, aber vielleicht auch nicht von allen gespielt, sondern nur von den DS-Besitzern. Gucken wir mal rein. Mario Kart fand ja bereits 2001 mit Super Circuit seinen Weg auf einen Nintendo-Handheld. Doch weil man 2005 plötzlich das fantastische Double Dash auf dem GameCube im Rücken hatte, hing die Messlatte erneut hoch. Doch Mario Kart DS hielt dem Druck stand. Es war ein vollwertiges Mario Kart Erlebnis und nutzte zugleich die DS-Hardware auf smarte Weise. Während sich das eigentliche Spielgeschehen auf dem oberen Bildschirm abspielte, diente der untere Touchscreen als Karte. Das Mikrofon konnte obendrein zum Aufpusten der Ballons genutzt werden, wobei Profis meist lieber den Select-Button drückten. Bei den neuen Strecken blieben vor allem der Waluigi-Flipper, Tic-Tac-Trauma und Luigis Männchen im Kopf. Frische Items waren die verhassten Blooper oder der fiese Kugel-Willi. Vor allem die Rennmissionen mit ihren Bosskämpfen spielten sich ziemlich genial. Und dank Nintendos Download-Play-Feature konnten sogar DS-User im Multiplayer einsteigen, ohne das Spiel selber zu besitzen. Entsprechend sorgte der Titel für eine Menge Spaß und diverse zerstörte Freundschaften, egal ob auf Partys oder langweiligen Busfahrten. Das wusste ich nicht. Das ist ja ein absolutes Top-Feature, dass ich, wenn du das mit Freunden zusammenspielen willst, die Leute sich das nicht kaufen müssen und so Drop-In mitfahren können. Das ist ja super. Also natürlich finanziell vielleicht dann nicht das Gleiche am Ende für Nintendo, aber so unglaublich nutzerfreundlich. Und gerade als ich die Mats am Anfang gesehen habe, habe ich mir schon so gedacht, ja gut, aber Mario Kart ist jetzt ja, der will man ja auch nicht gegen die CPU die ganze Zeit spielen irgendwie. Man will ja auch gegen Freunde. Wie ging denn das da und so? Haben sie ja fantastisch gelöst. Hat das jemand von euch gemacht? Ich hatte es gemacht. Und Mario Kart war ja nicht das einzige Spiel, das das Feature hatte, sondern auch Mario Party. Oh wow. Einige Spiele haben. Geil. Ich war so ein kleiner Gratishappen. Aber nur wenn ein Kumpel, der es schon gekauft hat, dabei ist und dann sagst du irgendwann, ey Mama, ich hab die Schnauze voll. Ich will nicht mehr mit dem Freund sein. Nee. Oder so. Aber du warst halt ein bisschen eingeschränkter. Du konntest nur, Anführungszeichen, einen Charakter spielen. Ich glaube, es war Toad oder es war ein Go oder ein Cooper. Aber du konntest jetzt nicht sagen, ey, ich will jetzt Donkey Kong spielen, sondern die Person, die jetzt kostenlos spielt oder parasitär mitspielt, hatte halt einfach nur diesen vorgegebenen Charakter. Und das ist eigentlich ein cooles Feature. Und hier sind ja auch schon einige Maps mit aufgezählt worden, die dann auch in den späteren Teilen geremact werden. Also Tic Tac Trauma und den Flipper-Automaten, den haben wir jetzt zum Beispiel auch bei Mario Kart 8 Deluxe. Und ja, kann man noch so sagen, ne? Ist halt Mario Kart, geht immer. Ja, es wurde auch nicht gänzlich neu erfunden, mit dem Teil nehme ich mal an. Also das Einzige, was die noch eingeführt haben mit dem Stylus, war halt, dass du dein Logo vorne auf dem Fahrzeug dann anpassen kannst. Aber das ist ja immer so... Selber meint. So gimmick, ja. Aber ich weiß grad gar nicht, ob hier zum Beispiel das Mikrofon... Man konnte Balance aufpusten, ne? Balance aufpusten war das, ja. Es verschwimmen, die Mario Kart-Teile verschwimmen bei mir teilweise. Ja, die haben ja... Gerade so die mobilen, die man... Ja. Ja, aber dann ist offensichtlich tatsächlich schon alles dazu gesagt. Shy Guy war's. Dankeschön. Okay. Weil ich glaub, wir müssen Mario Kart jetzt nicht in Gänze erklären. Das ist dann doch jeder Zuschauerin und jedem Zuschauer ein Begriff. Aber wir waren was für die Racing-Fans heute. Genau. Wir waren was für die Simulationsfreunde des Racing-Genres. Ja, mit einer 8.0 hat die Redaktion aber trotzdem gesagt, guter Mario Kart-Teil. Gutes Spiel in diesem Spielejahr. Was sagt der Chat? Der sagt, na, 8,8. Ihr habt's ja geliebt da draußen. Das ist ja faszinierend. Das ist wirklich ein Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Nicht, weil ich sage, was, das ist nicht wert. Sondern einfach, weil ich dachte, na gut, also 8,8 haben wir von euch da draußen heute Abend. Also so in dem Bereich höchstens ein, zwei Mal gesehen. Und das bei Titeln, wo es absolut erwartbar war. Aber ich hab's ja auch nie gespielt. Deswegen, wie soll ich es auch bewerten? Krass. Aber damit ist es doch wirklich eins der allerbesten Spiele des Jahres 2005. Das ist ja verdammt nochmal unglaublich. Können wir bitte sofort sehen, wo es auf der Liste ist? Okay. Wieder ein gescherter Platz. Okay, ein gescherter Platz. Need for Speed. Wow, wow, wow. Mit Need for Speed. Guck mal, da kommt ja jeder auf seine Kosten. Ja. Da die Arcade-Racing-Freunde sind sich einfach komplett einig, geben sich die Hand, sagen, egal ob Need for Speed oder Mario Kart. Hauptsache nicht Forza. Hauptsache nicht so ein Simulationsquatsch. Ja, okay, ey, das ist doch, ey, das ist doch, geht doch ja alles mit rechtem Ding zu. Ich bin komplett mindblown, wie schön bisher dieser Abend verläuft. Und damit, meine lieben Freunde hier auf den Couches und zu Hause auf den Couches, kommen wir auch schon zu dem allerletzten Titel des heutigen Abends. Und zwar Platz 25 und wieder aus dem Hause Nintendo. Aber bevor wir dieses Spiel erwähnen, möchte ich noch ganz kurz dazu kommen, weil wir es gerade auch zwischendrin kurz hatten. Das ist ja wirklich, wir haben die ganze Zeit hier in der Sendung geteased, das Weihnachtsgeschäft, das Weihnachtsgeschäft. Aber die ganzen richtig starken Titel hatten wir eher so in der ersten Jahreshälfte oder dann noch das Viertel, aber jetzt nicht ausschließlich im Weihnachtsgeschäft positioniert. Aus heutigen Zeiten, finde ich, kennt man das schon so ein bisschen, weil meistens funktioniert das dann nicht rechtzeitig fertig zu entwickeln und rutscht dann halt ins erste Quartal. Aber das war ja eigentlich noch nicht die Zeit, wo sich Entwicklungen so ewig schleppen und tausendmal verschoben werden. Ja, geht so. Also wir haben da zum Beispiel noch eine Fortsetzung drin, die wir gar nicht aufgezählt haben, weil zum Beispiel Call of Duty 2 war ja zu dem Zeitpunkt, ist ja auch, glaube ich, in dem Jahr mit der Xbox 360 dann erschienen. Es hatte dadurch dann einen großen Impact gehabt, aber haben wir jetzt nicht mit reingepackt. Okay. Da gibt's schon noch einiges. Wir mussten ja Sachen weglassen, ganz klar. Und dann die Fortsetzung natürlich, wenn die das auch schon belegt haben, hat man vielleicht sein Release-Window da nochmal angastgesetzt und ein bisschen früher im Jahr oder so. Das kann tatsächlich ein guter Grund sein. Ja, und vor allem eben auch mega viel Masse, ne, die einfach rauskommt. Weil du hast immer noch drei konkurrierende Konsolen, du hast einen PC, du hast zwei Handhelds zu dem Zeitpunkt. Und viele Sachen, die lange in der Entwicklung waren, das ist ja oft so, das ist dann zum, wenn der Herbst von Systemen irgendwie so anbricht, wenn man schon im Winter ist, der wird nochmal richtig rausgeballert, ne? Total. Da sind die ja auch nicht ganz dumm, weil sie ja wissen, moah, wenn sich 100 Titel im Oktober ballen, dann verteilen wir's vielleicht lieber mal in Büschen, ne? Die Leute haben ja vielleicht auch im Mai schon Kohle. Ja, klar, klar. Das ist ein geiles Spiel sogar. Ey, das wird jetzt eh mit jedem Spielejahr heftiger. Es kommen ja immer mehr Videospiele mit jedem Jahr raus, weil halt diese Branche so krass gewachsen ist. Aber jetzt erst mal Ruhe und Piano, denn wir sind beim letzten Spiel für den heutigen Abend und für das Jahr 2005. Und zwar ist es Mario & Luigi Partners in Time. Mit Mario & Luigi zusammen durch die Zeit sprang die Rollenspielreihe mit den Klempner-Brüdern vom Game Boy Advance auf den Nintendo DS. Und weil dessen Name für Dual Screen stand, galt es damals als schick, das duale Prinzip auch auf alle Spielkonzepte zu stülpen. So sind Mario & Luigi hier als Zeitreisende unterwegs und erhalten schon bald Unterstützung durch jüngere Versionen ihrer selbst. Baby Mario und Baby Luigi, die ihnen dann natürlich regelmäßig auf dem zweiten Screen zur Hilfe eilen. Miese Aliens namens Shroobs fallen ins Pilzkönigreich ein, was den großen und kleinen Italo-Brüdern so gar nicht gefällt. Also kämpfen sie gemeinsam gegen die außerirdische Bedrohung. Das ist serientypisch witzig geschrieben und die rundenbasierten Kämpfe gewinnen wieder enorm durch kleine Geschicklichkeitseinlagen. Durch die zusätzlichen Charaktere ist zusammen durch die Zeit aber einigermaßen kompliziert in der Steuerung und verliert ein wenig den simplen Charme seines Vorgängers. Ein schön schrulliges Action-Rollenspiel ist es im Gänze aber immer noch. Schade, dass es im Gegensatz zum Vorgänger und zum Nachfolger später kein Remake auf dem 3DS bekommen hat. Ja, das sieht ja knuffig aus auf jeden Fall. Finde ich eine nette Idee und eine coole Mechanik irgendwie mit den kleinen Babys quasi noch in Partnerschaft eben und dann macht ja auch mit den Möglichkeiten des 3DS absolut Sinn. Ich hab's nie gespielt, aber es sieht toll aus. Also, das holt mich schon mal ab. Übrigens, für die sehr aufmerksamen Leute unter euch, natürlich ist das nicht das einzige Nintendo-Spiel, was auf dem PC erschienen ist. Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Natürlich reden wir hier immer noch von einem DS-Spiel. Habt ihr auch in der Matz gehört. Ja, ich hab ein bisschen das Gefühl, wir sind alle keine Partners in Time-Pros hier. Kann ja sein. Ja, aber ich glaub, die Matz lässt ganz gut antizipieren vom Text her. Wo's herkommt, wo's hingeht, das ist einfach diese wirklich ... Es ist so ein bisschen wie ... Ja, so wie wir's eben bei Lego hatten, mit Telltale, äh, Traveller's Tale, der Klassiker. Also, der Humor, der da reinkommt, und auf den ersten Blick denkst du, ja, gut, das ist wieder irgendwie ein bisschen Mario-Spiel, vielleicht Rollenspiel drin. Aber die sind echt witzig. Da ist so viel Bildhumor drin, Texthumor. Die haben da immer richtig Spaß reingebracht, auch in dem Teil und in dem GBA, in dem geistigen Vorgänger. Es ist wirklich schade, dass diese Rollenspielteile, die irgendwie von Paper Mario kommen, wir hatten das Thema ja schon auf dem N64, diesen Rollenspieleinschlag dann irgendwann nur noch auf die Handhelds gelegt haben und die Paper Mario-Serie eben in andere Bereiche gemacht haben auf den großen Konsolen. Ich hab total Bock, das gerade nachzuholen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ein guter. Und spielerisch eben einfach immer richtig gute Spiele, die eben Rollenspiele, aber auch so mit Geschicklichkeitsanlagen, also die was zu bieten haben. Ja. Einfach tolle, kreative Spiele, ja. Nee, klar, unsere Wertung hier von acht setzt sich ja auch nicht aus nichts zusammen, sondern wir haben ja durchaus Vertreter in der Redaktion, die sagen, ey, das stimmt, das ist ein gutes Spiel, nur sitzen die halt hier gerade nicht. Das kann auch mal passieren, aber man muss sagen, das hat schon sehr, sehr gut geklappt, wie wir uns das heute aufteilen konnten. Es saß nämlich schon bis auf ein, zwei Titel jetzt eben eigentlich immer jemand hier, der irgendwas mit dem Spiel verbindet, irgendeine leidenschaftliche Rede dazu halten konnte. Von daher, mein Gott, es ist ja auch ein langer Abend gewesen und jetzt nicht unbedingt. Natürlich, es fehlt quasi noch ein, Fabian Käufer oder so, der jetzt noch einmal fünf Minuten am Stück sagt, was so toll an diesem Spiel war. Aber ich glaube, eben durch die Bewertung könnt ihr euch das denken, vielleicht tauscht ihr euch auch im Chat noch ein bisschen aus. Wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich auch auflösen, was denn der Chat dazu zu sagen hat. Und zwar eine 8,1. Und so einig waren wir uns fast noch nie. Rechn es, rechn es, tue es. Es ist doch so, kann ich das jetzt noch? 8, vielleicht 0,5. Eins im Sinn. Zwei sind drin. Oh Gott. Wo kommt es hin, wo kommt es hin? Eins, zwei, drei. Es ist der Platz Nummer 10. Vor Lego Star Wars. Vor Lego Star Wars doch. Aber guck mal, hier die beiden, die da irgendwie so charmant mit ihrem Humor daherkommen, die reihen sich da so im ziemlichen Mittelfeld ein. Schön. Mercenaries. What the hell, ey. Ja, Mercenaries, ich glaube, das kannten wahrscheinlich auch zu weniger. Also nicht, dass die es runtergerissen haben, sondern ich hatte auch das Gefühl, im Chat sind da jetzt auch nicht die Zahlen gerattert, weil, ja, offensichtlich hat sich das damals leider nicht so durchgesetzt. Haben wir auch da besprochen. Coole Idee, cooles Konzept, nur eben nicht ausgereift genug. Und wenn Rockstar da schon so vorlegt, was willst du machen? Aber ich muss sagen, diese Liste ist jetzt fertiggestellt. Wir haben heute Abend 25 Titel bewertet. Gerade ist der Quantencomputer komplett am Schwitzen, weil der das jetzt natürlich ausrechnet. Aber ich würde auch sagen, uns interessiert natürlich alle, was ist überhaupt die Gesamtnote dieses Spielejahres? Weil wir wissen jetzt schon, da gehen wir auch gleich noch mal in dem Fazit drauf ein, wer hier die besten Spieletitel waren. Aber war es das beste Spielejahr? Ja oder nein? Und an der Stelle würde ich sagen, ballern wir mal die Endnote rein. Und wir haben eine 7,9 fürs Jahr 2005. Ist doch nicht so gut. Und ich glaube, meine Vermutung ist, das ist auf jeden Fall nicht so megakrass. Damn you Mercenaries! Tja. Also zumindest ist meine große Vermutung, dass es nicht das beste Spieljahr war. Da bin ich mir relativ sicher sogar schon. Ich glaube, wir hatten vorhin in der Pre-Show gesagt, irgendwie 8,1, 8,2 war das Beste. Ja, wir hatten irgendwie 8 drin. Ist schon knapp, glaube ich, beieinander. Das ist jetzt auch noch nicht irgendwie ganz unten oder so. Das würde ich auch nicht sagen, weil das war schon immer alles so in diesem 7,8 bis 8,2 Bereich irgendwo dazwischen. Also ein Schlechtes war es auf keinen Fall. Das heißt das hier nicht. Aber ich glaube, weil wir es gerade in der Pre-Show hatten, ich muss auch sagen, ich kann mit relativer Sicherheit und Selbstbewusstsein hier gerade behaupten, in unserem Rating ist es auf jeden Fall nicht das Beste. Aber die Titel, die hier an der Spitze stehen, die können wir vielleicht noch mal ganz kurz hervorheben, bevor wir hier zu einem Ende des Abends kommen. Resident Evil 4, Battlefield 2, Shadow of the Colossus und God of War, die lesen sich so richtig butterweich runter. Das sind ja Titel. Ich glaube, da muss sich hier keiner irgendwie verstecken oder schreiend die Sendung verlassen und irgendwie sagen, was sind das denn für Kollegen, Banausen, der Chat ist doof. Nee, das sind gute Spiele. Die haben es hier völlig zu Recht an die Position geschafft, behaupte ich jetzt. Ja, also es ist vor allem, finde ich, eine super bunte Liste. Am Anfang war es echt einfach extrem gewaltlastig. Aber wir haben, ist ja auch eine bewusste Entscheidung, natürlich auch Experimente reinzunehmen, die eine gewisse Bedeutung haben. Also Stichwort Nintendogs oder Dr. Kawashima. Ja, und dadurch, finde ich, ist eine super bunte, vielseitige Liste gekommen durch die Genres, durch verschiedenste Systeme von der Tonalität her. Und deswegen finde ich, das ist ein kunterbuntes Jahr. Und ja, deswegen, klar, nimmt man ein paar Titel raus, die vielleicht weniger aus Pioniergeistgründen oder Bedeutungsgründen drin sind. Wären vielleicht die ein oder anderen beliebten Klassiker reingekommen, dann hätte sich das auch schon wieder anders gelesen. Aber es ist völlig in Ordnung, deswegen glaube ich, es ist ein starkes Jahr. So mit den Spielen, die da stehen. Und Diversität ist da, finde ich, auch ein tolles Thema. Total. Ich glaube, wir hatten auch viele Spiele, die tatsächlich einfach nur Fortsetzungen waren von Vorgängertiteln, wie in Call of Duty, Age of Empires 3 hatten wir rausgenommen. Einfach, weil es halt eine Fortsetzung war und jetzt erst mal nicht das, wie zum Beispiel Battlefield 2, die ganze Reihe noch mal neu erfolgen hat. Und ich glaube, da gab es auch viele in dem Spielejahr, was uns dann so ein bisschen dazu verleitet hat, eben auch so Experimente mit reinzunehmen. Und wir haben halt viele Titel, die wirklich gute Wertungen haben, aber wenig so im 9er-Bereich und dann halt viel so im 7er-Bereich. Nächstes Jahr könnte spannend werden. Launch der Wii. Oh, ja, interessant. Das ist lustig, weil das wird am Ende von jedem Spielejahr in dieser Sendung gesagt. Ja, aber nächstes Jahr, da sind wir mal gespannt. Da kommen wir mal einige Bequeste, glaube ich. Twilight Princess, Wii Sports. Ja, aber ich glaube, Twilight Princess ist mit auf der Wii, ne? Also, da ist ja ... Auf der Gamecube auch. Ich schon, ich meine nur einfach, genau mit diesem Foreshadowing. Gerade auf der Wii ist ja vieles nicht Gold gewesen, was geglänzt hat oder erfolgreich war. Und gerade von Nintendo selbst hat es ja auch schon ein bisschen gedauert, bis die so richtig gepusht haben. Aber werden bestimmt auch wieder Titel dabei sein, wo wir sagen, ja, an sich vielleicht nicht so gute Spiele, aber trotzdem müssen wir sie behandeln, weil sie wichtig waren. Ja, das sortieren wir dann einfach im Vorfeld aus. Das kriegen wir schon hin. Ab waren es ... Nein, einfach. Wir sind ja auch unserem System und unserem Motto hier zumindest treu geblieben. Und deswegen sind die Jahre auch überhaupt, finde ich, nur untereinander ganz gut zu vergleichen. Macht ja überhaupt keinen Sinn, jetzt auf halber Strecke das alles einmal zu ändern und sagen, jetzt machen wir 50 Spiele und so. Weil dann sind ja die sechs Episoden, die wir jetzt bereits hatten, mit der heutigen irgendwie für die Katze. Wir müssten von vorne anfangen. Wer will das denn? Denn wir haben sehr gute Ergebnisse. Es war ein langer, aber sehr schöner Abend. Und ich bedanke mich als allererstes bei euch dreien hier. Vielen Dank für die guten Einordnungen, die herzlichen Gespräche und die leidenschaftlichen Reden und den ganzen Enthusiasmus mit einem Hauch Nostalgie. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch da draußen, vor allem an den Live-Chat. Denn der hat seinen Job wieder sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und zwar einfach cool und fair abgestimmt. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, Trollzahlen hier links bei mir im Augenwinkel zu sehen. Und ich finde, auch bei den Endzahlen hat man auch gesehen, selbst wenn es da die ein oder andere Eins oder so was Lowes irgendwie gab, hat die sich auf jeden Fall nicht durchgesetzt. Weil der Großteil von euch das sehr, sehr gut gemacht hat. Wirklich, da geht mein ehrlicher Dank raus. So, ja. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns auch an selber Stelle hier nächstes Jahr wieder. Aber in diesem Jahr noch, ja gut, seid ihr jetzt irgendwie verwirrt, dann abonniert doch gerne unsere Kanäle, weil dann verliert ihr da auch nicht den Überblick. Denn, das kann ich euch sagen, ein Spielejahr wird es wieder geben. 2006, das steht jetzt schon fest. Und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich noch im Jahre 2023. Ich hab's schon oft gewähnt, aber bitte, bitte diskutiert fleißig in den Kommentaren. Das hilft uns sehr. Und wenn ihr gar nichts zu sagen habt, dann macht halt irgendeinen netten Satz aus sieben Wörtern. Das hilft uns auch sehr. der Supporters-Club. Könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn das was für euch ist. Und ansonsten sag ich, bis nächstes Jahr sozusagen. Ja, und er hat's super. Vielen Dank. Wir haben hier schon durchgeballert. Ach so, nee, ein Ohr. Danke für den Applaus. Aber der würde völlig, also Steffen muss ich da noch loben, weil der hier hat hier wirklich das meiste vorbereitet. Natürlich mit Hälften in Händen, aber redaktionell. Riesenaufwand, ganzen Matz-Texte. Wunderschön geschrieben. Und auch an das ganze Team, an die Regie und so. Die müssen hier ja auch immer lange sitzen und machen einen super Job, der super wichtig ist. Von daher, vielen Dank. Juhu, danke, Leute. Yay. Wunderschön. Ach, schön. Hat der Bier einen Anruf? Ach, toll. Der Chat applaudiert auch. Ach, so kann man doch jetzt auf eine schöne Feierabendnote hier rausgehen. Danke euch, liebe Leute. Einen schönen Abend euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.